Läufer, wir sind Kämpfer, Juri Beuker, ich kaufe Klicks, wir kaufen Häuser, ich fick Brrrrraa Richtig, dann drück mal F9, um dein Handy zu öffnen und dann geh auf das grüne Dämpchen an die ganzen Wahl So, warte, ja, hörst du mich? Äh, genau so Äh, mit Escape Escape Können wir machen, äh, ich bekomm grad die Info, dass man dich in deinem Stream nicht hört, muss man nachgucken Also man hört nur mich reden und dich nicht Wie du es bei deinem Stream einschaltest, das kann ich dir jetzt hier so einfach nicht beantworten Okay Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, das Mikro hat irgendwie eine Fehlfunktion. Auf jeden Fall, Nos, hörst du mich? Ich hör dich, ich hör dich. Alles klar, ich hoffe, alle anderen hören mich. Schreibt mir mal eins, wenn ihr mich hört. Man hört, ja? Okay, yes, yes, okay. Okay, man hört auf jeden Fall. Alles klar, Bratanz. Okay, dann Nos, dann besorgen wir mal eine Waffe und dann gehen wir mal irgendwas richtiges, ernstes starten hier bei RP oder was. Perfekt, wir können ja mal gucken, wir sind ja gerade als Zivilisten unterwegs. Okay. Das ist natürlich nur ein unterschiedliches RP, wenn wir jetzt zivil unterwegs sind oder wenn wir jetzt in irgendeiner Fraktion wären. Das sind natürlich unterschiedliche RP-Arten, sag ich mal, oder man spielt es halt unterschiedlich. Okay. Wir können jetzt natürlich gucken, ob wir irgendwo Leute finden, die uns eine Waffe geben, verkaufen, also wo wir eine Waffe kaufen können. Okay, ich habe drei Millionen auf meinem Konto, glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Wir können nämlich ansonsten, was kann man alles machen? Banküberfall. Banküberfall, ja, das wollten wir gestern eigentlich starten. Stimmt, stimmt, wollten wir gestern eigentlich schon starten. Wollen wir nicht heute einen Plan und einen schönen Banküberfall machen, oder was? Wenn wir machen, ich, da brauchen wir noch ein, zwei Leute dafür. Okay, hast du dann ein paar? Ich würde sagen, ich organisiere mal welche, auf jeden Fall. Und dann machen wir heute ein nices RP draus. Okay, geil. Und dann musst du dran denken. Nein, nein, ich halte mich an die Regeln, Bruder. So gut, ich halte mich an die Regeln, Bruder. Alles gut. Alles gut. Wenn du irgendwie mal Fragen oder so hast, kannst du die natürlich an mich stellen, aber ansonsten immer in der Rolle bleiben. Okay, Bruder, jetzt. Alles klar. Also wenn ich Fragen habe, wo ich stelle, ich bin, okay, so machen wir das, Bruder. Perfekt, perfekt. Ist das hier normal, Bruder, oder so? Ja, Bruder. Das ist normal, ja? Alles klar, ich kann mich noch nicht ausprobieren. Aber der X7 ist schon ein geiles Auto. Ist schon echt nice, ja. Fährt auch extrem gut. Der X7 ist auf jeden Fall ein nices Auto, Bruder. Das ist ein mächtiges, oh, Artikel. Der sieht doch auch Mafia aus. Ja, ist auf jeden Fall wild. In live ist der bestimmt auch krass, oder? Safe, safe. Okay, tamam, Bruder. Dann lass mal abchecken, hier. Suchst du gerade eine Gang, oder was? Ich suche gerade ein paar Leute, mit denen ich gerade eben noch unterwegs war. Aber die sind hier nicht mehr. Ich glaube, die haben ein bisschen Stress angefangen und sind jetzt im Krankenhaus. Okay, scheiße. Mit wem haben die Stress gehabt? Komm, wir klären diese Sache für dich. Die haben mit einer anderen Fraktion. Sind wir jetzt auch eine Fraktion? Gehörst du zu eurer Fraktion? Ne, ne, wir sind Zivilisten. Aber gehen wir nicht? Warum sind wir in keiner Fraktion, Bratant? Wir beide. Das Problem ist immer bei... Das kann man sich für die Zukunft vielleicht mal überlegen. Aber das Problem ist, man kann nicht so einfach eine Fraktion eröffnen. Okay. Weil da gehört auch einiges dazu. Wir müssen uns ja hier irgendwo dann in Haus organisieren, sage ich mal. Punkte setzen, so für, wo man seine Schutzweste herbekommt. Wo man eben... Also ein richtiger Gangaufbau. Ja, das ist also ein richtiger Gangaufbau. Alles klar. Krass. Krass, ich fährst du nicht. Ey, du fährst auf jeden Fall ein gutes Auto, Edna. Respekt. Muss, muss. Sonst stehen wir alle 200 Meter mit einem kaputten Auto. Ja, natürlich. Wir müssen auch gleich mal tanken fahren. Also tanken musst du hier auch leider. Man muss sogar tanken, ja? Ja, ja. Krass, wenn du fährst, zeigt er dir dann an, ob du Reserve fährst oder so? Ja, ich habe noch 38 Prozent quasi. Okay, krass. Okay, scheiße. Krass, krass, Edna. Aber ist geil gemacht, Edna. Ich weiß es dir. Ist auf jeden Fall geil gemacht. Boah, wer ist denn das, Bude, Edna? Weiß ich nicht. Warum rammt der mich? Digga, ich glaube, der hat mit uns ein Problem, Dicker. Ey, warum hast du mir die Waffe weggenommen, siehst du? Und jetzt kommt einer und will uns rasieren, Bude, Edna. Nee, nee, der ist bloß zu blöd zum Autofahren. Alles gut. So, wir müssen mal kurz an die Tankstelle rein, kurz voll machen. Okay, krass, scheiße. Geil, feier ich. Komm, ich stecke alles mit aus. Willst du ein Red Bull, soll ich dir was mitbringen? Jetzt wird erst mal vollgetankt hier. Ey, warum komme ich hier nicht raus? Der ist ein bisschen eng an der Säule geparkt. Was meinst du, wo kommen wir raus am Ende von der Rechnung her? Ich weiß nicht. Was zahlt man hier für Benzin? Ich denke mal so 200, 300 Dollar. Ja, ich glaube so knapp 100, 100 Euro. 100 Euro, krass. Aber auf deinem Nacken, ja, Bude, jetzt? Ich habe schon bezahlt, alles gut. Ja, okay, natürlich. Warte mal, ich lasse mal kurz meinen Bude ran, er muss kurz was ausmachen. Alles klar, alles klar. Ich suche einfach weiter die Leute. Leute, tut mir leid, wir kennen uns noch nicht so gut aus, aber jetzt könnt ihr auf jeden Fall schreiben. Ich hoffe, bei euch geht's alles gut. Wir zocken gerade GTA RP. Der Bratan hier erzählt mir alles. Er erklärt mich auf, wie alles funktioniert. Deswegen fahren wir auch einen fett NX7. Ja, nee, so, du weißt doch. Also schon, wir sind schon auf jeden Fall gut am Start. Er hat mir bloß heute die Waffe weggenommen, deswegen müssen wir eine neue klären. Aber ich hoffe, allen geht's gut auf jeden Fall und lasst uns auf jeden Fall, ey, uns ein bisschen totlachen hier. Was sagst du dazu, Noss? Alles gut, Bruder? Alles super, kriegen wir auf jeden Fall hin. Alles klar, geil, du kannst. Die Bratan, die Bratan haben auch Bock, aber du bist, Bruder, tschüss. Soll ich mal fahren? Hast du den Weg markiert? Wenn du möchtest, kannst du ja auch... Ja, komm, ich muss ja ein bisschen üben, ich muss ja ein bisschen üben, komm. Ich muss ja ein bisschen üben, Bruder. Warte, klar. Mann, Alter. Okay, hast du markiert, wo wir lang müssen, ja? Ja, ja, ist markiert. Ich weiß zwar nicht genau, wo die sind, also wir müssen ein bisschen uns umschauen. Ich habe nur mal Orte markiert, wo ich... Ja, wo die öfter mal sind, sagen wir mal so. Warte mal, lass mal kurz... Fahr mal langsam hier vorbei und lass mal kurz die Leute links beobachten. Ne, Mies, hier sind die auch nicht. Wollen wir die nicht einfach fragen? Mit den gelben Autos, ist es eine Gang? Äh, ja, ist eine Gang. Komm, wir fragen die einfach, Bruder. Frag die mal ganz nett. Vielleicht können wir uns eine Waffe klären. Das Problem ist, die wissen auch... Also, die wissen wahrscheinlich auch nicht, wo die Person ist, die wir gerade suchen. Okay, meinst du, die haben keine Waffen? Die haben auf jeden Fall Waffen, aber die werden uns safe keine geben. Warum denn, Stika? Wir fragen ganz nett. Wir sagen, oh Brata, was geht ab? Oder? Warte mal. Park mal kurz rechts in der Lücke. Wir gucken mal kurz, ob wir den finden hier, den ich suche. Okay, ich parke, Bruder. Zack. Wie ein... Bruder, ich parke schon wie ein... Wie eine Eins, wie eine Eins. Wie eine Eins, Bruder. Was geht ab? Okay, komm. Aber ich habe eine Base in der Hand. Das sieht nicht gut aus. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, der könnte sogar da drüben laufen. Komm mal mit. Dann mit mir. Ich mache erstmal die Base weg. Aber nicht, dass sie denken, ich will irgendjemanden angreifen. Ey, wie renne ich nochmal? Ah, jetzt. Okay. Hast du ihn gefunden, Bruder? Nee, tatsächlich noch nicht. Was geht ab, Bratan? Wie geht's dir? Alles klar? Alles gut. Und selbst? Ja, alles sauber, Bratan. So, du weißt doch. Wir sind auf der Suche, Bruder. Kannst du Waffen klären, Bruder? Nee, ich persönlich nicht. Nee, tut mir leid. Dick, ich brauche auf jeden Fall eine Knarre, Bruder. Du weißt doch. Neues Land, neue Dings. Ich muss mich hier neu einfinden. Ja, ich merke schon. Eine Waffe hat immer Vorteile im Leben. Was zahlst du? Guck mal, der fragt, was du zahlst. Wer, 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 wer? Wer fragt? Wie viel willst du? Wie viel willst du? Was willst du für einer? Ich will eine geile, Bruder. Was hast du da? Diggi, wer bist du denn, Mann? Okay, komm. Ey, steigen wir ein oder nicht? Noss. Ja, können wir eigentlich. Komm, steig ein, Bruder. Wer hört das hier? Nein, das ist jetzt. Wer ist das hinten? Noss, bist du das oder was? Noss ist hinten, Bruder. Was willst du für einer haben? Was wollt ihr für einer? Bruder, ich brauche eine Callas. Ich brauche schon was Schnelles. Ich habe drei Millionen am Stock. Was kostet eine? Er sagt Callas. Bruder, wenn ich eine Callas hätte, wäre ich nicht hier. Ich küsse deine Augen. Ja, okay, dann gib mir irgendeine Waffe, was ich schießen kann, Bruder. Was soll ich machen? Es gibt keine Callas. Es gibt nur Handpistolen. Ja, okay, dann gib mir eine Pistole, Bruder. Gib mir das, was da ist. Ich nehme das krasseste, was da ist, Bruder. Ich habe drei Millionen am Start. Ich kann eine Karte zahlen, oder? Ich habe ansonsten auch 13 Millionen auf der Hand, falls du noch ein bisschen mehr willst. Ich küsse deine Augen. Ich gebe dir das alles wieder, Bruder. Alles gut, Hauptsache, dir passiert nichts in der Stadt. Ich küsse deine Augen. Du bleibst auch mit mir, oder nicht? Warum? Wer ist das? Braucht der Personenschutz? Wer braucht Personenschutz? Du brauchst Personenschutz, gleich. Entspann dich mal. Du hast ja Personenschutz, Bruder. Ich komme allein durchs Leben. Okay, zeig mir, was du hast. Wie? Bleib mal entspannt, Bruder. Ich bin so frisch, ja? 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 Warte kurz, hier ist nichts Besonderes drin. Ich liebe deine 50er, okay? Okay, zeig mir. Was ist eine 50er? Du hast doch die Nummer von Heeres, oder? Ja, natürlich. Geh mal die Nummer von Heeres, bitte rüber. Bruder, ich habe immer noch keine Waffe. Was geht ab, Alter? Warte, kriegst du sofort, Bro. Okay. Der Bratan braucht eine verfickte Waffe, Mann. Was geht dir ab, Alter? So geht es doch nicht weiter, Alter. So kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Da sagst du was, Bruder. Da sagst du was. So, 01726. Soll ich jetzt? 218. So, wofür braucht ihr eine Waffe? Was habt ihr vor? Nichts, Bruder, wir haben nichts vor. Selbstverteidigung, du weißt doch. Na komm, rück raus, Bruder. Rück raus. Hi? Er ist weg. Weg, ah, da. Zeig mir. Er schenkt dir die, ja. Schenkst du mir, Bruder? Ja, ja, geht aufs Haus. Ich küss deine Ohren, Bruder. Warte mal. Ah, die da. Warte, zeig mir. Bruder, danke schön. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, Mann. Wenn du was brauchst, kannst du dir eine Basis schenken? Ich habe noch eine Basis. Ich küss dein Herz, Bruder. Alles gut. Ich habe full Waffen. Alles easy. Ich küss deine Ohren. Ich danke dir erstmal, ja, Bratan. Kein Problem, Bruder. Ich küss dein Herz. Pass auf die Show. Pass auf die Show. Okay, Bratan. Nose, ich habe eine Waffe am Start. Perfekt, perfekt. Was machen wir jetzt? Erstmal wieder dahin zurück, wo wir mitgenommen wurden. Okay, komm, wir nehmen das Auto da. Ich glaube, er fährt uns gleich. Also, fährt er uns? Ich glaube, ja. Fährst du uns, Bratan? Ich höre, ja. Okay, korrekt. In deinem Auto. Warte. Let's go. Komm, steck ein Nose. Ab geht er, der tut er, Bratan. Das ist gut. Ah, Bratan. Du musst mal gucken. Mein Charakter heißt Hugo Hastig, ja? Hugo. So ich dich Hugo nennen, ne? Genau, 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 genau. Okay, Hugo. Hugo und wie heißt du, Bratan? Hamza Muhtar. Ich mache... Ich mache Muhtar. Ich mache einfach Muhtar. Muhtar und Hugo. Okay. Stabil, Hugo. Wo sind denn die Bratans da? Wir müssen nur einmal zurück zum Würfelpark. Keine Ahnung. Weißt du, die wollen Stress mit uns oder was? Wollen wir die abziehen? Ne, ne. Komm, wir ziehen die ab. Komm, wir ziehen die ab. Doch, doch, doch. Komm, wir ziehen die ab. Warte, warte, ich komme mit. Warte, 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 warte. Komm, wir ziehen die ab, diese Wichser. Dika, ja, Dika. Muhtar, Dika. Du bist genau mein Kopf, mein Bruder. Du bist genau mein Kopf. Wo sind die Wichser? Soll ich die abknallen? Bitte einmal aussteigen, die Hände hoch. Beide aussteigen, die Hände hoch. Beide aussteigen, die Hände hoch, oder ihr seid tot. Ey. Ja, brauchst du nicht zehnmal sagen. Ich habe eine Hände schon oben. Ja, genau, einfach Hände oben halten. Hast du irgendwas im Auto? Nein. Nein, wir haben nichts im Auto. Ey, hat einer gesagt, du sollst reden oder so? Wir wollen dich nicht abziehen. Ja, alles easy. Der Prusch. Ja, wofür. Haben die nichts? Ziel auf den, Ziel auf den. Ich lege den Handscheller. Geh mal hier an die Seite. Schuh, du klein hab ich gesagt. Machst du hier das Harakett machen, sonst ne, du Maniak? Ja, Wallah, was ist los, ja? Oh, schwere Pistole, ja, Salabee. Habibi. Geh raus, was du hast, Habibi. So, so, ähm, sollen wir dir als, der gehört zu mir. Sollen wir dir als Geisel nehmen? Sollen wir den Raub starten oder so? Guck ihm mal an, was ist das für eine hessische Geisel? Wir nehmen den mit, okay? Okay, nehm den mit, scheiße. Wir müssen, wir müssen Heeres suchen, der war Banküberfall machen nicht. Okay. Nee, nicht schon wieder. Komm, machen wir jetzt. Wir sterben. Nein, nein, wir machen einen fetten Überfall. Hamza, wir müssen gucken wegen begrenzten Personen. Sag mal, warum hast du eigentlich grüne Haare? Ja, kriegen wir ihn. Bratan, ich brauche auf jeden Fall einen Banküberfall. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Oh nein, ich will nicht fahren. Nein, 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 ich will nicht fahren. Ich war nicht fahren, aus Versehen. Ich habe aus Versehen verwechselt. Dann sitzt du dich mal hinten zu unserer Geisel dazu. Ja, ich passe auf den Wegs auch. Du kannst auch auf den zielen, ne? Ja, beim Fahren, ja? Aber nicht schießen. Nicht abdrücken, nicht abdrücken, ja. Aber warte mal, wie ziehe ich auf ihn? Drück mal Tab zweimal. Tab, was ist Tab? Oder mehrfach. Nein, nein, V, Dings, Bruder. Mach mal V-Moz. Ja, ja, dann ist er drin, aber für Waffe rausholen. Achso, für Waffe? Oder musst du einmal hochscrollen? Okay. Okay, ich passe auf ihn noch. Warte, und jetzt? Ich gucke ihn einfach an, Dicke. Okay, was rauben wir aus? Lass uns eine schöne Bank ausrauben, oder? Entweder Palito oder Staatsbank. Staatsbank habe ich. Staatsbank ist schon Action. Fahr mal kurz Würfelpark, dass ich mein Auto einparken kann, weil da sind ein paar Sachen drin, die da nicht raus sollen. Einer was gegen Musik? Bruder, schmeiß rein. Nö, mach an. Ich brauche so diese, ich brauche, ich brauche Feeling, wenn ich es drauf mache. Machst du an? Ich mache sofort an, ja. Pack dein Auto ein. Er steht rechts bei den Parkplätzen hinten, bei den Buchten. Lies doch einfach ab, Bro. Der schöne X7. Ey, ich habe einen GTS noch, wa? Ja, abschließend. Habe ich noch den GTS eigentlich noch, Hugo? Ja, den hast du noch, hier in der Garage. Wollen wir mit GTS fahren, Bratan? GTS ist doch Dings, oder nicht? Zwei Sitzer. Nein, ich habe den neuen GTS. Ah, den AMG GT. Ja. Aber der ist schneller hier, Bruder. Das ist der schnellste Wagen hier. Okay. Alle sagen immer, das ist der schnellste Wagen von allen. Bruder, der ist auf Elektro, Bruder. Der geht von 0 auf 100 ein paar Sekunden. Tesla, Tesla, Tesla. Ja, ja, das ist, weil diese Elektro kommt sofort, weißt du? Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, Mann. Okay, geil, Baba. Hier, 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 hier. Mann, der läuft weg. Hier, hier, Bruder, hallo. Bruder, hier, Bruder, hier. Wir sind doch hier, Bruder. Was wollten ihr mit mir machen? Alles easy, Bruder. Entspann dich. Steig mal ein, Bruder. Wir machen einen fetten Raub jetzt, Digi. Guck mal, er läuft über dein Auto, hat keinen Respekt. Ich komme mir mal kurz, Heres zu arbeiten per Telefon. Er hat keinen Respekt gehabt. Wer hat keinen Respekt? Ich fick ihn, wenn er keinen Respekt hat. Ja, wala, er ist einfach über dein Auto gehört. Sollen wir den ficken? Aber hier geht nicht, Bruder. Hier ist Würfelpack, hier ist sauber, weißt du? Würfelpack geht nicht. Hier muss man sauber bleiben, ja? Okay. Genau, genau. Okay, Jungs. Okay. Jetzt wird es ernst, ne? Jetzt wird es ernst, Bruder. Lass uns da reingehen und die wegballern. Kommt ein bisschen in euer Modus, okay? Ich Naturally, ich weiß nicht. Ich habe nicht. Ich weiß nicht ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir zwei Geiser. Ich könnte Fake Geiser machen, das stimmt. Aber müssen wir gucken. Ja, aber meinst du, wir schaffen das zu zweit? So viele Leute, wie viele Leute sind da drin? Mal gucken, müssen wir gucken. Wird schwierig auf jeden Fall. Ja, wenn da zehn Leute drin sind, wie willst du die halten? Bruder, easy, wir gehen habs bisschen. Ist doch auch nicht schlecht. Dicke, du willst... Wallah, ich sitze hier im Auto, du willst mich habs bringen oder was? Ich will Geld haben, Bruder. Ich will nicht gehen in den Knast. Warum soll ich in den Knast gehen? Du bist vorbeigefahren, der an der Bank ist, weißt du? Bruder, lass uns doch nicht. Bruder, ey, Wallah, ey. Nicht, dass du irgendwelche Dings, Suizidprobleme hast, Bruder. Nicht, dass du uns habs bringen willst. Wallah, nein, Bruder, niemals. Ich küsste da noch und bringe uns bloß nicht habs, Bruder jetzt. Nein, Bruder. Also ein, zwei Geisel mehr wäre schon, wäre gut, wenn wir irgendwie Heeres erreichen und der noch mit einem. Okay, komm, dann lass noch eine mitnehmen, oder? Ähm, ja, dann machen wir das aber. Äh, gute Frage, wir brauchen ein Auto. Ja, und die, wir haben ja schon eine Geisel hier, die wartet ja nicht alleine hier. Wenn wir die alleine lassen, er haut ab. Ah, ich doch nicht. Naja, nur nicht. Lass mal deine Filme, lass mal deine Filme, ja. Klar haut ab. Wir werden uns ficken hier. Gar nichts haue ich ab, spinnt ihr jetzt, oder was? Ey, entspann dich mal, Kollege. Ja, okay, ich entspann mich. Alles klar, was machen wir jetzt? Reis, Teere ist auch gerade gar nicht. Scheiß drauf, wollen wir nicht einfach mit einer Geisel reingehen und unser Glück probieren? Und wenn nicht, dann gehen wir halt habs, Bruder. Können wir machen, können wir machen. Scheiß drauf, Bruder, jetzt fahr zur Bank. Okay, sollen wir mit einer Geisel? Die Bank ist hinter uns, die Bank ist hinter uns. Alles klar, Bruder, dann los geht's, Habibi. Wir ficken nicht lange. Ich muss den so parken, dass nichts passieren kann. Okay. Habt ihr ne Maske wenigstens? Problem ist, wir haben ja keine Maske, ne? Ich hab auch keine Maske, ich bin grüne Haare, egal. Die sollen wir holen? Wir müssen mal gucken, ja, Maske wär schon noch wichtig. Okay, scheiße, Dicke, dann müssen wir das sagen, okay, dann lass uns ne Maske. Oh ne Maske, sonst hast du Verhandlungen auf deinen Arsch. Okay, Verhandlungen auf meinen Arsch ist nicht gut, Bruder. Ey, ich hab aus Versehen eine Tür von dir da liegen lassen, ja? Alles gut, Bruder. Ey, wollt ihr mich mal die Geisel anschnallen, Leute? Scheiß auf sie. Schnell ihn mal an, nehmen wir, schnell ihn mal an, nehmen wir, schnell ihn mal an, nehmen wir. Er hat recht, Bruder, scheiße auf dir, Mann. Scheiße auf ihn, Bruder. Ja, okay, ja, okay. Scheiße, wir nehmen ihn mit, so wie er ankommt. Die Bullen zahlen einen hoch in der Riesen für den. Hast du ihn angeschnallt? Ich hab ihn angeschnallt. Habibi, Abus, Einakabus. Guck mal, wie sicher ich bin. Dankeschön, dankeschön. Brauchst du noch Isofix, Habibi? Damit gar nichts mehr passieren kann? Äh, ja, warum nicht? Willst du vielleicht noch was zu trinken und zu essen? Wallah, ich rück gerade eine Schürze, eine Karte, dann kannst du was bestellen. Ein Döner-Ein-Bitte, ja, okay. Sollen wir dich noch irgendwo hinbringen? Vielleicht hast du noch einen Termin oder so? Amana, Jack, dann. Amana, oh dummen. Epa. Klingt gut. Erst mal ein Dschibber anschnitten, na? Bruder, erst mal ein Kipp. Wie wird er? Ganz auf locker. Schön Autofahren, schön die Berge angucken. Wir sind irgendwo Mitte Bayern, irgendwo Schweiz. Haben ein Geisel bei uns. Haben keine Türen mehr. Wir sind in Dortmund, aber okay, Bruder. Wir sind in Dortmund, sagt er. Bruder, lass mich doch ein bisschen träumen, Janine. Lass mich doch das tauschen. Wie ist überhaupt dein Name? Erzähl mal, wie heißt du? Du bist ja anscheinend neu hier. Ich bin Jokabra. Jokabra. Und was kannst du so? Ah, ihr kennt euch gar nicht, oder was? Nee, wir haben uns gerade kennengelernt bei deiner Geiselnahme. Freut mich, dich kennenzulernen. Ah, okay. Du bist jetzt auch einer von uns, okay? Du bist jetzt auch einer von uns. Du bist eine Fake-Geisel. Ja, du bist jetzt einer von uns. Dann gib mir meine Knarre wieder, Alter. Alles gut, geh ich dir, Bruder. Gebe ich dir, wallah, gebe ich dir. Ja, okay. Wenn es gleich zum Schießen kommt oder so, wenn die Bullen Faxen machen, dann geh ich dir. Aber ey, weil wenn du auf uns schießt, Dicker, dann schießen alle von uns auf dich. Ah, niemals, Alter. Nee, niemals. Nee, nee, das ist basic, doch, die Filme kenne ich doch. Hansi, bist du das? Ja, ich bin der Hansi. Ich kenne dich einfach. Hm, Hamza, ja, alles gut. Ey, kann man dem Vertrauen oder was? Ja, Bruder, der ist stabil. Ja, Logo. Alt, klar, dann kannst du mir auch vertrauen, mein Lieber. Dann würde ich euch jetzt ganz schnell empfehlen, mir die Kabelbinder abzumachen, denn ihr habt mir mein GPS-Shit nicht weggenommen. Alles easy. Achso, ja, stimmt. Dann müsste ich mal ganz kurz durchfunken. Ja, warte, stimmt dir einfach dein GPS weg. Oder Funk geben. Du bist von der Bundeswehr, oder? Nein, nein, der ist von... Ich bin von Bundeswehr, Alter. Alter, Spaß. Die Weste sah ein bisschen danach aus. Warte, ich nehme dir einfach mal dein Kabelbinder ab, okay? Dein Dienste. Einfach der Joker. Jawohl, Alter. Dein GPS. Kriegst du alles wieder, okay? Yeah, 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 okay. Bratan, du kriegst alles wieder von uns, du weißt. Äh, Hugo, kannst du von Rundstein, Bro? Hm? Hugo? Ja, safe, 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 sekunde, komm. Eigentlich hätten wir das vielleicht Joker Bra machen sollen, damit er auch ein bisschen lernt, weißt du? Ich dachte, wir können ihm vertrauen, warum hast du überhaupt noch mal welche angelegt? Äh, am Bruder, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, oder wie sagt man? Also, ich sage euch mal, ja. Zu viel Vertrauen ist auch nicht. Wenn und nicht sagen. Ja, Bruder, trotzdem, trotzdem, chill, chill, chill erstmal. Erstmal, lass uns langsam antasten an dich. Ja. In unser Gleichkommen. Ihr tastet gar nicht an mir rum. Ekelhaft. Händen-Phase, Bruder, chill. Ich probiere nur, Herr Jerez anzurufen, vielleicht ist der mittlerweile erreichbar. Boah, nee, was wollt ihr mit dem jetzt schon wieder? Ja, Mann, scheiß auf den, wenn der kommt, dann haben wir verkackt. Ja, dann ist vorbei, sagst du. Da reden die gar nicht mit uns. Wer ist das? Guten Tag, Jerez. Marcel. Hier ist der Herr Haslitz. Wenn du irgendjemanden auf der Straße die Haarbomb-Bit droppen hörst, dann ist es er. Okay, klar, sicher. Das stimmt wohl. Hey, Joe, Cabra, erzähl, was kannst du so? Was hast du Lust, Banküberfall? Ich kann gute Überfälle machen, Brudan. Ich mache Geld. Geld. Das klingt gut, aber Geld ist wichtig. Ja, Dicke, hier, ich will auf jeden Fall. Wo bist du? Ich habe ein G-Test, ich will eine G-Klasse, ein Mansuri. Deswegen muss ich ein bisschen Kode machen. Nee, 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 wir machen jetzt mal einen Banküberfall. Wir kommen vielleicht gleich zum Dings, zum Krankenhaus. Wir treffen uns dort. Ja, ja, wir kommen doch. Chill doch mal. Okay, er würde mitmachen, dann hätten wir noch eine Person mehr, würde auf jeden Fall helfen. Okay, geil. Ey, sag dem bitte nicht, dass ich hier drin bin, okay? Nein, nein, wir sagen nichts, alles gut. So, komm mal mit raus. Komm, Joe, Cabra. Wir müssen jetzt nämlich erstmal eine Maske holen. Okay, das sagt mir irgendwie gar nichts. Also einfach reinstellen, dann ist es wieder oben links E. Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Oder pack mal deine Waffe weg, Bruder. Oh mein Gott, haben sie da eine Waffe hinterher? Nein, nein, nein. Tut mir leid. Es ist nur Spielzeug, es ist nur Spielzeug. Ach so, so Wasserpistole. Ich hole mit Wasser. Ey, was geht, Jungs, alles fit? Das ist Replika für Videodreh. Hey, Olga. Okay, ja? Ich melde mich bei dir, ja? Ja, klar, mach das. Trinken wir einen Rotwein mit einem Rotwein. Rotwein mit ein bisschen Kiasi. Alkohol haram, Jungs, keine Alkohol. Okay, okay. Bist du mit mir eh im Menü zur Auswahl? Ja, irgendwie passiert dir nichts, Bruder. Bruder, du musst da reingehen in The Blue. Hier, hier, wo ich bin. Ach so. Äh, Hamza, bist du da? Ja, ja, ich bin's was geben. Oh mein Gott, bist du undercover? Ja, wie geht's dir? Und dann mit, äh, bei Charakterstellung ne Maske aus, wenn die gut aussieht. Wir müssen uns mal für einen entscheiden dann. Aber ich drück eh, passiert nix, Bruder. Ne, ne, hast du unten rechts schon das Ding offen? Nein, warte. Wenn ich, wenn ich noch kurz aus dem Kreis raus und lauf wieder rein. Ich muss mir eine Maske kaufen. Komm, Bruder, komm mit, ich erkläre dir. Komm einmal zur Seite und danach wieder rein, dann geht das. Hey, Hugo, sorry, äh, was müssen wir machen? Bruder, geh mal raus von diesem blauen Kreis und geh wieder rein. Einmal ein Stückchen weglaufen und dann wieder reinlaufen und dann mit E. Und dann hast du ein Menü offen, oder? Ah, ne, ne, hab ich's nicht. Dann bist du nicht weit genug weggelaufen. Noch mal richtig zwei, drei Meter weg. Hast du jetzt offen? Ja. Perfekt, und dann mit, äh, Pfei-Taste halt durchgehen wie bei Charakterstellung. Nimm 54. Nach rechts, genau. Und dann kannst du eine Maske aussuchen. Ich geb dir, ich geb euch wieder Kaffee. Ja, was geht bei dir so, Hamza? Ja, entspannt, ne, entspannt. Wie läuft das Auto aus? Gut. Hast du was zu trinken? Ich bleib auf jeden Fall beim Affen. Ja. Komm her, komm her, komm her, wir machen leicht. Brauchst du was? Ja, brauche ich es. War zu kurz. Hey, Bratanz, Bratinas, Bratukas. Äh, Engi will jetzt einen fetten Schein machen. Der braucht dazu mein Handy. Ich sag, Neapel wird besser wegklatschen. Tut mir leid, dass ich... Jungs, hört ihr mich? Ja, ja, wir haben dich. Sorry, du bist auf Empfang. Entschuldigung. Oh, Prinzessin, wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei mir ist alles in Ordnung und bei Ihnen? Boah, bei mir ist alles gut. Ich geb Banküberfall machen. Oh, mein Gott, Sie sind aber eine richtige Bad Boy. Ja, natürlich. Stehst du doch auf Bad Boys oder was? Alter, Lama hat es nicht so gehört. Ja, natürlich, Bad Boy ist immer gut. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Bad Boys. Ja, wir fragen sie, ob sie als Geisel mitkommen möchte. Okay, die kommt. Ja, das können wir machen. Ey, Olga. Ey, Olga. Äh, wir brauchen eine Geisel. Ja, Schatzi. Oh mein Gott, ich bin Geisel. Kommst du mit mit uns? Natürlich. Na, na, komm mit. Ich bin ein super Geisel. Dann bleib mal kurz. Dreh dich mal bitte einmal um, dass ich dir einmal von hinten die Kabelbinder anlegen kann. Oh mein Gott, oh, wie ist das? Ich habe so große Angst. Ich werde dich hier als Geisel genommen. Sie brauchen keine Angst haben. So, da sind die Kabelbinder dran. Dann bitte einmal zur Seite mitkommen. Mhm. Okay. Bitte töten Sie mich nicht. Nein, niemals. Mach dir keinen Kopf. Wir wollen nur Geld. Okay, du musst jetzt warten kurz auf deinen zweiten Wagen. So, ich komme. Ich fahre euch hinterher mit diesem. Nee, nee, wartet. Wir werden hier gleich abgeholt. Okay. Opa, wer ist das denn? Hola, Hamza. Wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Hallo, was geht's dir? Hallo. Hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh, das ist ja mein Tesla. Das sind nicht die Leute, die wir suchen und auf die wir warten. Okay. Jetzt ist er ja, mein zukünftiger Tesla. Er ist das 20 Piccolo. Was geht hier ab? Ich glaube, da kommt unser... Unser... Geil. Die Bratan sind da, weißt du, da. So, was geht ab, Alter? Was geht, was geht, Digga? Wer seid ihr denn? Bratan, Alter. Ich bin der Joker, Bro. Was geht ab? Oh, wer ist die Rothaarige, Digga? Das ist unsere Geise. Baby, schütte mal deine Maracas, Baby. Ich schreie nicht um an. Oh Gott, Olga, ich bin doch... Olga, du kennst mich doch. Oh, Olga, du geiles Auge. Bonjour. Okay, können wir jetzt starten oder was machen wir? Was willst du denn starten, mein Freund? Nein. Fetten Banküberfall. Ein fetten Banküberfall? Bist du denn schon mann genug für einen Banküberfall? Ja, komm, wir gucken, Bratan. Ich zeige dir, wie man das spielt. Komm, zeig mir mal, Digga. Denkst du, du hast länger einen Schwanz wie ich, oder was, du Wichser? Hey, komm mal, klar, du Wichser. Wir passen uns auf, was du sagst, Bruder. Was denn? Hey, Kollege. Du kennst noch, was du Wichser, hä? Hey. Jo, ist der korrekt, Digga? Hamza. Der ist stabil, ja, auf jeden Fall. Ist der stabil? Ja, ja, voilà, der ist stabil. Okay, wie ist denn dein Name? Wie ist sein Name? Joker, bra. Joker, bra. Ich bin Marcel, hier, das ist egal, freut mich. Das freut mich, Bratan. Ohne Beleidigungen und weiter geht's. Ach so, ohne Beleidigungen. Ja, dann lass mal ein paar Dingen, Mütterbissung. Dann gehen wir los. Wir müssen aber auf Personenanzahl, ne? Auf was ist hier achten? Personenanzahl. Da war man mit deine Haare, ne? Ach so, ja, die zwei Bitches hier hinten sind halt auch geißen. Marcel? Oh, ja, alles klar. Leg den Kabelbinder. Wir sind trotzdem noch sechs. Ach so, ja, dann setzt Fablito, der Bitch, auch Kabelbinder, Digga. Warum? Passt doch, passt doch. Hugo, Kapi, äh, Hugo, Hugo, bra. Marcel, eins, zwei, drei, vier. Ach so, machst das auch hier. Mach, du bist ne Geisel. Dreh dich um, du Bazzlatt. Du hast ne Geisel. Halt deine Schlauchte, du bist ne Geisel. Oder meinst du, ich mach meinem Bruder Pablito zu Geisel oder was? Nee, leg ein Kabelbinder an. Wieso wird der Affe nicht keine Geisel? Ich bin ein armer Hamburger. Hey, was los mit dir? Jungs, 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 Jungs. Ey, ey, Kollege, was ist mit dir? Ihr braucht mich zum Verhandeln. Pablito legt ein Kabelbinder an. Wir nutzen dich als Geisel zum Verhandeln. Wo sind die Geisel? Du hast Lust hier, was geht dir ab? Du trägst noch bei der Bundeswehr, oder? Sollen die Rausgeisel sein, oder? Weißt du mit, ich glaub mit dem im Game, ich glaub der war oder ist noch bei der Bundeswehr, ich weiß es nicht mehr genau, da haben wir eine gute Geisel zum Verhandeln. Hamza, was machen wir? Gehen wir da rein, oder was? Ja, wir gehen da rein. Bruder komm, ich zeig dir ein bisschen, komm mal mit. Boah, sie ist geil, weißt du. Ich zeig dir, wie du dich trägst, okay? Bruder, mach mal F6. F6, warte. Na, Alter. Dann siehst du, da stehen so komische Sachen, ne? Dann gehen wir zu der Rothaarigen, dann gehen wir zu der Rothaarigen, mach mal Pessl und tragen, mach mal tragen. Warte. Lass mal die Spiele beginnen, Digga. Ja, was soll ich sagen, ich höre diesen Satz jeden Tag. Ich kann sie nicht tragen, gut. Trag du sie mal bitte. Oh mein Gott, bin ich zu schwer. Warte, was muss ich drücken? Jetzt? Jetzt trägt er sie grad. Versuch du jetzt. Nimm mal nochmal. Lass mal, lass mal, der soll probieren. Okay. Okay. Stell dich mal dahinter so ein Stück und dann drück mal einfach Person tragen EMP drauf. Warte. Ey, Fabio, du musst absetzen. Ja, ich kann die nicht absetzen. Warte. Ey, geil, nimm sie jetzt, komm, wir laufen los, komm, nimm sie mit. Komm, komm, komm. Ich lerne das schon. Okay, komm, wir fahren in der G-Klasse mit. Okay, geil. Ey. Ist das auch noch ne Geisel, ne? Heeres. Ja, eigentlich nur noch mal. Dann fliege ich die Nutz von deiner Mutter, Heeres. Jo, mach halt die Schnauze, du Wurm. Nein. Du sollst mal deine Fresse halten. Ey. Affenkopf, wer bist denn ich zu? Ich hab noch eine, ich hab noch eine, ich geb dir, ja? Ich geb dir gleich. Gleich, gleich. Bruder, lass den, äh... Was? Kann ich schon mal reinsetzen? Wollt ihr zu bang? Oh mein Gott. Fick mich noch nicht jedes Mal. Wir sind zu viele. Jo, Affenkopf, Amelie, fahrt ihr bei dem anderen mit? Ich nehm, äh... Wollt ihr? Okay, mach. Äh... Wir machen das. So, hat einer von euch ein Munitionspaket? Machst du das ein Munitionspaket? Nee, hab ich nicht, Digga. Boah. Musst du schnell kaufen, ja? Wo wollt ihr Bankraub machen, Amelie? Paleto, Paleto. Paleto, hallo. Jawohl. Heeres. Ey, hastig. Lass dir mal ein bisschen Eier wachsen, Digga. Was soll denn das? Was soll denn das jetzt heißen? Dass du dir ein bisschen Eier wachsen lassen sollst du, Mixer. Ach, Affenkopf heißt hastig. Herr Mast, Herr Mast. Was denn? Was willst du von mir, hm? Bist du noch bei der Bundeswehr? Ja. Ja. Ich verzichte drauf. Ja. Ja, guck mal, wie er den Schaden hat. Ey, Marcel. So ein Funk-Emmonom. Äh... Noch nicht, Digga. Können wir oben machen, ja? Jalla. Erzähl mal, Joker, Bro. Was hast du hier vor in der Stadt, Digga? Bratan, ich zeig den Leuten, was hier abgeht. Der Joker ist in der Stadt. Du musst ein bisschen was übernehmen. Was musst du übernehmen, hä? Eine eigene Gang gründen. Willst du dich auch übernehmen, oder was, hä? Du kannst in meine Gang rein, wenn du willst. Hm. Okay, okay, okay. Seit wann bist du so ein Eierkriecher, Heres? Deine Mutter ist ein Eierkriecher, du Bastard, ja. Nee, das wolltest du nicht die ganze Zeit vorhin, dass Joker bei dir reinkommt. Da seh ich mich, Digga. Da seh ich mich. Aber ich muss erst mal herausfinden, was für ein Wichser das ist. Bratan, wir gründen eine Gang, die die ganze Stadt unter Kontrolle hat. Oh, ja, Digga. Und wir holen die schlimmsten Motherfucker in unsere Gang rein. Oh, ja, Digga. Oh, Konkurrenz zum Kali-Kartell, das hört sich doch gut an. Ja, das ist aber keine Konkurrenz, das sind für uns dann kleine Neffen. Das sind Schwanzlutscher, Digga. Ja, Papa, steck ihn tiefer. Halt deine Schnauze, du Ohr und so. Ja, bis jetzt höre ich nur Lutschen von dir, Heres. Was, das kommt vom Richtigen? Wie? Was sagst du, wie du in der Bundeswehr so hochgekommen bist, Mensch? Ja, ich bin ja nicht mehr in der Bundeswehr. Ja, weißt du, ich hab die ausgedribbelt. Was sagst du denn da bei Herrn Hort eigentlich alles gegurgelt dafür? Was? Bei Herrn Hort hab ich gar nicht gegurgelt. Das ist es ja. Ich bin ohne Gurgeln hochgekommen. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Du bist vielleicht eine komplette Enttäuschung, aber mir auch nicht. Nein, ich hab'n riesen Penis. Guck die Stürze mal. Ich bin musikalisch. Ich bin ein Rapper. Ich bin Street Styler. Guck mich an. Ich bin alles. Was bin ich nicht? Musst du fragen. Frau. Frau bin ich nicht. Dafür haben wir ja Heres. Das ist das einzige Wahre, was ich mir gehört hab. Ich komm' aus Hamburg, weißt du. Das ist so in Hamburg. Ja, leider an die Leute gehen. Du musst halt doch mal jetzt bisschen die Schnauze legen, ja? Lass mich passen, sonst müssen wir dir ein bisschen den Mund zukleben. Genießt mal ein bisschen die Fahrt jetzt. Geht gut. Was ist das denn? Läger eine Grenzkontrolle? Das Kontrolle? Stark. Starker Bied, oder? Starker Bied. Das wär ein Vibra. Ey, ey. Wenn ich wegrasse, in der rosanen Gegklasse. Ey, ey. Oh shit, Digga. Promi Galabra, die Filme kenn ich. Und sie lachen alle dreckig vor dem roten Teppich. Wann checkst du eigentlich? Junge, bist du hässlich? Ich sag dir 20 Mal. Ich kann kein Englisch. Ey, mach zu hässlich, du Wichser, Digga. Der Joker fragt an Rappen, Bruder. Was ist das? Wie lange fahren wir noch, Bratan? Ey, lass doch mal an. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Aber Joker, bei den Verhandlungen mit der Polen und der Bundeswehr, da können wir uns mal ein paar Sachen ausdenken, die wir, oder die die machen müssen. Ja. Bei der letzten Geisel-Name, wo ich dabei war, gab's ein Rap-Battle. Da siehst du dich, oder? Rap-Battle? Natürlich, komm, wir machen ein Rap-Battle. Ja. Kein Problem, Bratan. Polizei gegen dich. Polizei, also Bundeswehr, Polizei gegen dich. Polizei-Battle gegen mich, Rap? Okay, komm. Ja. Komm, ich bin dabei. Bruder, hastig. Ich weiß nicht, was du heute geraucht hast, Digga, aber gib mal was ab davon, Bruder. Wirklich. Meinst du mich? Nee, nee, hastig, Digga. Ich wollte gerade sagen, Bruder, ich rauche nichts, außer Zigaretten. Hä? Ja, ich habe auch schon die Mühe. Ja, du weißt Bescheid. Ey, wie lange fahren wir noch zu der Bank, Bratan? Gleich da, Bruder, chill doch mal. Ja, Bruder, ich bin sehr ungeduldig. Ich habe irgendwas vom Rap-Battle gehört. Und wenn ich was vom Rap-Battle höre, Bruder, dann kocht's in mir. Verstehst du, wie ich meine? Es gab auch einen Mediziner, ich weiß nicht, ob der das, der kann aber auch richtig gut singen. Okay, scheiße. Okay, also da sind auch ganze Rapper dabei, ja? Scheiße. Ja, der hat mir gesungen als gerappt, aber mal gucken, ja. Scheiße, da bettelt mich einer bei GTA weg in meinem zweiten Leben da. Hä? Was ist GTA, hä? Du bist einfach zu rechts rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum, weißt du nicht, wo die Bank ist. Ey, Joker, was ist denn GTA, Digga, hä? Was ist GTA, Bratan? Hä? Das ist bei uns so ein Blazy-Spiel. Ach so, ach so. Ah, okay. Okay, das ist die Bank, ja? Ja, ja. Hey, da ist schon eine Geiselnahme. Ja, dann übernehmen wir die. Okay, dann übernehmen wir die. Ich glaube, die gehören zu uns, die gehören zu uns. Ah, die haben schon angefangen, wie die fangen ohne uns an? Warum fangen die wirklich, das ist nicht cool, ohne uns anzufangen ist nicht cool. Ich sag keinen Fall. Ey, ich bin Hausmeister geworden. Wollen wir mal reingehen? Ey, hast du nicht? Wer? Ach Quatsch. Das Panel ist dahinten ein Mann. Lass mich mal hier durch, ey. Komm mal mit, komm mal mit. Lass mich mal hier durch, ey. Komm mal deine Waffe raus. Ach hast du. Stell dich mal hier in den Kreis und geh mal bei ihm. Nein, 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 er soll nicht. Er soll nicht. Er soll nicht. Er soll nicht? Nein, nein, sonst kann er nicht raus und handeln. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Was kann ich nicht? Pablito, start mal. Pablito, start mal. Pablito, start mal den raus. Läge weg. Okay, alles klar. Wenn überhaupt geht. Ja, geht nicht. Wir haben ihn doch die Waffe. Okay. Ne, meins wurde er abgenommen von dem BVW selbst. Jungs, wollen wir einen Plan machen? Was ist passiert? Wo soll ich die machen? Du kommst mit raus, äh, mit verhandeln. Die Bank ist defekt mal wieder. Okay. Aber wir machen jetzt einen Geiselnahme hier. Ich schreib schon gerade einen Defekt. Wir machen aber trotzdem was geiles drauf. Okay, alles klar. Lass eine perfekte Geiselnahme machen. Aber wir bekommen doch kein Geld, wofür die Geiseln? Oder können wir Geld fordern? 100.000 pro Geisel könnten wir fordern. Ja, und das geht direkt in unsere Tasche. Ich hab noch eine Waffe, ne? Das darf ich nicht als Geisel, oder? Dann gib sie mir mal hin. Ein kleiner Einwand, Leute, ne? Kugo hast dich, Kugo hast dich. Leute. Wo sind denn die Wichser? Warum kommen die nicht? Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Oder? Ich sag dir ehrlich, dass wir in den Knast gehen, die Chance ist da, ne? Ja, okay. Geh mir habsig. Aber können wir da auch eine Gang beitreten? Im Knast eine Gang? Ja. Du kannst Mauern anstrahlen. Kannst du Mauern angucken da. Jetzt warst die Handbindung noch mal weg. Ich hab keine Handbindung hier. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. War nicht mehr. Ich glaub du hast AC Triggy Finger an. War aus Versehen, mein Bruder. Tut mich ehrlich. Hamza, was machst du denn hier eigentlich, Digga? Was machst du hier? Ich war vor dir hier. Bruder, ich wurde hergerufen. Von hast dich, Digga. Ja, genau. Und von mir hat er deine Nummer, du Vogel. Ach so, okay. Warum willst du... Soll ich dich hier... Nee, du... Weit und breit keiner, ja? Wo sind denn die Cops, Alter? Die kriegen schön als Begrüßung ein paar Schüsse auf jeden Fall auf dem Wagen. Wo gehst du hin? Bruder, ich warte auf die Cops. Die sollen als Begrüßung auf jeden Fall ein paar Schüsse abbekommen. Nee, nee, mach nicht, Alter. Die ballen sofort zurück. Die stürmen uns sofort. Okay, meinst du? Die haben Spezialeinheit und so. Die haben Spezialeinheit. Mann, so ist doch langweilig. Aber das ist schon... Aber ich schieß von ganz weit hinten. Bitte. Du kannst in die Luft schießen, aber du musst deutlich in die Luft schießen. Nicht auf die drauf. Okay, deutlich in die Luft, ja? Nee, aber pass auf. Wenn die sehen, dass wir schießen können, dann lass sie dich geradeaus umfahren, ne? Okay, scheiße. Aber die kommen nicht, Bruder, jetzt. Was ist das? Wir hätten schon zehnmal die Ball raus. Dauert immer kurz. Nee, nee, Bankraub dauert auch lange. Schließfächer, Knacken und so dauert ewig, sag ich dir. Ja, okay, das machen wir gerne, aber schließfächer, Knacken hört sich gut an. Bratan. Aber bist du bereit, mit der Bundesländer in der Pol zu verhandeln? Ich überhandle mit denen, ist kein Problem, Bruder. Was soll ich denn sagen, Bruder? Was wollen wir? Ich will 200.000 pro Geisel. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall eine Geisel für freies Geleit tauschen. Ansonsten kommen wir hier nicht weg, sonst ballern die sofort, soweit wir losfahren. Soll ich jetzt die Geisleit nicht spielen? Was soll ich denn sagen? Ja, erst mal. Okay. Ich habe heute ein Ding gewinnen, da hat einer gesagt, Marcel Heeres hat den größten Schwanz. Ja, ja, stimmt, das war heute in RTL. Ja, ja, richtig. Ey, hör mal zu, Joker, hör mal zu, wenn die Polizei jetzt gleich kommt, ja? Ja. Dann hast du nicht, ich wette mit dir, der hasst, ich versuch dir ein paar Dinger beizubringen. Bloß das Problem ist, der Typ hat einen Schwanz im Arsch, weißt du was mein? Du kannst nur von uns was lernen, Digga. Wenn da die Polizei kommt, dann redest du erst mal unnötig mit dem, ja? Nicht so, hey, können sie mir bitte für eine Geisel dies, das? Du sagst, hey, pass mal auf, du kleiner Bastard, Digga. Wenn du nicht willst, dass die zwei Leute hier sterben, bringst du mir dies und das. Hast du mich verstanden? Alles klar. So. Ey, yo, hast dich. Die fängst du dir auch nochmal, wenn du so eine Scheiße nahm hast. Verspick ich dich. Okay. So, wunderbar. Hast du verstanden, Joker? Ey, Bratan, dann verhandel du mal lieber mit ihm. Und wir verhandeln beide. Wir verhandeln beide. Okay, okay, wir verhandeln beide. Ich bin neben dir. Okay. Ich bin nicht gerne unhöflich, ich schieße aber gerne. Was für unhöflich, Digga. Du bist doch Joker, Bra, oder nicht? Ja, Joker, ich bin ein Gentleman. So, und ich bin Marcel Heres, Digga. Und wenn ich hier jemanden als Hurensohn beleidigen will, dann beleidige ich ihn als Hurensohn. Weißt du, was ich mein? So, zum Beispiel, pass mal auf, Digga. Hamza, du Hurensohn. Ey, du kleiner Bastard. Ich schwöre bei meiner Mutter. Wachst du noch einmal? Ich fixe. Oh, Allah, bitte. Ich hasse dieses Wort. Aber nicht zu mir, Alter. Ey, nicht so reden. So reden ist nicht cool. Doch, doch. Hamza, Hamza, du hast recht. So reden ist nicht cool. Nein, nein, nein. Er hat mich weg. Wir reden nicht. Wir reden so mit den Bullen, komm. Wo sind die Wichser? Richtig, Digga. Richtig. So machen wir das. Wo sind die Wichser? Wo sind die Wichser? Wo sind die Wichser? Ja, aber du weißt das, Marcel. Der Mann muss noch geboren werden, der mir einen Kopfschiss gibt, Digga. Ey, Bratan, du fragst. Hey, 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 hey. Schoka, mach keine Fakten, Bruder. Wer muss noch geboren werden? 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 Na zehnmal. Jetzt hab ich dich, Bratan. Jetzt hab ich dich. Du hast nochmal Glück gehabt, Scheiße. Wenn ihr den Raub starten wollt, muss einer drin bleiben mit der Waffe, ne? Ist klar. Bruder, mach nicht den Bushido, ja? Ganz langsam, Digga. Wie jetzt denn? Was? Ey, bist du nicht von Astes? Nein, ich bin nicht. Langsam. Ey, doch, warte. Ey, ey, bleib mal hier stehen, genauso wie du bist. Nimm mal dein Händen hoch. So, mach deine Kabelbinder. Ich hab die grad eben abgekriegt, Mann. Warte, Mann. Gib mir mal dein Ausweis. Ey, Digga, die Bullen kommen doch gar nicht. Ja, die brauchen immer ewig, das ist immer so. Muss einfach ein bisschen warten. Wollen wir denen entgegenfahren? Bringt uns ja nichts, wenn unsere Geiseln hier sind. Bruder, das hört sich nicht lukrativ an, was wir hier grad machen. Sag ich dir ehrlich. Naja, mal gucken, mal gucken. Also... Aber du hast ne schöne Maske, siehst aus wie ein Affe. Ich danke dir. Klebe, wollen wir. Moin, Meister. Was geht ab? Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt einer kommt. Was geht, Chat? Ich küss euer Herz, ich küss eure Augen. Was geht ab bei euch? Ich hoffe euch an, geht's gut. Schreiben wir die ganze Zeit. Beste, Chat. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben. Warte mal, ich ruf doch einfach mal bei der Bundeswehr an und frag wo die sind. Was? Macht die Überfall? Ja, wir machen gerade Überfall. Wir machen Geiselnahme gerade. Okay. Wunderschönen guten Tag. Bist du gerade im Dienst? Wir sind hier oben gerade an der Bank. Wir machen Geiselnahme. Warum kommst du nicht vorbei? Wir rufen selber Polizei. Wala, was ist das, ja? Ist doch Alp, ja. Ey, soll ich von denen einfach sein Gegner zu finden? Komm hoch jetzt hier. Was siehst du richtig? Oh, guck mal, hier ist doch Bundeswehr sogar schon gerade angekommen, Mensch. Okay. Ja, komm rein, komm rein, komm rein. Hola, Polizia. Wie geht's ihm? Verdammte Sessi, kommst du mir mal da nachher rüber? Komm her. Ganz kurz. Ich wollte euch nur mitteilen. Die Bundeswehr kann gerade nicht anfahren und die Polizei kann gerade nicht anfahren. Ich wurde nur geschickt, um euch das mitzuteilen. Wieso nicht? Okay, warum nicht? Weil wir gerade so viel zu tun haben. Weil wir gerade so viel zu tun haben. Wo seid ihr denn gerade? Mitkommen, du bist Geisel. Mitkommen, aussteigen. Ey, wer ist das denn? Aussteigen, du bist Geisel. Ist das Polizeiauto? So, einmal mit dem Rücken zum Auto. Leg ihn Handschellen an, noch ne Geisel. Schmeckt. Schmeckt. Okay, du funkt jetzt sofort durch. Du funkt jetzt durch. Bewegung. Ey, ey, ey. Leg dir mal Kabel hin an. Ich hab keine Gabel hin. Es wird keiner kommen. Warte, ich komm. Okay, funk durch. Sag, du wurdest als Geisel. Aha, da kommen die doch schon. Ja, ja, da sind welche. Ey, ey, komm. Seiß auf den. Seiß auf den. Geht rein. Okay, komm. Wie scheiß auf den? Scheiß auf den. Komm, mein Mann. Einmal. Egal, scheiß auf ihn. Egal, scheiß auf ihn. Er hat ihn einfach kalt gemacht. Hamza. Geh rein, verdammte Scheiß. Hast du ihn erschossen? Geh in die Bank. Geh in die Bank, verdammte Scheiß. Du musst ein bisschen entspannter sein. Das kannst du nicht machen. Warum? Er war erst Polizist gewesen. Oder was war er? Er wollte uns festnehmen. Er hat ja nichts gemacht. Du kannst dich einfach umballern. Ach so. Ja, du hast ihn gerade einfach, sag ich mal. Ohne eine Chance zu geben, dein Mann. Okay. Vielleicht hat er Kinder. Ah. Hast du recht, Bratan. Aber passiert. Er sollte nicht mit Joker so reden. Alles gut. Einfach in Zukunft aufpassen, damit er sich um den Kollegen da hinten gekümmert wird. Okay. Soll ich mich um den Kollegen kümmern? Hey Joker, Joker. Alles gut. Wir vergessen, dass du eben geschossen hast. Okay, okay. Wir vergessen selber. Du weißt, wo du dich platzierst am besten. Am besten. Hinter den Tesla. Hinter den Tesla, weil dann können die Koppers dich nicht abknallen. Weißt du? Okay, alles klar. Ich komme hinter den Tesla. Ja. Passiert euch hinter die Tesla und dann redet ganz laut. Aber ein bisschen entspannter wären da mit dem Zugfinger. Ja. 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 Nee. Guck mal, was treibt er da hinten? Die armen Guys sind da drin. Tun wir jetzt schon mal. Der sorgt glaube ich gerade dafür, dass die Kollegen hier kommen. Okay. Er hat auch einen Kopfschuss bekommen. Ich hoffe, das war deutlich genug, um ihm zu sagen, dass jetzt die Kollegen kommen sollen. Ja, das stimmt. Der Kopfschuss. Aber das wird ich es vergessen, ne? Wird vergessen. Ja, ja. Also ich hoffe, dass überhaupt einer kommt, ne? Ja. Ja, er meinte ja gerade, es wird keiner kommen, ne? Aber der hat bisschen Panikpartner gedrückt. Diese Penderung. Ey, wer ist es? Wurde denn hier geschossen? Wo wird hier geschossen? Ey, hört auf zu schießen! Bundeswehr. Wo? Wo wird geschossen? Bleib hin, bleib hin, bleib hin, bleib hin. Sonst wirst du gleich tot. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Wurde, geh weg. Wurde, geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Wurde auf die Schi ist, seid ihr echt dran. Aber die haben doch geschossen. Ja, aber ihr habt doch gerade von meinen Erstgeschossen, oder? Ja, aber das war aus Versehen. Bleib mal drin, bleib mal drin, bleib mal drin, bleib mal drin. Haben seid ihr alleine raus im Roter Bänder? Keiner fickt mit uns, Habibi. Nicht mal die Bundeswehr. Eres? Wo ist denn diese Bundeswehr? Ich komm in Frieden. Einmal nur wenig. Hallo, hallo? Ist hier wer? Ich hab Bock, sie abzuballern, zurück zu schießen. Entschuldigung? Ja, die haben aber Langwaffen, das ist gefährlich, Jungs. Ja, darf ich flucht die Luft? Die haben Langwaffen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schliefen die noch? Nein, 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 warte, die schießen nicht. Pass auf, pass auf, frechst du an ihn. Warte mal, ich kümmere mich um. Hören Sie mich. Kleiner Wichser, komm mal her. Geben Sie sich! Sie sind umstellt! Schieben! Wote holy an ihn versexpletasstrikt? Oh, hallo? Joker! Joker! Mit wie? Eier, das geht mit ihm so knacken! Was war denn denn? Was passiert? Die Bundeswehr. Ey, dieхste konnte man sichraum... turns funcionen. Nein, ich möchte das neighbours nicht. Was ist mit uns, Muda? Nicht mit uns. Was? Du hast gesagt, ich darf ihn machen. Äшь? swarm du glaubst du den mechanic? Legst du an die Portolen? Ja, ja, warte, ich mach aus, ich mach aus. Bruder, Joker, du kannst doch nicht anschießen, Bruder, Digga. Beratan, ich bin der Joker, ich mach eine höchste Sache. Und pissen jetzt halt, Alter. Ich geh jetzt raus, ich versuch Kontakt aufzubauen, warte. Bruder, die machen dich kalt, Hamza, geh nicht raus. Bruder, du kannst dich immer schießen. Ich liebe es. Der hat den zweiten Kopf kalt gemacht. Digga, der macht einfach einen Kopf kalt, Digga. Ja, das kannst du keine Ahnung. Ich kann den Herrn an der Glückwaffe sehen. Okay, komm, wir verhandeln jetzt. Was macht Joker, der fragt sich. Das war Verhandlung genug, Bratan. Wir haben genug verhandelt mit den Wichsern. Ich schrieb doch diese Verhandlung. Das ist Verhandlungstag, ey. Du hast uns so gefickt, ich sag dir. Du hast uns so gefickt. Warum hab ich dich gefickt? Ich hab gar nichts gemacht. Der Mann sagt, okay, wir verhandeln. Der Wichser kommt, wir knacken. Ich hab gerade zu dem gesagt, wie so eine friedliche Verhandlung. Du gibst ihm einfach Headshot. Ja, aber von ganz hinten. Quellen ihn rein. Okay, pass auf, wir machen das schon. Wir verhandeln jetzt neu. Wir sagen, wir schießen keinem in den Kopf. Die Bundeswehr wird gar nichts werden. Denkst du ganz ehrlich, die werden uns das glauben, verdammte Seiße. Nimm doch eine Geisel mit raus. Dann funktioniert das doch immer. Ja, dann nimm eine Geisel mit raus. Aber ich geh nicht raus, weil mein Gesicht mögen die bestimmt nicht. Guck mal, ey, guck mal, das sind Mitarbeiter des Monats. Da oben. Da hängen wir dich auch, glaube ich, hin. Ja, alles klar. Nehmen wir jetzt eine Geisel und gehen wir mit ihr raus. Wenn du aufwärst zu schießen, dann sehr gerne. Okay, ich schau jetzt auf zu schießen. Versprochen, ich schieße nicht mehr. Schieße wirklich nicht mehr. Pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Ey, du Schwein, nimm mich den Geiselgriff. Uff, ja. Nein, nein, gib sie nicht mehr. Ich pack die Waffe weg? Mann, okay, ich pack die Waffe weg, komm. Siehst du, weg. Okay, ich schieße nicht. Ja, erstmal verhandel mal, bevor ich rausgehe. Wenn ich rausgehe, kann ich noch ein, zwei Stück mit, Bratan. Jalla, Joker, komm mit, Digga. Okay, komm. Darf ich weiter machen hier jetzt? Ja, ja, eine Geisel geben wir denen, weißt du? Eine Geisel, wen geben wir? Must, weil der nervt am meisten. Must, komm mit du Peach. Aber Must ist bei der Waffe, da haben wir vielleicht mehr zum Verhandeln, oder? Nein, nein, haben wir nicht. Geh raus, du, please. Ey, ich küsse doch nicht raus hier. Schau doch raus hier. Warte, ihr seht euch die Westen. Okay, komm, ich bin dabei, ich bin, ich komme. Lauf doch mal, hallo. Ey, aber nicht schießen, ja, nicht schießen. Mast, ein Fuß vor den anderen setzen bitte. Mast, los. Los, lauf mal. Vor mir, lauf vor mir. Ich muss mich tarnen, sonst sind alle los und wegdrehen. Gib den Toast, wo ist Toast? Geh zu Toast rüber, rechts rum, rechts rum. Oh, da sind voll viele. Ja, ja, her damit, her damit. Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir. Komm, du, bleibst mit draußen, bleibst mit draußen, musst mit verhandeln. Okay, komm. Hör zu, hör zu, hör zu. Hey, moin. Ich hätte gern einmal einen Spanzen gekriegt, McNuggets. So, Joker, du kannst machen, was du willst, Bruder. Beleidige sie. Was du willst, aber schießen. Okay, nicht schießen. Damit haben wir den Fehler wieder gut gemacht. Komm mit jetzt, komm mit. Okay, okay, wir schießen. Okay, komm, komm, wir schießen, ich komm. Ey, yo, Toastie, bist du da, oder was? Ey, Bratan, komm mal rüber zum Verhandeln. Ey, Toastie! Komm rüber, Bratan. Wallah, sonst schieße ich den in den Kopf. Nein, 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 er meint natürlich, äh, äh, äh. Komm einfach zum Reden, komm jetzt her. Sonst gibt's Schießereien. Ey, Olaf, komm mal her hier. Moment mal. So. Ist das dein Scheißernst? So, Olaf, hör mir zu, du kleiner Bastard, ja? Was machst du denn schon wieder hier? Ich und Joker haben jetzt den Laden hier übernommen. Hast du mich verstanden? So, du hast jetzt... Warum lachst du, hast du grad gelacht? Fandest du das witzig? Hat's für das Casino nicht mehr gereicht? Fandest du das witzig? Warum lachst du? Warum lachst du aber? Ja, fandest du das witzig? Ja, fandest du das witzig? Ich finde das sehr witzig, ja. Deine zwei Kollegen fand's grad auch richtig witzig. Ich finde das witzig, ja. Weißt du, wie die gelacht haben, deine zwei Kollegen? Sollen die die Geisel töten jetzt, oder was? Ihr wärt schon längst tot, wenn ich das gewollt hätte. Seid mal froh. Du bist längst tot, wenn ich das will. Hast du verstanden? Ja, klar warst du da. Mit ihm redest du. Ja, ihr habt nen Kollegen erschossen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Jetzt? Hey! Ihr sagt dir F***! Du kleiner Wichser! JOKER! 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 Zwischster! Warum ziehst du in Schwab und sagst du Bastard, geh auf den Boden, dein Schießen, dein JOKER! Nein, ich will ihn ja schießen! Er hat zu viel geredet. Er hat einfach zu viel geredet. Das ist so dreckig, Bruder! Es ist mir scheißegal, Mann, Dicker. Und er ist frech zu mir, Bruder. Dann muss er weggeballert werden, Bruder. Ganz einfach! Keine lange Politik. Und wie lange hast du activism? 10 Minuten? Ja, du musst warten. Ich warte 10 Minuten, dann komm ich wieder und dann werde ich sie wieder töten. Hör mir zu! JOKER! Wenn du momentan bist! Was du machst ist so wie jeder Auge der Banner. So ein Dänzer mit der Ole Missiana Hose ist ja ins Wöde. Ich hab nichts damit zu tun. Im echten Leben wärst du... Das ist wie dein echtes Leben. Du bist jetzt eigentlich tot. Verstehst du? Aber ich hab ihn mitgenommen. Ich hab drei seine Filme geknommen. Ich hab meinen Namen gemacht. Hey, Sani, ich mach mal ran. Heute bist du raus. Egal wem. Ich erklär dich gut. Fällt da nicht direkt ran. Leben retten. Das ist wie dein Leben. Ihr braucht keine Ausbildung. Ihr sollt direkt Atmung leisten, bis die Mediziner da sind. Genau. Wer glaubt, dass der Nächsten, den er sieht, einen Headshot kriegt. Eins im Chat, bitte. Wer hat in seine Geschichte geglaubt? Zwei, wer nicht glaubt, eins. Der Typ ist im Schwarz. Ich will gucken, wer er dir glaubt. Ich will gucken, wer er dir glaubt. Eine, zwei ist er dir glaubt. Sieh, eine, zwei, Habibium. Ich schieß den zweiten in den Kopf. Wir brauchen sofort Mediziner. Wir schießen nicht. Spiel die Rolle. Sei behinder. Und hier liegt auch ein Schwein auf dem Boden. Lassen Sie das mal lieber verbluten. Nein, nein, nein. Lass mich nicht verbluten, bitte. Lass mich nicht verbluten. Schieß auch nicht mehr, Bratan. Versprochen. Versprochen, Bruder, herzlich. Ich werde nicht mehr auf euch ballern. Also. Wer schießt denn noch? Ja, wenn wir sagen, lass das Schwein auf dem Boden verbluten. Ja, die reden über dich normal. Du bist das Schwein auf dem Boden, Bruder. Scheiße, ich bin das Schwein auf dem Boden, Bruder. Du lass mich einfach verbluten. Ja, komm, ich zeig dir. Warte, 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 ich bin da mit. Ich bin da mit. Ich muss dir einmal zeigen, wie das geht, Mann. Hier, das Schwein hat einfach auf den Boden mit den Fuß geschossen. Nein, weißt du nicht, Bruder. Das Schwein. Also nicht das Schwein, sondern das Schwein. Wir haben uns umstaut, Bruder. Aber einer hat einen mitgenommen. Ich hab trotzdem mal mitgenommen. Und zwei davor mitgenommen. Wir haben ihn gerade einfach so abgeknallt, ja. Wir müssen das mal aufziehen. Wir standen noch auf dem Dach und haben gesehen, wie sie einfach den Toast in den Kopf geschossen haben. Entschuldigung, mir geht's. Warte, wenn du aufstehst, mach so. Aber Toast, schaff das, der ist hart im Leben. Oh mein Gott. Ich hab den letzten Auto hier in der Wacht. Genau. Mach diese Ruhe. Genau, jetzt musst du lügen. Okay, ich liege, mein Gott. Wenn alle, die geisternd sind, wenn die durchsucht sind, bitte erstmal an einem Ort, Hey, sind das Deutsche? Warum? Deutsche Bundespolizei? Sind wir in Dortmund? Wirklich in Dortmund? Ja. In Dortmund. Du bist gerade in Dortmund. Scheiße, Digga. Ey, scheiße, Bruder. Ey, lass mal nach Berlin, Bruder. Was soll ich in Dortmund? Ich hab auf jeden Fall den Server mit... Ey, Bruder, tut mir leid, wenn ich dich erschossen hab, wenn du das siehst. Ja, hab ich behauptet auch, dass er eine Geister bei euch hat. Es tut mir leid, wenn ich dich erschossen hab, wenn du das siehst. Es tut mir leid an die drei Kollegen, die ich erschossen hab, von der Bundespolizei hier im Spiel. Ja, wenn er eine Pistole dabei hat, dann würde ich mal ganz... Ja, wenn er eine Pistole dabei hat, dann würde ich mal ganz... Da ist erstmal ein Spiel rein. Es wurde gesehen, wie er mit... Du weißt doch, Bruder, mal. Du hast auch provoziert, Bruder. Sag ich dir ehrlich, Bruder. Da kommst du mir die Karriere, das fährst du mit mir auf einmal, Bruder. Ich musste reagieren, Bruder, so. Du weißt doch, Bruder. Sonst ist doch langweilig, Bruder. Ich krieg so, Herz Chat, was geht ab? Ich liebe euch. Danke an alle, die zuschauen. Das Feuer öffnet, Bruder. Ich muss doch ins Spiel reinkommen, dieses Rollplay. Aber Bruder, wenn ich mich provozieren, werden die weggeballert, Bruder. Das werde ich hier auf dem Kanal drehen, Bruder. Die dürfen mich nicht auf jeden Fall reizen, Bruder. Diese Wichser. Warte, ich hole mir schnell was zu trinken. Wo sind denn unsere Mediziner? Ich bin eine Minute wieder da. Dürfen wir noch nicht agieren, sagt Morningster. Jungs, hab ich nicht mehr agiert. Okay. Da liegt nur einer hinterm Panzer. Wer schießt denn hier? Sehr gut. Gibt's schon eine Nachricht, wann die Mediziner da sind? Ja, keine Ahnung, wenn ihr jedes Mal die Scheiße für den Gegner, äh, von den Verbrechern reinläuft, dann wundert's mich auch nicht. Nein, endlich. Ich hab Maskt! Erzähl, Generalinspektor zuerst hier. Generalinspektor? Ja. Ja. Hier, der Generalinspektor zuerst. Oh Mann. Toast. Mein Alter. Mein Alter. Bei mir haben sie eine Gitarre. Bei mir haben sie auch eine Gitarre. Ja. Und das hier ist der Generalinspektor. Die hatten alle die Hände oben, also mit Leier. Hier, wer hier liegt, hier liegt der bei mir, der Generalinspektor. Hier, wer hier liegt, hier liegt der bei mir, der Generalinspektor. Das ist ja wirklich eine Gitarre, aber das waren Bongos. Ich bin ein Herzschlag von Toast. Hier liegt der Generalinspektor. Okay, mir wurde gerade hier gesagt. Ja, ne, sie haben da einen Täter. Scheißegal. Ja, super. Na ja, gut. Ich bin gleich gerade hier. Sind sie alleine? Ähm, äh, sind Hensa, hi. Ähm, im Moment sind wir sechs Leute insgesamt. Warum ist hier nur einer hergekommen? Ähm, auch drei. Dekka, die werden alle weggeballert. Okay, oah, oah, wo bin ich hier? Was ist passiert, Alter? Scheiße, verdammte. Warte, hab ich meine Schafe noch, Alter? Ja, kann ich nicht sehen. Ey, wie komme ich hier raus, Alter? Wo bin ich hier? Scheiße, Shad, wo bin ich hier? Ich muss hier raus, Alter, das ist Klanghaus bestimmt. Boah, Geldautomat, warte mal. Bist du noch für... Ich bin kampfunfähig, 20 Minuten? Was ist das für ein Film, ja? So scheiße, Bruder, Alter. Hier komme ich nicht durch, Bruder. Was geht hier ab? Oh, oh. Hörst du uns? Ey, was geht ab? Hörst du uns? Ich höre euch. Ey, was ist mit deinem Gesicht passiert, Bratan? Hallo? Hallo, hörst du uns? Hörst du mich? Hört dich gerade nicht. Wir hören dich nicht? Bratan, hörst du mich? Ja. Jetzt hören wir dich. Alles klar, was geht ab? Es tut mir leid, ich war nicht bei mir, Alter. Ich habe Tabletten nicht genommen. Du musst aufpassen, ne? Gerade was die Waffe angeht, Waffe ist immer letzte Wahl. Alles klar. Das ist hier, wir spielen hier das Leben nach, ne? Okay. Und du musst da aufpassen. Die Waffe kannst du nicht einfach zücken und losschießen, gerade wenn die Bundeswehr komplett vor dir stimmt. Okay, okay. Ich war wirklich nicht bei mir, das war irgendwie... Das war meine zweite Sicht, ich bin schon zufrieden. Alles klar, du kannst jetzt, guck mal, wir sind jetzt RP-Pull, also das heißt, mit uns kannst du offen kriegen, weißt du, wenn du, du brauchst jetzt hier nicht so deine Rolle spielen, du kannst uns offen reden. Wir sind da, um dir zu erklären, was zum Beispiel besser gemacht werden kann und was nicht, weißt du, also was gut war, was schlecht war. Okay. Du kannst, du musst dir so vorstellen, du bist quasi neu in der Stadt, du kennst keinen, du hast keinen, du hast eigentlich nichts, weißt du, so musst du dir vorstellen, du bist eigentlich nichts. Ja. Du musst dich quasi so von unten nach oben aufbauen, so ist eigentlich der Gedanke, so weißt du. Okay, alles klar. Du hast natürlich, du hast einen kleinen Trashkurs übertrieben bekommen, weißt du, bei dir ging es so ein bisschen von jetzt auf gleich so, aber es ist auch okay. Okay. Aber du musst dir vorstellen, schießen ist so eigentlich so... Letzte Mittel, letzte Mittel. Genau, eigentlich komplett letzte Mittel, so ist es gedacht, weißt du. Alles klar, okay, dann schieß ich Leute nur zum letzten Mittel, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ja, genau, so, genau, Worte sind ja auch klar Waffen, aber man muss auch mal schlucken können, weißt du. Ja, also du weißt, was ich meine. Hätte das jetzt jemand reportet, gemeldet von denen, ne, dann hätte ich ein größeres Problem. Haben die jetzt nicht gemacht, ne, die wollen die Situation weiterlaufen lassen. Okay, tut mir leid, ich entschuldige mich bei jedem von denen. Alles gut, alles gut. Das ist ja, guck mal, du machst das jetzt noch nicht so, aber du musst halt so... Versuch erstmal so langsam anzufangen, weißt du, du kannst ja dann irgendwann so, wenn du in der Gang bist, wenn du so Rücken hast, sag ich mal, kann man da vielleicht so ein bisschen... Wenn du Rücken hast, sagt der mir, dann kann ich Welle machen oder was, dann kann ich Pax machen. Dann kannst du auf jeden Fall, guck mal, gestern warst du bei Kali da oben, die haben auf jeden Fall, sag ich mal, schon einen kleinen Namen, weißt du, die können da schon ein bisschen mehr Welle machen auf jeden Fall. Aber du weißt doch auch, wie die auswollen so, weißt du. Aber komm, ich will eine Gang gründen, die mehr als Kali, die mit Kali mitmischen kann, dass wir wirklich Konkurrenten sind. Ja, das wird auf jeden Fall nicht von heute auf morgen gehen, sag die, wie ist das. Das ist auf jeden Fall, da musst du... Was muss ich denn da machen, Digi, erklär das mal. Na, da musst du auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen Zeit mitbringen. Aber, Bro, ich will mir die Motherfuckers neu ins Team, Bruder. Ich geh aufs Ganze, ich geh aufs Ganze, Bruder. Mach wie du willst. Ich mach keine halben Sachen hier, Bruder. Scheiße, aber dich hab ich nicht getroffen, Bruder, weil dein Gesicht sieht so komisch aus. Ja, ich hab... Lass es einfach so stehen, lass es stehen. Nein, also, wir haben gar nichts... Guck mal, wir sind so... Wir sind so wie Götter, du liest uns nicht. Wir sind immer da, aber wir sind auch nicht da. Okay. Weißt du, guck mal, wir können hier so ihn machen, dann bin ich wieder da. Okay. Wie Admins, weißt du, wir können so... Okay, alles klar. Du kannst machen, was du willst. Ich kann machen, was du... Du kannst auf mich schießen, ich werde nicht sterben. Okay, krass. Und so weiter. Ähm, aber es ist genau um euch, sag ich mal, oder Leuten, wenn sie Fehler gemacht haben, weißt du, denen wir mal so sagen, was falsch gelaufen ist. Ach so, dann kommt ihr beide und werdet mir auf jeden Fall erzählen, was Sache ist. Na... Ja, so ungefähr. Okay, alles kann nicht. Ich versteh schon. Guck mal, ich versteh jetzt auf jeden Fall den Sinn des Spiels. Ich versteh den Sinn des Spiels. Ich hab jetzt ein bisschen Spaß gemacht, ich hab ein paar Leuten in den Kopf geschossen. Genau. Weil es witzig war. Aber jetzt... Okay, jetzt versteh ich... Denk mal dran, die Leute, die gegenüberstehen, sind auch Menschen, weißt du? Und alle Spieler. Und wenn du die einfach umknallst, die können nichts mehr machen. Die sitzen da und, weißt du, denkt man dran so... Spaß muss auf beiden Seiten sein, weißt du? Scheiße, ja... Dann kann er zehn Minuten nicht mehr spielen, oder was? Ja, zum Beispiel. So wie... Ob du Deutscher... Dann kannst du... Der kann erst mal... Chillen. Der kann sich erst mal entspannen. Okay, ich versteh schon, was Sache ist. Also... Das Ding hier, weißt du, du hast hier noch... Eigentlich hast du hier eigentlich noch wirklich noch nix, weil du bist ja erst seit gestern da so ungefähr, weißt du? Dann musst du erst mal gucken, dass du dich erst mal nach oben arbeitest, weißt du? Okay. Mein Handy klingelt. Und warte, so... Der Handy klingelt. Dann drück mal F9. F9, warte. Und der nächste mal kurz ran da. Wir sind erst mal weg, ne? Okay, wir sind erst mal weg. Okay, pass auf. Yo, Noss, was geht ab, alles klar? Ich sitz nach oben im Bundeswehrauto, ich bin noch gefangen. Scheiße, ich bin hier am... Irgendwo am... Scheiße, ich bin im Krankenhaus oder so, hier läuft ein Fuchs rund. Du bist am Krankenhaus, du bist am Krankenhaus. Das Problem ist, ich komm hier wahrscheinlich nicht raus, ich werde wahrscheinlich gleich schön in den Knast kommen. Hallo? Okay, Scheiße, wie kann ich nicht raus in den Knast? Geh mal weg, ich telefoniere. Siehst du es nicht, Mann? Ja, Mann, Mann. Ey, wie soll ich dich raus holen aus dem Knast? Wie soll ich dich aus dem Knast raus holen? Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Bring mich lieber selbst in meine Sicherheit. Schau, dass du ein bisschen was Geiles erlebst. Ich komm da schon irgendwie durch. Ich melde mich... Scheiße, Dicke, du bist wirklich im Knast. Kacke, Bruder. Ich küsse deine Augen. Scheiße, Bruder. Ich sitz wirklich im Knast. Ja, das kenn ich gar nicht. Ich fick mein Leben. Es tut mir leid, Bruder. Ich mach Bruder ernst. Scheiße, Bruder. Du bist einfach im Knast wegen mir. Ich küsse deine Augen. Es tut mir leid. Kann ich dir Essen vorbeibringen? Irgendwas? Besuchstag? Alles gut. Alles gut. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich melde mich nochmal bei dir. Alles klar, Bruder. Pass auf die Show. Haram. Bis dann, Bruder. Achso, ey. Wie komme ich aus dem Krankenhaus raus? Du musst, glaube ich, zu einem Punkt laufen, da hast du einen Marker auf Bohnen. Da musst du E drücken. Warte. Und von dort aus dann einfach zur Tür rauslaufen. Okay. Alles klar. Ich probier mal. Ich guck mich mal um. Alles klar, Bruder. Pass auf dich auf. Ich küsse dein Herz. Pass auf dich auf. Alles klar, Bruder. Alles klar, Bruder. Was machst du denn hier, Bratan? Was wolltest du von mir? Bitte schön. Nein, ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo man hier zum Arzt kommt. Aber alles gut. Alles gut. Wo ist hier der Ausgang, Bratan? Weißt du, wo der Ausgang ist? Ja, ja. Komm mit. Zeig mir mal den Ausgang. Alles klar. Schuh, Hamza. Du hast uns gefickt, Bruder. Du hast uns gefickt, Bruder. Es tut mir leid, Bratan. Ich war ein bisschen. Ich habe meine Tabletten nicht genommen. Aber ich habe gehört, der eine ist ins Knast gekommen, ja? Welcher? Der eine ist, Nos, Nos hat mich angerufen, der ist im Knast, Bruder. Okay. Du hast ihn gefickt. Es tut mir leid. Gib mir mal deine Nummer. Weißt du, wie das geht? Äh, warte mal, ich, äh, warte. Ich gehe auf Handy. Ja. Warte mal, was F9 war. Ja, genau. Dann gehst du auf diese sechs Punkte. Ja. Einstellungen. Einstellungen. Und da oben steht deine Nummer. Okay, meine Nummer ist 0172. Ich sehe gar keine. Ja. Dann sind wir jetzt 01726. Nein, ja genau, 26. Dann 3-3. 3-3. 8-0-4. 8-0-4. Genau. Okay. Natürlich Nummer austauschen und so, ja? Du musst mich an, Fabrika, für dicke Dinger. Ich bin immer am Start, du weißt. Ja, Bruder, du musst ein bisschen Dings. Du musst, ähm, wie soll ich sagen, Bruder? Damit du Spaß hast, du musst so... Du musst so... Weniger schießen. Nicht schießen, Bruder. Du musst so alles in Alltagslänge ziehen, weißt du? Damit das... So wie ein Film, Bruder. Es muss eine Serie werden, wo du nicht weißt, wann es endet, weißt du? Wo immer neue Sachen auf dich zukommen. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Dann lass mal. Warte, hab ich meine Gnade noch, Bruder? Nein, nein. Die haben dir weggenommen, die Bullen. Scheiße. Ich hab was. Alles easy. Ja, okay. Dann gib mir mal bitte eine, dass ich immer eine bei mir habe, weil das ist sehr, sehr wichtig, Bruder. Gib mir mal hier. Wir müssen zum Auto. Ich hab die im Auto eingelagert. Okay, alles klar. Komm, wir gehen zum Auto, Bruder. Ich jetzt rein. Schuh, Chebabs, was geht ab? Alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Ich hoffe, alles gut bei euch. Schuh, wie geht es euren Kollegen? Alles besser? Joker, hör du mal zu, Digga. Ja, Junge, ich brauche... Ich brauche da, Bruder im Krankenhaus. Seid mal kurz leise, Digga. Ey, Joker. Ja. Das ist der Typ, den du gerade abgeknallt hast. Es tut mir leid, Bruder. Hör mir zu. Das ist Olaf Thorsten. Ja. Das ist die oberste Bundeswehr, ja? Okay, hallo Olaf. Ja, ja. Salam. Das ist Joker, Olaf. Moin Joker. Was geht ab? Ey Bratan, pass auf, hör zu. Ich habe meine Tablette nicht genommen. Ich bin etwas zufrieden. Was? Deswegen habe ich dir in deinem Kopf... Deswegen, versteh mich mal nicht falsch, Bratan. Das kann ja mal passieren, Digga. Jeder hat mal schlechte... Also, passiert nicht mehr. Ich schieße auch nicht mehr auf dich. Olaf. Alles gut. Der kann was abhauen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, trotzdem. Der ist von meinen alten... Weißt du? Aber du hast eine schicke blaue Mütze, die gefällt mir. Ich? Ah ja. Ach so. Alles klar. Aber meiner ist auch gut. Guten Morgen, du solltest auf jeden Fall deine Tabletten nehmen. Ja, ich brauche auf jeden Fall Tabletten, Bratan, du weißt. Auf jeden Fall, ey. Sorry nochmal für alles und äh... Du musst dich nicht entschuldigen, Digga. Okay, dann scheiß auf euch. Dann was soll ich sagen? Wie? Was soll ich machen? Nein, wir haben dieses Auto hier. Das ist mein China fixer, Digga. Ja. Mein Auto! Sag wohin dann? Hallo? Warte. Chill nochmal. Chill nochmal, chill nochmal, Bratan. Hahaha. Chill nochmal, Bratan. Chill nochmal. Chill nochmal, Bratan, chill nochmal. Warte. Hahahaha. Chill nochmal. Du rutschst so viel wie du. Aaaaah, Scheiße. Weg, Cousin. Weg ist dein Zähler. Warte, check mir dem ab, was der hat. Oh, tschüss, die geklasse Abo. Die verfolgt mich. Scheiße, warum hackt du's jetzt? Nicht jetzt, Bura. Nicht jetzt. Epa. Epa. Warte, ich muss mich anschneiden. Sehr wichtig. Scheiße, ich bin in einen Baum gefahren. Ey, ich brauch ne Knarre. Leute, wo krieg ich Knarren her? Ey, ich bin behindert, ey. Ich bin echt lieb, ja. Ich bin echt lieb, ja. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin echt lieb, ja. Wie ist das? Scheiße. 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 Wer ist der Amsar? Ich muss ein paar Fragen stellen. Wie komme ich zum Waffenland? Ich brauche nur ein Waffenland. Ich brauche nur ein Waffenland. Weißt du, wie ich zum Waffenland komme? Und ob ich genug Geld habe? Nein, warte mal. Ich habe 3 Millionen. Ich weiß nicht, ich glaube das kostet hier mehr. Wo ist denn die Ammonation hier? Nein. Ist einer neben dir noch gerade? Nein. Okay. Okay. Hey Chat, wo ist die Ammonation? Es gibt keine Ammonation. Wo ist denn der Waffenjob? Was haben die dir gesagt? Bruder, jetzt nichts. Die haben mir eine Waffe immer geschenkt. Ich dachte, die haben dir jetzt gesagt, du sollst hinfahren. Du kannst keine Waffen kaufen. Warum? Kali, aber sorry. Ey, nur B-Skill, nur Meter. Du darfst nicht Sachen vom Chat benutzen, was der Chat dir schreibt. Ich küsse euer Herz. Warte mal. Okay. Alles klar. Warte, ich sitze mich neben dich. Wir kommen hier. Okay. Alles klar, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Du redest. Ich mache die Dings einfach. Okay, komm. Aber du musst das Maik dann mehr bei dir legen. Was geht da? Bratans, Bratinos und Vatuchas. Du weißt Bescheid. Berlin, lebe. Ich mute dich auf jeden Fall. Okay. Aha. Ich habe ein Auto geglaubt. Ich habe GTS auch noch. Weißt du? Ja, ist kein Problem. Okay. Wie finde ich Kali? Oder wie finde ich? Was meinst du, wo die sind? Du darfst doch nicht fragen, den Chat habe ich schon. Nein, ich frage nicht. Ich überlege gerade selber. Warte mal. Ich fahre mal zum Würfel. Bruder, jetzt warte mal. Ich will schnell was zu essen, okay? Okay. Wie viel? Willst du auch noch mehr? Ja, ich will. Okay, geil. Okay, warte. Soll ich dich mal kurz zeigen, wie das geht? Was geht jetzt? Wie geht's euch? Alles klar? Was ist für ein Drecks, Alter? Okay. 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 Er hat nicht. Er hat Dingsnummer nicht. Von Hamza. Hm. Okay. 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 Warum rufst du gerade? Wiener? Aha. Wo bist du? Ah, Hamza. Hier. Schick. 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 Geht dann? Guten Morgen. Ich schmecke dich jetzt. Ich komme. Ich fliege zu euch. Freunde, ich liebe dich. Was sagst du? Mittlerweile, ich liebe dieses Deutsch, Bruder. Es macht mir so Spaß, Bruder. Ja. Ist geil. Ich warte ja, einfach so mit den Leuten reden. Ich liebe euch auf jeden Fall, danke schön dafür, dass ihr ihr immer einschaltet. Danke schön, dass ihr abonniert und folgt und alles gut. Und das sehr, vielen, vielen Dank. Wenn der Bratan, äh, äh, sein, äh, oh, warte mal, ich klicke an. Kann ich in den Schrank gehen? Doch, 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 das ist schon. Ja, Kuzin, wo bist du? Ey, Bratan, wo bist du? Wo soll ich denn kommen? Bratan? Warum hängt das an? Ja, Bratan. Ey, Bratan, hörst du mich? Ja, Bruder. Wo soll ich hinkommen, Bruder? Schick mir Standort, ich hol dich ab, Brat. Okay, warte. Sag da stehen und schick mir Standort, ich bin eine Minute da, ja. Bruder, tut mir leid, ich bin Shitzo, weißt du? Ich kann manchmal damit nicht umgehen und so, weißt du? Ich schick dir jetzt meinen Standort, Mann. Bruder, keiner fickt uns. Schick aus. Ja, ich fick aus. Ja, 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 ich werd abgeklemmt, verdammte Scheiße, die schießt auf mich! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Das ist ja... Verdammt, ich war zum Würfelpark, Hamza. Ich war zum Würfelpark. Ich war zum Würfelpark. Jalla, ich komm da hin. Okay, okay, ich weiß aber nicht. Ey, 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 warte. Welche Postleitz hat ist der Würfelpark? Bruder, bleib einfach irgendwo stehen, fahr irgendwo rechts ran, schick mir Standort, ich hol dich. Aber die sind hinter mir. Die sind hinter mir. Schrei laut, schrei laut. Sag ey, 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 Jungs, ich bin von Hamza. Ey, ey, Jungs, ich bin von Hamza. Lass mich schon leben, verdammt. Aber die sind hinter mir, die sind hinter mir. Was soll ich tun? Halt dann jetzt. Achso, warum schießt du dann auf mich? Ja, weil du wegfährst, verdammt nochmal. Okay, okay, okay. Okay, okay. Verdammte Scheiße, ich bin um mein Leben gefahren. Bruder, ich bin von Hamza. Ich schick dir jetzt Standort, Bruder, ja? Okay, yalla. Bis gleich. Jungs, die haben den Joker hoch genommen. Ja, Mann, wer bist du, Mann? Warte, verdammte Scheiße, ich bin der Joker, wer seid ihr? Was für ein Joker, ihr Salami, was redest du da? Verdammte Scheiße, ich bin der Joker, ich bin der Schweine-Joker. Seht ihr die Schweinemaskie? Das ist für ein Joker, ihr Salami, mach mal die Hände hoch. Okay, 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 warte, warte. Ich hab Muskeln, ich hab Muskeln. Ich hab Muskeln, ich weiße. Geh mal weg, geh mal weg. Trä dich um einmal. Trä dich um, trä dich um zu mir mit dem Rücken. Trä dich um. Ja, verdammte Scheiße, okay, bleib doch entspannt, man. Bleib doch ruhig, Mann. Meine Fresse. Bruder, sie haben mich gar nicht mit dem Rücken. Ach du Scheiße, du hast sehr... Das hängt, Bruder. Das hängt, Bruder. Zwiegherz haben wir den Stabion neu. Ja, natürlich Stabion neu. Okay, lass mich mal... Bruder, so musst du spielen. Verstehst du? Das spielt wie eine Rolle. Okay, alles klar. Ich baller den in den Kopf. Ich glaub mir die Wichser. Ich glaub mir die Wichser alle. Die kommen von mir nicht weg, Bruder. Die kommen nicht weg, Bruder. Bruder. Read the error. Error loading your character. Drum, 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 drum. Okay, was ist das jetzt? Der Server hat einen Crash, glaube ich, gerade. Wirklich, ja? Scheiße. 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 Hat der Server gerade einen Crash-Chat? Muss kurz warten. Warte. Steam öffnen. Steam ist doch bei uns ganze Zeit offen. Steam ist doch offen bei uns, Bruder. Sonst könnten wir ja nicht zocken. Team ist offen. Alles ist offen. Musco, Team, Speed. Rockstar sogar. Ah, okay. Okay, du musst jetzt die Situation weiterspielen. Wir haben uns gerade Geisel genommen, Bruder. Okay, warum haben die mich aber Geisel genommen? So, Bruder, die wollen dich Geisel nehmen. Ja, aber wenn ich einen den Kopf schließen will, ist das auf einmal nicht mehr normal. Komm, Mann. Komm. Mach einfach. Ja. Mach einfach. Bruder. Ah. Ich schwimme jetzt meinen GTS, Bruder. Dann setze ich da rein mit einer... Ey, ich brauche eine Waffe. Ich müsste überzeugen, mir eine Waffe wieder zu geben, Bruder. Sag dir ehrlich. Leute, was sagt ihr dazu? Brauche ich eine Waffe, Alter? Ja, wer durch die Waffe wird. Mal warm fühlen, Herr wie das hat ges collegt? Kann ich sagen? Was sind die Waffe zur Icken Bruder? Im Herzen. Nein, natürlich habe ich keine Waffe. Mann, Alter, Bruder. Das ist doch nicht cool, Bruder. Was soll ich jetzt machen, Alter? Einfach einsam. Ach, Scheiße. Ja, Bruder. Ja, was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Hallo, Bruder, ich höre dich nicht. Hörst du mich jetzt? Ja, wo bist du, Bruder? Bruder, ich bin hier irgendwo auf einer Straße, auf einer Brücke. Hörst du mich ab, oder was? Ja, kannst du mich dort checken. Weißt du, wie das geht? Auf WhatsApp, danach auf meine Nachricht. Richtig GPS senden. Alles klar, ich check mal ab, wie das geht. Okay. Ciao, ciao. Schuh. Schau dir die Hälfte davon ab. Alles gut, alles gut. Du bist mein Bruder. Hey, Bra. Hey, Bra, warte, ich telefoniere kurz. Soll ich dich abholen, komm? 21 UPD wäre geil, ja. Alles klar, 21 UPD hole ich dich ab mit meinem Bratan Hamza. Dabei. Perfekt, perfekt. Alles klar, Nuss. Dann bis gleich, mein Bruder. Danke, dass du uns nicht verraten hast. Hust. Dankeschön, dass du uns nicht verraten hast. Dabei. Kein Thema, natürlich nicht, natürlich nicht. Bis gleich. Bis dann, ciao. Komm, lass diese Autos stehen, Bra, komm rüber. Warte, ich weiß nicht, wie man diese Karte zumacht. Warte kurz. Warte, warte. Ey, wir müssen 21. Escape, Bruder, Escape. Wir müssen 21 Uhr Nuss abholen gehen, ja. 21? 21 Uhr kommt da raus, der Bratan. Der hat uns nicht verpfiffen, der hat für uns gesessen. Wallah. Stabil. Stabil. Wir müssen ihn, wir müssen ihn auf jeden Fall. Solche Brüder gibt es nicht oft, Bruder, die einen nicht verraten. Ja, hast du recht, deswegen muss man den auf jeden Fall halten. Natürlich, Bruder, solche Leute sind wichtig. Auf Nuss kann man sich verlassen, der war seit Tag 1 dabei. Hugo. Hugo, Habib. Hugo, Hugo. Hugo, Habibi, Hugo. Der ist, der ist Hugo, ich bin Boss. Boah, was geht hier, Bruder? Boah. Was ist das, Militärpolizei? Ne, ne, Bruder, das ist normale Polizei. Hier ist, ah, die machen Bankraub. Sperrzone, einmal bitte umdrehen. Sag halt deine Schnauze, du Manier. Umdrehen und zurückgehen. Dieser Wichser, was wollt ihr? Wollen wir da nicht mitmachen, oder was? Einfach mit reingehen. Bruder, da ist Schmerzonne, wenn du da reingehst, die schießen direkt. Die haben direkte Freigabe. Okay, scheiße. Freigabe ist nicht gut. Nein, nein, überhaupt nicht gut, Bruder. Guck mal, da oben auf dem Dach, siehst du? Oh, einfach den Heli-Ramm von der Seite. Damn! Sollen wir Heli fliegen? Ich hab auch ein Heli. Ja? Wollen wir da noch mit Heli abholen? Hugo? Ja, machen wir. Machen wir. Okay, komm, komm, komm. Okay, dann fahr zum Heli. Wir holen noch mit Heli ab. Du wirst die Bratats behandelt. Ich hab Joka abgeholt. Wie sieht's aus? Wollen wir ein bisschen ins Studio? Go. Joka, brah. Joka, brah. Ich hol dich gleich ab. Müsst du noch drüben? Ne, ey, boah, yalla, ich schick dir Standort. Wir müssen kurz Noss abholen. Äh, Hugo. Hugo, Hugo. Okay. Bis gleich, tschau. Äh, kennst du Farut schon? Farut? Ja, wir haben uns schon mal gesprochen. Farut Ben. Farut Ben. Ja, du mein, Bratan. Ich hab ich dir gerade gedacht. Bester Mann. Der ist stabil, ne? Ja, Mann. Kommt der jetzt auch rein, oder wie? Der ist schon da. Der ist schon da. Oh, sorry. Der ist schon da? Wo ist der? Ey, Kollege, was fährst du meinen Server um? Ey, ey. Sorry, Bruder, sorry. Alles gut. Ich lass kurz auf Dings warten. Okay. Wo ist Fout? Wann kommt der? Kommt der hierher? Der kommt jetzt auch. Ich schick den gleich Standort. Alles klar, Bratan. Lass uns jetzt mal auf unseren Bratan hier warten. Ewa. Ey, aber ne Knarre. Kannst du mir noch eine geben, bitte? Ja, ja. Wir holen gleich, ja? Wie, wir holen gleich? Hast du nicht eine bei dir? Ne, ich hab im Auto. Wir holen gleich, wenn Dings kommt. Oder sollen wir kurz holen, bis er kommt? Warte, meinst du, schaffen wir? Hallo? Ja, easy. Ist das Antonio? Okay, komm, wir beginnen. Wer ist Antonio, verdammte Scheiße? Hallo? Komm, steig ein, Joker. Okay, Dika. Dabei, fahr, los. Bruder, du musst ein bisschen Dings. Mit Waffen musst du ein bisschen aufpassen, weil jedes Mal, wenn sie dich abballern oder so, nimm dir deine Waffe auch weg. Weißt du die Cops? Ja, ne Waffe ist teuer, ne? Ja, sehr teuer, Bruder. Sehr, sehr teuer. Alles klar, ich passe jetzt auf meine Waffe auf. Ich balle nicht hinab. Alles easy, Bruder. Alles easy. Bastard, Alter. Ei, ei, ei. Bruder, 21 Uhr, ich will pünktlich meinen Bratan Hugo abholen, ne? Nicht, dass wir zu spät kommen, der Arme muss warten. Niemals, Bruder. Wenn einer aus dem Knast kommt, man muss draußen stehen. Genau so sieht es nämlich aus. Komm, steig aus, du musst rausnehmen. Alles klar, Bruder, ich bin hier, ich versuch. Ja, Bruder, ich hab ne Kipp, ich glaub, ich krieg ne Waffe, Bruder. Was? Okay, hast du schon eine? Hast du mir eine gegeben? Ne, du hast mir noch keine gegeben. Warte, hier. Okay, warte. Ja, Bruder, du bist der Beste, ich danke dir. Kein Problem, Bruder. Geh mal kurz zur Seite, dass ich mir eine rausholen kann. Sonst kann ich nicht an den Kofferraum. Warte. Okay. Bunkerst du die in meinem Auto, ne? Ja, Bruder. Ich muss auf Vorrat haben, weißt du. Ja, lass mich mal auch ein Vorrat sammeln, weil ich brauch viel Vorrat von Waffen. Äh, ja, ja, Bruder, wir machen das schon. Alles wie viel. Ich werde hier gebrauchen auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl. Haha. Ja. Am besten suchst du dir, auf Dauer musst du dir irgendwie eine Familie suchen, weißt du? Okay, ich such mir eine. Ich mach mir eine. Ja, komm. Warte, ich muss den reparieren kurz, der ist im Arsch. Achso, okay, komm. Reparier den mal. Ja, das dauert ewig, bis der rauskommt, bis die seinen Papierkram machen, der seine Sachen kriegt. In welche Richtung willst du gehen, was willst du machen? Willst du Rocker sein, willst du Kartell sein, willst du Mafia sein, was willst du sein? Ich bin Joker mit seiner Gang, Bruder, was für Kartell, was für Mafia, einfach Joker-Gang. Die Verrückten, die Psychopathen, die einfach Bullen in den Kopf schießen, diese Psychopathen. Die sind schon bei mir, die Jungfälle. Digga, dann müssen wir die irgendwie abwärmen. Hahaha. Ich baue auch gerade neu auf, ja, ich baue neu auf. Ja, wir gründen zusammen die Gang und rasieren hier die Hote, also. Das geht auch. Ich bin dabei, Bruder, warum nicht? Einfach, boah. Diesen Hugo müssen wir auch zu uns nehmen, weil der schon lebt. Ja, Hugo ist stabil. Ja, ja, guck mal, was die machen. Hugo ist sowieso mein Freund, Hugo bleibt immer mit mir. Ewa. Wir müssen dir vielleicht mal ein Haustier kaufen, willst du ein Haustier haben, so einen Hund oder so, der neben dir läuft? Nein, nein, erstmal nicht, Bruder, erstmal muss ich mir was aufbauen. Eine schöne Existenz. Oh, die G-Klassen sind auch schön, ich will auch eine schöne G-Klasse kaufen. Ich besorge dir eine, kein Problem. Schön leben, weißt du, was ich meine? Wir warten vor 4 auf den, lass uns draußen warten. Was willst du für eine haben, G-Klasse? Ich besorge dir eine. Die Allerneuste, 360 AMG. Oder lieber Manzuri. Manzuri ist auch geil, aber schwarz, da muss er komplett Black Edition sein. Schwarz, matt. Einfach eine G-Klasse besorgen, Hugo. Okay, gut, gut. Gut, Jungs. Wie ist es hier? Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Jungs? Was geht, Bruder? Ey, du kennst dich alle hier, ja? Ja, Bruder, easy, ich bin lange hier, ja. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Bruder, wie geht's dir, ja? Auch, auch, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Bruder, du weißt doch, hier und da Geschäfte müssen laufen. Schuh, was geht bei euch ab, Bratanse? Habt ihr es verlegt? Was geht? Was geht, bitte? Das ist mein Bruder Joker, ja? Ja, Mann, was geht, bitte? Sag doch mal hallo, Jungs, der sagt, was geht, keiner von euch. Ja, ja, hallo, Joker, was geht ab? Bei mir ist alles gut. Alles gut, ich... Alaikum Salam. Was geht auf, Hamza? Ja, wir müssen nichts, Bruder. Irgendwer müssen los, Jungs. Kommt rein. Irgendwer hat sich angerufen. Ja, Bruder, Rick, der Schwanz, Bruder. Da ist mein Bruder, oder? Komm, wir müssen einen Bruder rausholen. Ey, Bratan, wie geht's dir? Ey, ich bin aus dem Knast raus. Ich hab dich direkt abgeholt, mein Bruder. Ich bleib immer mit dir an deiner Seite. Ich danke dir. Ja, war auf jeden Fall kritisch. Haben die was gesagt? Ja, was haben die gesagt? Ich musste alle meine Kontakte spielen lassen, um da rauszukommen. Okay, aber du bist stark geblieben, ne? Natürlich bin ich stark geblieben, die haben von mir gar nichts erfahren. Du bist der King. Niemals brechen lassen. Wir brechen uns nicht, wir sind eine starke Gang. Alles klar, was willst du machen? Du entscheidest, du bist grad aus dem Knast gekommen. Ach so, Farud und so wollten dich noch mit uns treffen. Wollen wir da hin, oder? Alles klar, bist du dabei? Können wir machen, können wir machen, ja. Alles klar, Fuhur. Komm mit Bilal. Let's go. Ich bin mit meinem Bike hier, Bruder. Lass dein Bike hier stehen. Komm auf. Hier Joker, das ist einer meiner stabilsten Brüder, Bilal. Was geht ab, Bilal, Bratan? Alles gut? Salamu alaikum, Jokum. Alaikum salam, Bratan. Wir rasieren die Gegend. Mir geht's gut. Neu hier in Dortmund, oder was? Ich bin hier neu in Dortmund. Okay, wo sollen wir jetzt den Köppen hoch? Ich schlepp mich schnell ein. Easy, easy. Wenn du mit Hamza unterwegs bist, Bruder, ist das nicht schwer. Alles klar, dann machen wir das so. Okay, los geht's. Gib ihm Hamza, Bratan. Wohin wollen wir? Wo wollen wir uns treffen mit denen? Wo ihr sagt, am Würfel. Am Würfel ist aber zu viel los, Bruder. Okay, dann sag mir ein Standort. Ich kenn mich in der Stadt noch nicht so gut aus, Bratan. Guck mal, wo die sind. Jo, Farut. Bruder. Wir waren Dings, Bruder. Wir mussten kurz Hugo aus Knast abholen. Wo bist du? Wo seid ihr? Wo sollen wir uns treffen? Ja, Marcel hat mir Standort geschickt. Ich komme zu dem Standort, ja? Wo ihr gerade wart. Euro. Euro. Euro ist das, glaube ich. Ewa. Yallah. Haben Sie erzählt mal, was passiert, Bruder? Ich wache auf, Bruder. Ich bin arbeitslos. Bruder, Marcel hat das Casino verkauft. Hat er uns weggezinkt, oder was? Marcel ist der größte 31er, Bruder. Hat er uns ganz locker verkauft. Was hat er bekommen für das Casino? Lächerliche 130 Millionen. Hat er wenigstens was abgedrückt? Er hat keinem von unseren Arbeitern was gegeben. Er hat alles eingesteckt und das abgehauen, der Pietsch. Ha, Bruder. Wollah war auf sein Gesicht. Wollah. Wisst ihr, wie viel er bekommen hat für das Casino? 130 Millionen, sagt er doch gerade, Bruder. Er hat 130 Millionen in seine Tasche gesteckt. Ja, Bruder. Der hat keinen Cent gegeben. Er stand da Tag und Nacht wie ein Schwanz. Geier, Wallah. Ey Joker, das ist der Typ von vorhin in der roten Hose. Ich küsse deine Augen. Hat einfach 103 Millionen, hab abgezwackt. Jo. Dieser Wichser, was geht hier ab? Jo. Was geht? Was geht ab, Bruder? Komm mal in die Hut, Digga. Ja, fahrt vor, wir kommen hinterher. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber er ist ja doch wieder mit seinen 130 Millionen. Holt euch doch einen Anteil zurück. Er sitzt doch drinnen im Auto. Bruder. Bruder, wenn ich von Herz komme, Bruder, dann will ich nicht. Weißt du? Wallah, soll ich jetzt zwingen, dass er mir Geld für die Champagne oder was? Verständlich, verständlich. Scheiß doch, Bruder. Ich geb dir, Wallah, was für Geld, Bruder. Ach, Bruder, ich brauch von gar keinen. Ich hab... Ich... Ich frag nach Bolli einfach. Egal. Ich war nicht dabei, aber ich frag nach Bolli. Wallah, mach klar. Wolfshank sagst du? Einfach einen Bolli rausholen für den Joker, was geht ab. Sag, du hast nur gehört. Ich hab nur gehört. Hey, was macht der Pratanda? Ich weiß auch nicht, glaub der ist besoffen oder so. Stark. Sehr, sehr stark. Ah, wir wollten einen Heli holen, dann vergessen. Ja, ist egal, ist nicht schlimm. Was machen wir? Ich hab sonst auch noch einen, unten am Flugfeld. Ich hab sogar Privatshirt unten. Okay, was geht ab, Alter? Schuh, Bratanz, was geht ab, Alter? Ja, ja, was geht, egal. Yeah, ey. Fallbein! Jo, was geht man, alles klar, Joker? Ich bin raus, Alter. Es ist egal. Das ist egal, Matteo, zum Beispiel. Also ich habe in meinem Leben gefallen. Oh, was ist egal. Ja, du weißt doch, ich hab Mittag gefickt, Mann. Hahaha, du bist der Stärkste im Knast. Ich glaub dir. Ich hab das Stärkste im Knast. Okay, was machen wir mit Farid jetzt? Schon kaum Farid. Bruder, ich hätte vorgeschlagen, ihr macht ein bisschen ihr Ding. Battle, Digga. Ihr seid doch hier die Musiker. Ach so, du willst... Bruder, sehe ich aus wie Last Unlimited, dass ich hier Freestyle-Rap was haue. Ja, oder? Tricks, Bruder. Dicke, er fickt Mutter, Bruder. Was redest du da, Bruder? Demnach ist Last Unlimited ein sehr guter Freestyler, Digga. Ein sehr guter Musiker. Bruder, wer in diesen Kreis hier reinkommt, wird nicht mehr rauskommen. Ich und Farid rasieren ihn. Das Einzige, was an Lars gut ist, ist seine Mutter, mehr nicht. Ja, das stimmt, aber von ihm hab ich schon Gutes gehört, Digga. Von euch hab ich noch nichts gehört. Also, entweder beweist ihr mir das... Hey, was redest du? Ich hab dir voll... Ich hab dir voll viele Tricks gezeigt, du wolltest die ja nie hören. Ja, dann zeig doch meinen Track von dir, Digga. Ich würd mal vorschlagen, du fängst mal an und zeigst meinen Track von dir, Digga. Nee, Bruder, ich will jetzt nicht zeigen. Ah, okay. Joker, Joker soll anfangen. Ich soll anfangen? Was soll ich dir denn zeigen, Bruder? Du musst was krasses raushauen, Bruder. Okay, okay. 6 Uhr morgens, ich kriege Filme. Im Haus nur schnelle Schritte. SCK Einsatz, Rambo, Kreizgas, ich gekfitte. Hört auf, bitte! Was geht ab, Bruder? Soll ich Beat anmachen, oder was? Ja, hast du nen geilen Beat? Hau nen Beat rein. Ja, na klar, ich hab immer Beat. Mach mal Beat rein, Bruder. Hau raus, Bruder. Hau was geiles raus, Mann. Den von dir hinten, Farid? Ja, mach irgendwas, was dich nicht nach Royal Bunkern hört. So gut? Tschüss, ja man, böse. Ja, ja, ja. Ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Ey. Mach auch ein bisschen leiser, Mann. Ihr wollt kämpfen, zu zehn seid ihr mutig. Die ersten beiden, die kommen nie wieder zu sich. Ich schau sie blutig, beleidige sie auf Russisch. Und hör nicht auf, weil Farid findet's lustig. Get to Rapper, sorry, Kapital, Berrara. Berrara. Okay, geil, 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 reicht, 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 bruder. Reicht. Geil, geil, bruder, das hieß es, Mann, ich sag dir ehrlich. Ich küsse deine Augen, bruder. Diese paar Lines haben schon alles gefickt, bruder. Bruder, wir sind zwischen. Ich und Farid, bruder, wir sind hier die Hood. Okay, wollen wir was starten, Leute? Was geht ab? Äh, was sollen wir machen, bruder? Schau mal, das ist unsere Hood. Ja? Und jetzt mal schauen. Ey, wie fandest du den, Farid? Der war, der war ganz gut, bruder. Ja, wenn du willst, schick ich dir den, bruder. Ja, ja. Achso, der Beat ist gut, bruder. Schick auf jeden Fall rüber. Ja, der Beat ist Baba. Der Beat ist Baba, der Beat ist wirklich Baba. Wenn du wirklich noch paar mehr Beats hast, dann hau dir mal ab und zu mal rein. Dann rapp ich auch mal ab und zu was. Ey, Joker. Ah. Schau mal, bruder. Ich hab auch dis geschrieben, wenn du willst, ich zeig, weil sonst die Leute ficken gerade meinen Kopf. Die sagen unbedingt, du musst anhören und so. Okay, zeig mal, zeig mal. Ich hör mir das an, bratan. Gipi. Aber, aber bruder, schau mal. Du musst erst die, du musst erst die Geschichte verstehen. Aber willst du mich dissen oder disst du andere? Du hast mir doch nichts getan, obwohl, ich disse ja auch so die Leute, obwohl die mir nichts getan haben. Ja, aber mich disst du nicht, bratan, sonst disse ich dich direkt zurück. Ey, okay. Schau mal, da gab's einen, der war so Sushi-Verkäufer, okay? Ja, okay. Und der hat mir ein bisschen Welle gemacht, hier in Los Santos drüben, okay? Okay. Und dann hab ich gesagt, bruder, komm, ich fick jetzt einfach seine Mutter und dann hab ich diese Track geschrieben. Okay. Jetzt küsst du dich doch. Mann, als würde ich mit Farid telefonieren. Ich fick mein Leben. Okay, was war dann? Was ist dann passiert? Dann hab ich, dann hab ich diese Track gespielt. Hör dir mal ein, bruder. Okay, spiel ihn ab. Yallah, bruder, gib ihn. Okay. Ihr könnt auf jeden Fall auf was gefasst machen. Das einzige, was gefasst wird, bist du, du kleiner Hurensohn, wenn wir dich in die Finger kriegen. Yeah. EGB. Ich weiß Bescheid. Boah, du bist krass, Brata, du bist krass. Du hast das getrafft. Ich kriege alle Bullen bei einer Großkontrolle. Wenn ich linkbasse, macht er dann eine Sushi-Rolle. Er gibt jetzt schon Mach, so wie Teos Gewichte. Und sein Rap hört sich an, so wie alte Gedichte. Er ist, ich weiß es ist, eine Skottlücke. Aber action spielt. Sei es schon wieder. ieg. Was? Ich gehöre zum Täter-Umfeld, die Bullen geben nicht nach, bis der Täter umfällt. Ich lass mich nicht von diesen Noten unterbrechen, Frauen rennen weg von dir und erbrechen. Hobi siehst du bei uns jetzt Schutzgeldzahlen, euch sieht man doch bald nur noch auf den Straßen. Okay, Bruder, chill doch, Mann, ich heut noch die Track zeigen, Alter. Bruder, starker Track, starker Track, Bruder. Bruder, du hast drauf. Wenn du nicht so viele dissen würdest, sag ich dir ehrlich, Bruder, wenn du nicht so viele dissen würdest, aber am Taktgefühl fehlt dir nix, Bruder. Du kannst auf jeden Fall ein bisschen rappen, Bruder. Wenn du weiter machst, Bruder, sag dir ehrlich, du rasierst die Gegend, Bruder. Nee, Bruder, scheiß drauf, ich hab gefickt, das reicht, Bruder. Ich küsse deine Augen. Ich hab das nur gemacht zum Dissen, weißt du? Okay, ich versteh dich, Bruder, jetzt hast du krass gemacht, Bruder. Okay, wollen wir dir jetzt auch ficken gehen, oder was machen wir? Ja, Marcel, wen sollen wir ficken, sag mal. Ja, wen haben wir noch nicht gefickt, Bruder? Hier ist doch schon jeder gefickt, Bruder. Haben wir schon auch. Was könnten wir machen, Digga? Irgendwas lustiges, damit auch, äh, Ding, Joe kann mal was zieht, weißt du? Ja, Bruder, damit ich was zu lachen habe, ich lache sehr, sehr gerne. Auch was hast du Bock, Digga? Möchtest du so Action, so in den Sinne machen und möchtest du schießen, dann auch was hast du Bock, Bruder? Ja, Bruder, die sagen mir, schießen ist hier scheiße, Bruder, wenn jetzt mal, wenn ich schieß... Ist schon okay, Bruder, wenn es aber einen Grund hat, ne? Nicht nur, weil, äh, der, der von der Bundeswehr sich querstellt, heißt es nicht, dass du den Vier-Sterne-General abkleidst. Marcel, weißt du, weißt du, was ihm stehen würde? So ne, so ne Geiselnahme, Bruder, so dass hier jemand eine Waffe an den Kopf hält und sagt so, du machst jetzt was ich sage und so mäßig, weißt du? Ah, Moment, Moment, Moment. Nein, aber das hatten wir schon durch, Bruder, da ist die Polizei. Stopp, 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 ich hab ne Idee, Jungs, die BVB-Crips, die wir bohren sollen, die habe ich heute richtig abgefuckt, Digga. Okay, komm, das ist eine andere Gang. Komm, wir gehen die Bastarde ficken, Bruder. Hast du noch ne Waffe-Joker? Ich hab, warte, warte, da ist die Bratan, ich bin bereit. Ey, Munition, eine Munition? Amsa, wir brauchen, ich brauche ne Waffe, Bruder. Gib mir mal ein bisschen. Ist auf Brüten, oder nicht? Warte, ja, wie lädt man nach mit Eva? Mit, äh, wie viel Schluss hast du denn? Zwölf Prozent. Bruder, du einfach deine Knarre reloaden, weißt du was ich meine? Ermuskel, Bruder, mach Ermuskel, aber du müsstest doch haben eigentlich. Egal, okay, reicht, reicht, komm, okay, lass losfahren, wo sind die Wichser? Okay, entspann dich mal erstmal, Hamza, ich brauche noch ne Person von dir. Der ist wild, Bruder, der ist komplett wild. Eine hab ich noch, eine hab ich noch. Bruder, du hättest das mal sehen sollen, wir sind vor, äh, Olaf tos, vier Sterne general, Digga. Der sagt, der sagt irgendwas, Joke, der sagt, was willst du von mir? Der knallt ihn einfach ab. Ja, normal, Bruder. Alter, das muss das auch sein. Du musst das auch sein. Ja, Bruder, der hat mich voll gequatscht, ohne Grund, ich hab ihm nichts getan. Er kommt, er redet, er redet, ich sag ihm, was willst du? Er redet, er redet, er redet, dann schieße ich ihn in den Kopf, dann redet er nicht mehr. Ja, so muss das auch sein, Bruder. Wir haben das ganz schnell beendet. Okay, hör zu. Dann ficken wir jetzt die BVB-Crips, ja? Wir steigen jetzt alle in die Autos ein. Bruder, BVB-Crips, keine Chance, wir liegen in 30 Sekunden. Weißt du, wie viele das sind, Bruder? Egal, wir knallen die hinterhalte ich ab. Komm, wir knallen die Wichser ab, hab keine Angst, Bratan. So gefällt mir das, Digga. Genau, hinterfotzig, Bruder. Komm, wir sind hinterfotzig, wir ficken die. Hugo, bist du dabei, Bratan? Marcel, aber dann mach wenigstens zu, Bruder, dass das nicht zu schnell... Wer macht Bilder von uns? Da hinten, da hinten, da hinten, guck mal da hinten, Bruder. Marcel, dass das nicht zu schnell vorbei geht. Wer macht Fotos von uns? Der da? Machst du Fotos von uns? Habt ihr Fotos gemacht? Was macht das? Was los, Bratan? Machst du Fotos? Fotos? Ey, yo, pack mal die Rapsnack. Ey, ey, hör mir mal ganz genau zu, Bratan. Hörst du zu? Hände hoch, beide. Beide Hände hoch. Was sollen wir hier machen, chillen Hennessy's Hood? Ja, das ist mein Haus, Bo. Das ist sein Haus da, wir machen da Burgers und so. Okay, okay, Joker, alles easy, lass dich gehen. Scheiß auf euch. Dankeschön. Es war jemand in diesem Haus, Bruder. Okay. Na gut. Ja, Bruder. Okay, sei ruhig jetzt, hast du verstanden? Ruhe! Ja, ja, alles gut. Kleiner Wichser. Kannst du mir aus deinem, ach so, du hast eine 50 Jahre, geh hierher. Ich hab, ich hab, Hamza, komm her, Hamza, komm her, komm her. Bruder, komm her, Spiegel, komm her. Okay, fahren wir los, oder was? Ey, Marcel, wer ist dieser Rucksackträger da? Schau mal. Ja, wir müssen los, oder? Wir haben jetzt keine Zeit. Welcher Rucksackträger? Welcher Rucksackträger? Ey, Joker, da läuft einfach einer mit Rucksack, Bruder. Wo? Der da? Nein, nein, komm mit rein, komm. Was soll das, Alter? Der redet da hier mit Rucksack. Was? Halt deine Schnauze, verpiss dich vor. Geh mal hier aus dem Weg. Verpiss dich. Jo, was ist denn los? Wir machen, wir trinken gerade Burgers. Ey, ja, warte, komm rein, er ist drin. Jo, Henny. Komm, wir ficken in den Weg, so. Ja, schau, schau. Henny. Ey, Rucksackträger. Ey, yo. Wollt ihr auch ein paar Burgers? Ey. Ey, ey, ey. Alter, die zielen auf die, sie wollen bestimmt keinen scheiß verschissenen Burger. Ey, ey, zieh erstmal den Rucksack aus, bevor du mit mir redest. Zieht den Rucksack aus. Zieht den scheiß Rucksack aus. Mach keinen Spaß hier. Mein Rucksack ist aus, Mann. Jo, warum macht er jetzt einen Burger, Alter? Farid, willst du einen Burger essen? Nee, Bruder, ich hätte lieber Bock auf eine Testo-Spritze. Hast du eine Testo-Nadel da? Ja, ja. Ey, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, hör auf zu reden. Gebt mir alles, was ihr habt. Alles, was ihr hier im Haus habt, gebt ihr jetzt sofort her. Habt ihr verstanden? Sofort! Ich hab mein ganzes Gras und so hab ich schon alles weggepackt, Mann. Ey, verarscht mich nicht, schießt ihr in den Kopf. Mir ist alles scheißegal. Ich hab alles beiseite gelegt, Mann. Ey, gebt sofort alles, was ihr habt, sofort. Ich hab alles beiseite gelegt, Mann. Ich meine euch alle, alle. Ich hol dich mal, ich geb dir, ich geb dir was. Ey, gib mir alles, gib mir alles. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Du kannst hier, du kannst hier nicht einfach... Ey, halt mal deine Füße hier aufhören. Travis Scott aufhören. Ey, yo, ihr könnt doch nicht einfach in sein Haus rein. Du kannst nicht einfach hier in mein Haus reinkommen mit Rucksack, Bruder. Was glaubst du, wo du bist? Wir haben hier immer geschehen. Sieht das hier etwa aus wie das Royal Bunker, das du hier mit Rucksack auftauchst? Da fehlt ja nur noch hier gleich Wicke auf den Wänden. Ey, Marcel, ich knall ihn gleich ab, Bruder. Ihr redet mir jetzt so viel. Soll ich das machen, Farid? Ich mach das für dich. Das ist ganz leid. Ich knall den Wichser ab. Ich knall den Wichser ab, ich knall den Wichser ab, ich knall ihn ab. Ich hab gesagt ich knall den Wichser ab. Ich hab's euch gesagt ich knall den Wichser ab. Ey, er hat's gesagt. Halt deine Schnauze bevor Job wird niemand töten, nigga. Verstehst du? Ich hab's euch 10 mal gesagt. Ich knall den Wichser ab. Ey ich knall euch alle Wichser ab! Verstehst du das? Ich knall euch ab, ihr klein verfickten Wichser. Ich knall euch alle ab. Ich hab's euch gesagt! Kleine Wichser, wollt ihr mir nicht geben, was ich will? Wollt ihr mir nicht geben, was ich will? Dann nehm ich mir, was ich will! Da liegt der Schmutz! Kleine Wichser, lass uns das abhauen! Kleine, kleine Wichser sind das alles! Scheiße! Nur unter ein schneller Finger, ich sag's ja! Kleine Wichser, Wallah, Digga! Machen mit uns Probleme hier! Ey, Farid! Farid, du hast richtig gesagt! Wir hätten die gleich abknallen sollen! Äh... Ey, Bruder, warum hast du aber die eine Bitch geschafft? Die war auch mit dabei, Bruder! Ja, Bruder, alle weg damit! Keine Zeugen, wir hinterlassen keine Zeugen! Okay, steckt mal ein! Wir hinterlassen keine Zeugen mehr! Ich bin den Fessler, Bruder! Ey, Mann, Alter! Geil! Okay, steckt da schön ein... Farid, Farid, wohin? Ey, Farid muss noch mit los! Was ist los? Wo ist Farid? Wer soll noch mit rein? Ah, da ist kein Platz mehr, Bruder! Warte, warte, warte! Wollen wir ein eigenes Auto nehmen, Farid? Fahren wir mit einem eigenem Auto! Hör mal zu! Ist hier noch ein Platz, Bruder? Ja, komm, Bruder, hier sind zwei Plätze frei! Ah, okay, alles klar! So, mach die Musik aus! Bitte mach die Musik aus, Digga! Ja, Bruder, die Musik war nicht okay! Bitte! Aber was soll das, Bruder? Wer ist das? Wer macht diese Musik? Ey, was sind das für Leute da? Bitte? Ey, Polizei, fahr mal los von hier! Ja! Ja, fahr mal weg jetzt! Fahr mal los, Bruder! Wir brauchen keine Zeugen mehr! Was ist los jetzt? Wir gehen schnell Hamza-Pistole! Ey, Leute! Schöne Polizeisirien! Lasst uns von Japan, bitte! Das gefällt mir hier gar nicht! Eres! Ja, was ist los? Jokagamora Black! Das ist ein geiler Name! Jokagamora! Digga, mach diese Scheißmusik nie wieder an! Hast mich verstanden, Max, Digga! Du hast mich gefickt! Wala, du hast meine letzte Gehirnzellen gefickt, Digga! Mach Netflix und chillen! Das passt dir zur Situation! Wohin jetzt eigentlich? Hamza, Hamza! Wir müssen... Warte mal! Ich rufe mal an! Ach, ja, komm! Hörst du mich nicht? Hörst du mich? Achso, ich... Hörte mich in der ganzen Stadt! Hörte mich, Bratanz? Ihr hört mich in der ganzen Stadt, oder? Ja! So, ja, ja! Chill! Bratanz, hörte mich? Ja, ja! Hallo, hörte mich, Bratanz? Ja, ja! Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ich höre dich! Oh! Wen hast du einfach mitgenommen, Bratanz? Ja, also, sorry! Wer so dumm ist und übereinfach über die Straße läuft, der wird dann überseitigen! Ja, aber wir hatten Grün! Wir hatten Vorfahrt! Amanakö! Okay, wir müssen hier die Gegend übernehmen! Hoppa! Ja, das stimmt! Wir steigen uns in Fragen ganz höflich nach! Wer seid ihr Wexer? Ey, ihr da! Was machst du hier? Hörst du schlecht? Was machst du hier? Ich? Was soll ich hier machen, Bruder? Was machst du? Was treibst du dich in dieser Hut rum? Was hast du hier verloren? Deine Hut, oder was? Das ist hier meine Hut, ja! Das ist von Joker Brady Hut jetzt! Ja, okay, bestimmt! Ja? Hast du es gut verstanden, oder soll ich dir das deutlicher erklären? Ey, chill, chill! Joker, komm, Bruder! Komm, scheiß auf, komm! Ich muss kurz mit dir reden! Okay! Ich hab hier alles genug verstanden, oder? Ja, alles klar! Gut, besser für dich! Wo gehen wir hin? Äh, Joker! Ja? Oder versuch, Dings! Komm auf Seite! Ja? Oder versuch nicht, so viel zu schießen! Hast du gesehen, gerade war wieder RP-Poll da, weil die reporten, das weißt du? Okay, alles klar! Ja, Bruder, schieß! Aber ehrlich, wenn die nicht auf dich hören, oder wenn die nicht das machen... Okay, alles klar! Aber war doch gerade so! Die haben nicht auf mich gehört! Ja, das war schon okay, aber das war ein bisschen... Weißt du? Ja, die haben alle... Ja, doch, die haben alle nicht gehört! Ja, ja, alles ist so! Bruder, das passt schon, Bruder! Der hat Rucksack angehabt! Natürlich kann ich ihn abknallen! Natürlich! Der kommt einfach in unser Haus rein, im Hotel! Der kommt einfach in unser Haus rein, im Hotel! Und nur Scheiße macht, sondern wir wollen uns ja einen Namen machen! Ja, okay, wir müssen uns einen Namen machen! Du hast recht! Wir dürfen nicht mehr so viele Leute schießen! Nicht alle auf einmal! Du hast recht! Nicht alle auf einmal! Langsam, langsam! Das kommt nicht gut! Farid! Wir machen das abwechselnd! Ein du, ein ich immer! Okay? Wie Brüder! Okay, genau! Ja, dann fällt das auch nichts drauf! Dann fällt das nicht auf! Einmal der Farid, einmal der ich! Genau! Bruder, gib mir mal Munition! Sag das so und hast die Waffe schon in der Hand! Habt ihr doch gegeben, Bruder! Also, ich mach die weg! Tut mir leid, tut mir leid! Ich mach die weg! Guck mal! Perfekt! Perfekt! Warte! Kann ich auch ein bisschen Munition haben, Bratanz? Munition geben? Komm zu mir, Bruder! Ich geb dir! Komm, ich komm zu dir! Wo bist du? Hier hinter dir! Hast du willkommen? Komm her! Gib mir! Gib mir, Bruder! Gib mir! Ich geb dich! Reicht für dich, Bruder! Hast du bekommen? Oh! 50 Kugeln! Ich krieg's deine Augen, Bruder! Du bist der Beste! Brauchst du was von mich? Ich kann dir eine Basis schenken! Nein, Bruder! Korrekt! Dankeschön! Schau mal! Gib mir mal ein bisschen Bilal! Gib mir mal 30, 40 Schutz! Oh! Okay! Was geht weiter? Ja, Bruder! Bei dir! Soll ich mit einsteigen schon, oder? Wohin jetzt? Hast du bekommen? Ja, hab ich bekommen! Okay! Habt ihr Schutzwesten? Habt ihr Schutzwesten? Nein, nein, nein! Ich hab keine Schutzweste! Komm, ich geb's dir! Gib mir mal eine Schutzweste! Warte! Gib mir mal eine Schutzweste, Bruder! Wo bist du? Warte, Bruder! Hier! Harald, wo geht's jetzt hin? Boah! Mein Immobil geht nicht! Bilal, kauf mal zwei Schutzwesten! Jungs! Ich geb' euch alles wieder! Du weißt doch! Auf Kombi! Ey, Breitenberg, Bruder! Danke für den Host! Ich hab das hier nicht gesehen, weil er keiner alert hat! Ich hab gerade gehostet! Ey! Dankeschön für den Host, Bruder! Ich liebe dich! Dankeschön! Dankeschön für den Host, Bruder! Ich liebe dich! Dankeschön! Ich hab gerade Nachrichten bekommen! Das Karli-Kartel will sich mit uns gut stellen! Du hast eine Schutzweste bekommen! Okay! Schutzweste, hab ich eine bekommen? Wer braucht noch? Marcel, brauchst du? Aber nee! Aber ich hab... Du brauchst eine Schutzweste, Marcel! F2! F2! Das ist deine Tasche! Und da ist irgendwo eine Schutzweste drin! Und die musst du einfach benutzen! Schutzweste, okay! Bruder! Benutzen! Okay! Perfekt! Okay! Hast du mir gegeben, Hansa? Die liegt da, Bruder! Ich kann nicht gehen! Achso! Ja, ja, ja! Geht mal weg! Alles klar! Ich hab Schutzweste! Ich hab alles, Jungs! Okay! Soll ich die Knarre schon ziehen? Nee, nee, nee! Noch nicht! Alles klar! Dann steig ich erstmal ein, Jungs! Und dann lass ich los! Ja, ich steig gleich! Komm, alles klar, Bruder! Let's go! Voila! Schönes Auto! Schönes Auto, Bratan! Schönes Auto! Äh, Mast, wo ist Marcel? Was? Der ist im anderen Auto! Marcel ist hier! Ah, okay! Wie viele Leute sind wir insgesamt, Jungs? Sieben! Oder? Sieben Leute! Okay, wir teilen alle Beute durch sieben heute, okay? Was wollen wir machen? Marcel kriegt ja auch nichts, Alter! Dieser Kelp, der hat sowieso so viel Geld! Das passt schon! Wir machen einfach Ding, Bruder! Ich hab schon einen Plan! Okay! Dann machen wir deinen Plan, Farid! Komm! Fahr los! Hörst du mir mal zu, Digga! Ey, wir fahren jetzt zu dem BVB-Clip, ja? Wir fahren die, und nehmen das Gespräch auf, ja? Sobald das Gespräch eskaliert... Bruder, ich bin doch nicht hier bei den Gesprächsaufnahmen! Wir gehen da rein und bannen diese Wichser weg! Nein, 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 nein! Bruder, du sagst das nicht, ja? Warum nicht? Okay, alles klar. Bruder, wir gehen da hin... Ey, ey, die Leute sagen zu mir grad, äh, achso. Aufziehen oder was? Warum? Ja. Was sagen? Wie bitte? Nein, 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 alles gut, alles gut. Ich glaub ich hab Durst und Hunger. Ich hab Durst und Hunger. Hast du was dabei? Hast du nie? Komm, steig mal mit auf. Hahaha. 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 Warte, was muss ich? Ich geb dir, ich geb dir kurz was zum Essen. Okay, dankeschön mein Bruder. Du bist der Beste. Warte. Aufziehen bei F2 benutzen. F2. Warte, scheiße. Ja, 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 ich weiss, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ich hab Orientierungsschwierigkeiten. So, bist du jetzt daß, Digga? Ne, warte doch mal. Achso. Okay. Okay. Hat funktioniert? Hast du gegessen? Und getrunken? Ich hab gegessen und getrunken, komm. Also du bist voll wieder. Ich bin voll, Bratan, ich hab ein Hakiki-Dynamikad gegeben. Ich bin Marshalab, Bratan. Okay, Farud. Fahr los. Was ist los? Ne, pack nicht. Fahr los. So, let's go. Brud. Farud, der checkt nicht mal in welches Auto der Ashtag verdeckt. Jalla, komm, alles. Steck ein, Bratan, wir fahren. Aber Farid, ich hab eigentlich erwartet, dass du einen Uruss hier fährst. Warum fährst du so ein Ding? Nee, nee, Bruder. Was für Uruss? Was für Uruss? Bruder, Uruss. Du musst Uruss fahren, Bruder. Nee, Bruder. Ich hab G-Klasse, Bruder. G-Klasse. Uruss. Uruss, Bratan. Uruss ist doch scheiße, du weißt doch, Bruder. Bruder, Uruss ist das beste Auto, was du willst. Nee, Mann, nee, Mann. Ist das beste Auto. Farud fährt nur G-Klasse, Bruder. Nee, Farud muss ein Uruss fahren, ein Orange. Mieser Film, scheiß mal auf Netflix. So, das ist die Hood, äh, Joker. Das ist die Hood von denen. Das ist die Hood von denen, ja? Das sind die. Ah, das sind diese gelben Bixer, wa? Mach dir mal Anzeige jetzt, komm. Okay, warte. Wir streng aus. Warte, warte. Komm. Entspannt euch, Jungs, entspannt euch. Ja, ja. Ey, Mönch, mach doch entspannt, ja. Ey! Schuhe Bixer, habt ihr einen Freund von mir angemacht? Hä? Moin, Moin, Moin. Warum macht die Freunde von mir an? Was sagst du? Was du meine Freunde anmachst, hab ich dich gefragt. Wer bist du? Wie? Was für Freunde? Ich bin Joker Bra. Der Bratan. Ich bin der Bratan. Welche Freunde hab ich angemacht? Du hast Freunde von mir angemacht, verstehst du das? Wo sind denn die? Ja, aber welche denn? Die du hinter mir siehst. Und Farid hast du auch angemacht, hab ich gehört. Wer sind die? Okay, aber wer sind die? Ey, sagt euch Casino was, hä? Ahhhh. Wir sind wegen der Casino Sache hier, Amigo. Wollt ihr scheppern oder was? Naja, wir möchten Schutzgeld dafür haben. Schmerzensgeld, sagen wir so, Digga. Joke. Ey, ich geb dir 10 Euro Fanartikel schon. Ey, hör mir mal zu, du kleiner Wichser, bevor ich dir den Kopf wegballer. Gib mir alles, was du hast, bevor ich dir den Kopf wegballer. Ey, okay, okay, warte, 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 warte. Ich geb dir. Ey, warte mal. Ihr denkt, mein Bruder macht gerade Spaß? Wenn er will, ihr geht alle unter wie ein Tauchboot. Ihr Pisser habt ihr verstanden? Ja, Bruder. Wie ein Tauchboot. Hast du gekriegt? Ah ne, ich hab nicht bekommen. Was? Was hast du mir da gegeben, Simon? Was hat er dir gegeben, Digga? Erzähl mal. Ich hab dir Geld gegeben. Wie viel? Wie viel hat er dir gegeben? Du kleiner Wichser, willst du mich verarschen, ja? Willst du mich verarschen, ja? Willst du mich verarschen, hab ich dich gefragt, ja? Willst du mich verarschen, Bruder? Ich hab gefragt, ob du mich verarschen willst oder was? Denkst du sich aus wie ein kleines Kind, den du verarschen kannst, hab ich dich gefragt. Du kleiner Wichser, nie wieder verarschen. Hey, 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 hey. Oh Junge, das ging schnell. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. Ja, weißt du, ja? Der kleine Wichser. Der kleine Wichser hat überdrehen, Bruder. Der hat mit mir geredet wie mit einem Bebek. Was für ein BVB-Fan. Hertha BSC, Bruder. Ja. Hertha BSC, sag ihm Hertha BSC. Ja, ja, ja. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt ganz. Scheiße, jetzt muss ich wieder 10 Minuten warten. Hey, moin. Moin, Jungs. Ja? Ey, das tut es nicht. Ich bin hinter dir doch. Stopp, Deeskalation. Heint die mich nicht mehr, ne? Hast du uns gefickt, Bruder? Hast du uns gefickt? Ey, Jungs. Sorry. Ey. Okay, tut mir leid. Alles gut. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ey, Jungs. Bleib mal da. Ey, was ist mit Farid passiert? Komm mal zusammen. Was ist mit Farid passiert? Die kleinen Wichser. Was ist mit Farid passiert? Wo ist Farid? Habt ihr Farid erschossen? Können wir das mitnehmen? Habt ihr Farid erschossen? Ja. Habt ihr Farid erschossen? Alles gut. Sein Großen hat auch gefangen. Nein, nein, Joker. Alles gut. Sein Großen. Ey, Ben, liegt noch her. Okay. Farid, du bist wieder da. Das ist das Wichtigste. Ey, das ist noch jemand. Ich bin Sanni. Hey, Jungs. Bleib dir mit. Farid, Farid, komm mal mit. Ich muss kurz mit ihr reden. Komm mal kurz mit. Okay. Okay. Warten runter. Farid, warte mal. Komm mal, komm mal. Lass mal ein bisschen laufen. Die sollen uns nicht hören. Seit wann können wir die nächsten Fraktionsangelegenheiten? Okay. Ihr seid eine Siebmer-Truppe. Marschiert ihr bei den BVB-Kruppen? Was schreit der Schwanz so laut, Mann? Ich knall ihn gleich ab. Ja, knall ihn ab, diesen Wichser. Ich sag dir ganz ehrlich. Ey, Farid, wir verstehen uns schon so lange so gut. Wir müssen, ich sag, ich vertraue von diesen Wichsern nur dir. Ey, Bruder. Wir sind zwei Brüder. Verstehst du, was ich meine? Was wir Brüder? Du hast mich gefickt mit der Wette, Alter. Auf Instagram hast du mich gefickt. Ein fetter Urlaub auf deinen Nacken. Ey. Hört ihr mich? Ja. Kapi. Nochmal ganz kurz. Ja. Guck mal. Das Ding ist, ich hab dir vorhin gesagt, dass Schießen letzte Wahl ist. Weißt du? Aber ich hab nicht einfach so geschossen. Die haben erst mal angegriffen. Bruder, guck mal. Das Ding ist, ich hab gesagt, es muss einen Grund dafür geben. Guck mal. Ich komm da rein. Ich sag, gib mir euer Geld. Sie wollen nicht. Verstehst du? Auf einmal der eine zappelt mit seinen Händen rum. Ich krieg Angst. Ich schieße, Bruder. Ich hatte doch keine Wahl. Die wollten nicht machen, was ich will, Bruder. Ich schieße nicht einfach so. Ich versprochen, versprochen. Ich schieße nie wieder einfach so. Warte kurz mal. Okay, guck mal. Scheiße, ich komm nicht mehr hoch. Warte kurz. Okay, das ist dein Spiel, ja? Ja. Aber das Spiel soll ans reale Leben quasi so angelegt werden. Aber Bruder, im realen Leben ist es doch auch so. Stell vor einen Wichs. Er macht nicht das, was du ihm sagst. Du gehst hin, wenn da eine Gang ist. Du weißt, das ist deine Gang. Ja. Du gehst einfach hin und sagst. Ich will Schutzgeld. Geht nicht, Mann, geht nicht. Guck mal, du musst wirklich schießen. Das letzte Mittel, weißt du. Das ist im Endeffekt so. Das ist halt eine Gang, die weiß ich, wie viele Leute. Du hast ja gesehen, wie viele Leute da stehen, weißt du. Okay, Bratan, guck mal. Ich will nur einen Gefallen von dir. Hab ein bisschen mit mir Geduld. Band mich nicht gleich hier von diesem Spiel weg. Deswegen reden wir ja mit dir. Aber das Ding ist, guck mal, hier sind Leute, die spielen schon lange drauf, weißt du. Und nicht jeder weiß ja, wer du bist so im Spiel, weißt du. Und das ist halt dann so schwierig. Wir wollen ja für jeden hier so ein bisschen, dass er einen Spaß findet. Nein, nein, okay, Bratan. Ich will auch nicht. Ich wege so ein bisschen eben. Weißt du, Bratan. Wir wollen dir so ein bisschen helfen. Okay. Aber ja, pass auf jeden Fall auf so. Bratan, guck mal, tut mir. Du hast ja eigentlich viele, die eigentlich viel Erfahrung haben. Eigentlich musst du so ein bisschen. Okay, pass auf. Ich bleibe mit Farid. Ich bleibe mit ihm. Ich hänge nur mit ihm ab. Das sind meine Jungs jetzt. Und ich halte mich an die Regeln so gut. Und ich kann, Hugo ist sowieso dabei. Er ist mein Bratan. So, und ich halte mich an die Regeln jetzt. Ab jetzt. Aber, Bruder, jetzt. Ich sag dir ehrlich, ich bin auch Joker. Mein, 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 mein Ding ist es, ich bin böse. Ich knall Wichser ab. Aber dann, guck mal, du kannst nicht einfach jeden hier, weil es ist so. Ja, nicht jeden, aber das war doch nicht jeder, Bruder. Er hat mich, er hat vom, er hat vom Haus rüber geschrien. Irgendwas. Der eine hat sogar Rucksack getragen. Frag Farid. Der eine hat sogar Rucksack getragen. Verstehst du? Aber guck mal. Ich kann den Huren so einen neuen Rucksack tragen, Digga. Ja, Bruder. Einfach, er läuft mit Rucksack rum. Und dann gibt er mir den Schritt, warum ich einfach schieße. Wie kann der denn? Ey, der hat recht, Bruder. Der hat recht. Nee, das ist ein Grund. Das ist jetzt wirklich. Also mit Rucksack hier rumzulaufen, das sollte verboten werden. Bruder, mit Rucksack. Verstehst du? Deswegen, okay, es ist gekommen wie es ist, aber jetzt passiert es nicht mehr. Versprochen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist so. Ja, du, du, du hast dein Bild so, weißt du. Also, da gucken dir halt viele zu und was du dann so spielst, dann denken alle so, ja, das geht ja online, weißt du? Ach so. Ach so, ich, 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 ich bin RP, also ich muss richtig meine Rolle spielen, aber Bruder, die Rolle vom Joker ist ja die, dass ich Leute abballern. Ja, abballern. Ja, abballern. Das geht halt. Aber Psychopathen Ballerleute ab. Ja, der, der irgendwo ist. Schau mal, schau mal Kapi, wir, wir, wir sind auch, ich spiele ja Marcel, so ein Assi, weißt du das, Freund? Ja. Das ist eben ein Ding, aber das Schießen und so wird in der RP-Szene nicht so gern gesehen. Okay, und was mit Kämpfen, mit Schlagen? Ja, so ein Psycho, schau, das, ja, das kannst du sagen, schau, dass du ein Psycho und so bist, das feierst du bist. Ja, du spielst das so gut, Psycho ist cool. Psycho ist so ein Psychopath und so, aber dieses Schießen, du zerstörst da durch den anderen ihre Rolleplätze. Okay, alles klar, und die haben... Weil er war tot und er muss dann 10 Minuten warten. Okay, hast du recht, hast du recht. Dann verkack ich, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will keinem was anderes verkacken, habt ihr recht. Okay. Nein, nein, alles gut. Okay, dann schieß ich ihn in den Kopf. Ich will dir nur sagen, guck mal, da drüben stehen 20 von diesen Gelben und ihr seid zu 5 gewesen oder zu 6, keine Ahnung, weißt du, dieses Verhältnis stimmt schon gar nicht. Also wir müssen mit 20 Leute kommen. Ja, zumindest, wo es ein bisschen ja realistisch ist, weißt du, weil es ist doch eigentlich, liegt doch auf der Hand, dass ihr quasi gegen 20 Leute keine Chance habt, weißt du? Okay, nein, halt. Weil er lagt ja jetzt alle, weißt du? Ja. Also es ist, es muss auch irgendwo so Gleichgewicht halten. Aber ich und Farid haben uns da versucht durchzukämpfen. Pass auf, nächstes Mal machen wir keine Fehler, ich halte mich an die Jungs, die kennen sich jetzt ein bisschen aus. Genau, halte ich so vielleicht an die... An Farid, Farid. Farid ist ein guter Bürger, oder? Ja, geht, Bruder, ich bin auch noch ein bisschen neuer Marcel und ja, doch, das passt schon, Bruder. Hamza, Marcel, so, die sind so alle schon sehr lange hier. Ja, wir machen das schon, komm, jetzt lauern uns hier mal. Okay, geil, Bruder jetzt. Alles klar. Okay. Wir reden O, C, der ist immer noch in seiner Farid-Rolle, Digga, als Katze. Bruder, ich rede doch, ich rede doch normal. Okay, sorry. Alles klar. Alles klar. Lass die jetzt ficken, komm. Okay, komm, wir ficken die Ficken. Wo sind sie? Wir machen noch ne Ansage. Komm, Jungs weg, Jungs weg, hier weg. Nee, nee, nur Ansage und dann gehen wir. Bruder, sag die der mit uns. Okay, dann mach ne Ansage, komm. Ja, okay, okay. Lass woanders, Bruder. Lass nicht deren Dings kaputt machen. Die haben dann Besuch gerade, weißt du? Ach so. Die haben gleich Besuch. Ey, wir müssen Sohsa abholen. Sohsa ist da. Alles klar. Okay, komm. Wo ist der? Ist auch ein Freund, ja? Ey, lass Farud hier rein. Ey, ey, Ding. Hast dich. Lass Farud hier rein. Farud, steig bei dem Bratan ein. Farud, steig ein. Ja, ja. Okay, ey, alles klar, Bruder. Warum? Der war doch gerade auch schon mal Farud im Outfall. Ja. Oh, Pazak. Ja, ja, natürlich. Und los geht's. Schnell dich an, Bratan. Schnell dich an. Alles klar, Bruder. Schnell mich an. Oder er hat uns gefickt, dann. Alle fünf Minuten kommen Dings an meiner Räume, dann. Er P-Poll, ne? Wallah, viele alle fünf Minuten, die sagen zu mir, was macht Dings. Okay. Wohin fahren wir, wo ist der? Warte, ich frag ihn, wo er ist. Ey. Jetzt, wo ist er noch? Jetzt sind wir komplett gefickt. Wie? Du hast einen Typen im Auto, Digga, ey? Welchen Typen? Ach so, ja, ich knall den. Joker, schneid den jetzt ab. Wo bist du? Okay, komm. Ich bin mit Joker, Digga. So ein stabiler Typ, der ist neu hier. Joker, brah. Der ist zwar, der ist zwar ein bisschen verloren, Bruder, aber der ist voll korrekt, Digga. Hey, komm, Bruder. Lass uns, lass uns. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Wie Hantelstang. Geh ich mit Farid feiern, siehst du mich in der Disko mit Tieren. Danach, nach einer halben, wollen Body mit dem diskutieren. Yeah. Disko demolieren. Jawohl. Okay, fahr mal, Bratan. Abonation. Abonation. Ja, Abonation. 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 Geil, Bratan. Gib die. Ja, ja. Das ist gut, das ist so, dass wir da jetzt da, äh, Ding, wir können wegen Platz klären. Ist gut. Gehen wir feiern, oder was? Wir gehen feiern, Bruder, richtig. Okay, komm, wir gehen feiern, Digga. Ist heute kein Dings, Bruder? Ist heute kein Event oder so, dass der paar Leute so ein bisschen mal sieht, wie das abläuft hier? Ich glaube nicht, Bruder. Wenn du willst, machst du spontan halt ein Event, Digga, ansonsten, weißt du? Da ist der Loch. Komm, bau hoch. Bau hoch. Okay, geile Parkplatz-Party, oder was? Besser als eine Tankstelle-Party, Digga. Bruder, wir können irgendwie so ein Rap-Battle auf Schnelle machen, oder so, hier oben. Wie Rap-Battle auf Schnelle, Bruder? Die ganze Stadt wird kommen, Bruder. Die ganze Stadt, du willst, dass die ganze Stadt hier kommt und wir ballern dir dann alle weg, oder was? Okay, Rap-Battle. Wir können das ehrlich machen. Sollen wir das machen? Sollen wir die Leute ranholen? Ja, hol die Leute ranholen. Aber dann lass, Hamza. Hamza. Wir werden nicht alle Leute umschießen, das können wir nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe Spaß gemacht, Bruder, chillen. Kannst du Werbung machen, dass wir hier Rap-Battle machen, dann sollen die Leute kommen? Nein, Bruder, nicht hier. Was geht's? Mach das oben bei dir im Theater. Ich weiß, ich weiß, wo, ich weiß, wo, ich weiß, wo, am Strand, am Strand. Bruder, was für Strand sind wir Baywatch, dass wir am Strand chillen? Hast du's mal gesehen, Bruder? Hast du's mal gesehen? Ey, wer bist du denn mit der groten Jacke, Alter? Wer bist du? Ein Freund ist da, egal, und ihr begrüßt. Grüß dich, ich bin Joe Cabra. Wie geht's dir, Bruder? Du bist Joe Cabra? Ja, ich bin Joe Cabra. Ja, mein Name ist Big Sosa, Mann. Sosa ist grüß. Freut mich, dich kennenzulernen. Ballern wir zusammen Leuten den Schädel weg? Ich habe gerade schon jemanden abgeknallt, Mann, der mit mir in die Karre eingestiegen ist. Okay, geiler Typ. Du gefällst mir, du gefällst mir. Ja, du gefällst mir auch, Mann. Wo kommst du her, Mann? Ich komme aus Sibirien. Sibirien? Ja, Bruder, aus dem tiefsten Loch, Alter. Ich war eben für eine kleine Ladung, weil du ein bisschen Cash verdient hast. Ja, Bruder, ich war Eisbären reiten dort. Verdammt! Albino-Eisbären. Albino-Eisbären. Sind sehr, sehr, sehr weiß. Der ist stabil, Digga. Hey, Sosa, woher kommst du eigentlich nochmal? Das ist eine gute Frage, Digga, das weiß ich auch nicht. Wo kommst du denn her, Bruder? Aus deiner Mutter. Ja, deswegen ist meine Mutter so, ich hatte ja keinen guten Draht mit ihr, weißt du? Verstehe ich, verstehe ich. Ey Leute, mich interessieren eure Familienprobleme nicht. Wollen wir mal da was starten oder was machen wir? Oh, wow, wie ist Digga, wie abgehob ist der denn, Alter? Schau mal, Marcel, ich sag dir ehrlich, lass mal, können wir nicht irgendwie so ein Event machen, dass wir oben da bei Theater so... Sowas wie Rap am Mittwoch sowas machen da oben. Das denkst du drum, Bruder, lass wir ein OG-Bett machen. Rap am Donnerstag. In dieser Hangar. Rap am Donnerstag, Alter. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Wir brauchen nur noch Ben Salomo, ein Haus, Mann, und dann geht die Scheiße los. Ja, Mann, Ben Salomo soll auch kommen. Der Wichser hat's drauf, Bruder, der Wichser hat's drauf. Ich weiß es nicht, ihr müsst NOS sagen, Digga. NOS, können wir da sowas machen? Grundsätzlich schon besser, als rumballern auf jeden Fall. Ja, auf jeden, aber... Ist doch okay, beruhig dich doch mal, ich baller nicht mehr rum. Ich hab doch zehnmal gesagt, ich baller nicht mehr rum. Wenn meine Hand am Zittern ist, dann ist meine Hand am Zittern, Mann. Dann bin ich halt am Polen, Alter. Bruder, entspann dich doch mal. Halt du deine Fischisten, Alter. Halt du deine Fischisten, Alter. Ich kann für euch ne Nachricht rausgeben, wenn ihr das oben machen wollt, kein Thema. Ja, aber lass uns erstmal einen Spot suchen, wo sollen wir das machen? Lass uns irgendwo ein G-Bett. Kennt ihr nicht... Am Strand ist doch wirklich was aufgebaut. Kennt ihr das nicht? Ne. Achso, ja. Warte mal. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Diese... Das Ding ist eigentlich ganz wild. Das ist wild. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, sorry. Hey! Schlingerei!!! Was geht da an Fækter?! Alle gegen alle, Bruder. Was geht ab, weiter? Okay okay eben eine Scheisse, Digger. Ab und zu muss sein, ab und zu muss sein, ab und zu muss sein. Das ist alles. ają. Kommt jetzt alle erst mal runter, wie die Streamingzahlen von MOG. Lass uns jetzt erst mal was ihr gescheites Planen, bevor wir loslegen. Lass mal zum Strand fahren, ich zeig euch das mal. Alles klar, komm wir gehen zum Strand. Ich glaub die Scheiße ist jetzt im Karton, wie MOG sein zu Hause. Wo sind die denn? Wir fahren einmal zum Strand. Okay Jungs, gib mal Gas, Alter. Er sitzt hier vorne, neben mir, maskiert. Ich Bruder, ich. Fahr du mal den Wagen, Bilal. Bilal Habibi, du bist Fluchtfahrer, so siehst du auch aus. Bilal ist sehr stabil, Bruder. Einer meiner loyalsten Männer. Ich küsse deine Augen, Bruderherz. Wohin geht's Jungs? Hinter den Herbst. Einer Scheibgarten springt zwischen Betti rein. Wo sind die lang? Ich geb Gas, Bruderherz. Das ist links, links, links. Ich zeig dir mal, wie man Leute weg macht. Ja. Sind die links gefahren? Ich glaub die sind hier durchgekommen. Ich geb ihm Bratan. Irgendwo Richtung Strand sind sie, Bruder. Oh Bruder, du kannst gut fahren. Du musst hier links, glaub ich. Ja. Farid, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Wir müssen bald neue Songs rausbringen, Bruder. Bruder, ich sag dir, es wird langsam Zeit. Es wird Zeit, Deutschrap zu ficken, Bruder. Auf jeden Fall. Komm lass ins Studio, haben wir kein Studio hier, Farut? Bruder, lass erst mal Strand gehen, lass mal diese Rap am Mittwoch, Donnerstag Scheiße da machen. Digga, komm wir baddeln dir alle kurz weg, Bruder. Ja. Aber Bruder, du weißt doch, Bruder, du kennst dich, ich kann nicht Freestylen, Bruder. Das war nie mein Ding. Bruder, ich bin neben dir. Ich bin neben dir und wir rasieren die weg. Okay. Ich bring uns zum Pier. Er fahr zum Pier, Marcel schick deinen Standort einfach, Hallas. Hallas schick Standort. Okay. So, wie sieht's aus, soll ich das Radio einschalten? Mach mal ein bisschen Musik, Bruder. Harut, ist bei dir kritisch mit Dings? Nein, da kann ich alles anmachen, ne? Äh. Ja, Bruder, mach einfach, ja, Scheiß, Bruder. Okay, was wollt ihr hören, sagt was. Ey, mein Handy klingelt mal so, Bruder. Was geht ab, wo bist du? Wir fahren Richtung Strand, wo seid ihr? Er sagt, no. Hugo, Hugo, Alter, wir fahren auch Richtung Strand. Wir sind gleich da, Bruder. Sag, er soll Standort schicken. Perfekt, wir sind auch Standort. Schick mal Standort, schick mal Standort. Ich mach gleich Standort, wenn wir da sind. Mama, Mama, Kriminal, Dicke. Geile Lied, Bruder. Geile Lied, Bruder. Bis gleich, Dicke auf, Bruder. Mama, Mama, Kriminal. 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 Erwerb hat geschossen, Bruder. Keine Ahnung, Wallah. Mama, Mama, Kriminal. Mama, Mama, Kriminal. Genau. Hast du Standort bekommen? Joker. Ich glaub schon, warte mal, wie hol ich das Handy nochmal raus? F9. Mach mal ganz kurz Ding, ja genau. F9? Ne, ich hab kein Standort bekommen, Nachrichten nix. Bruder, ich glaub das ist da hinten, da ist doch Konzert, schau mal, fahr mal zurück. Wohin, Bruder? Zeig mal. Geh mal nach hinten, genau, was ist das hier, Bruder, ihr seht doch auf wie ein Konzert. Das ist Autoscooter, Bruder. Wollen wir Autoscooter fahren? Wollen wir fahren? Komm, wir fahren. Oder sollen wir erst Ding, fahr mal erst nach hinten, wir fahren erst diese Achterbahn, valla geil. Welche Achterbahn? Hier, geradeaus. Fahr geradeaus. Jetzt irgendwo hier gleich rechts. Zeig mal, geil, Achterbahn. Weiter, weiter, weiter. Okay, hier rechts, fahr hier durch, wenn das geht. Kriegst du hin, ne? Das ist ein eng, Bruder, ne? Easy, Bruder, eng ist immer gut, du weißt. Einmal Farut, Ben, nie wieder eng, ihr wisst gescheit. Okay, komm. Ey, ich werd die ganze Zeit angerufen, Bruder. Ja, das ist Dings, Hugo. Hugo, Habibi, Albi, Abusa, Einak, Abus, ich hoffe dir geht's gut, was machst du, Bruder? Ich hab dir den Standort geschickt. Und du hast mir den Standort geschickt, wir sind grad bei einer Achterbahn, kannst du herkommen? Riesenrad. Oder sag mal selbst, sollen wir den Standort schicken. Oder schick mal, Farid, deinen Standort. Sag ihm einfach 82 02, Postleitzahl 82 02. Postleitzahl 82 02, wo ist das? Weißt du das, Farid? Ey, Bruder, keiner weiß das, kannst du jetzt jemand anderen den Standort schicken? Ich will Achterbahn fahren. Ich komm, ich komm, ich komm zu euch. Okay, okay. Auf welche Seite muss man rein? Aha, hier. Hat einer von euch Bargeld? Farut, hast du Bargeld, Bruder? Ich hab mich auch. Okay, muss ich mich einfach reinsetzen? Ich hab mich, Bruder, heute geht auf mich, ich hab dabei. Gib mal jeden 100 Euro oder 200 Euro. Ja, gib mir mal. Ey, was ist das, Alter? Geht man einmal immer wieder auf Platz 1, muss man hier Geld ausgeben. Bruder, ich hab auch kein Geld dabei, egal. Komm, die sollen uns ein Honig schmeißen. Okay, sehr gut. Schmeiß mal ein Honig für den Bratan. Was geht ab? Ich geb euch, ich geb euch. Ja, gib du, Bruder, weil ich weiß, ich check das grad nicht so. Okay, du hast mir 2000 gegeben, du bist ein Bruder. Wo kaufe ich ein Ticket? Hier, hier, komm, ihr müsst alle hier hin kommen, danach alle zusammen rein. Ich brauch nicht, ich brauch nicht. Okay. Kommt alle hier hin? Boah, danke dir. Farut, wieder? Ja, das ist schon seitlich eins. Okay, drei. Okay. Okay, gib ihn. Hugo, wo warst du, Bruder? Jawohl, jetzt geht's ab, Bruder. Gib ihn, Bratan. Zugabe. Ey, komm. Baby, Baby, Baby. Okay, let's go. Okay, let's go. Und los geht's, Bratan. Ey, mach mal X Muske. Mach X Muske. Mach X Muske. Mach X Muske. Jawohl, Juhu. Jawohl, Bratan, was geht ab. Okay, wir gehen ab. Berlin Lab. Ja, hat Spaß gemacht. Ne, Fahrrad, das war doch mal was. Ey, das war richtig krass. Sollen wir auch das gut abfahren? Komm, wir fahren Autoscooter, Bratan. Komm. Willkommen bei deinen, das war doch schön. Uh. Jetzt hatte ich nicht nur beim Rappen einen Höhenflug. Ich schwör, Bratan, richtig traurig, dass das hier nicht genutzt wird. Sag dir ehrlich. Ja, das finde ich auch traurig. Okay, wo ist der Autoscooter, Bratan? Ey, wollen wir einen Hotdog essen? Bratan, die haben keinen Halal. Nein, ja, was ist das ja? Tvi. Aber komm, ein Hotdog geht. Oder meinst du Scheiße hier? Weiß nicht. Aber ich kann auch keinen Hotdog kaufen, geht nicht. Hier, willst du ein Dings? Willst du einen Jubo? Ja, hast du was da? Ja, guck mal hier. Gib mal her. So. Mach mal Dings. Mach mal T. Mach mal T. T? Ja. T, dann geht ja oben diese Dings auf, ne? Ja. Dann machst du Slash, diese Schrägzeichen, ne? Was Slash, Bruder? Slash, diese... Hier ist gerade traurig, aber es ist der Freund, wenn wir alle zu ihm kommen. Wieso weißt du Slash, diese Schrägzeichen? Ja, hab ich gemacht. Dann machst du E-Joint. 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 Funktioniert irgendwie nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht? Oh, Dicka, du bist der Beste, Dicka. Geil. Kannst du nichts? Green Gelato. Wah, Habibi Albi. Ich küsse doch deinen Kopf, küsse ich doch, Bruder. Alles, was du hast. Okay, wie sieht's aus? Sollen wir Autoscooter fahren? Oh, okay. Auf Sarouks, Dicka. Komm. Farout. Das wird witzig. Fahrout, Bang. Komm. Komm, mein Bruder. Wir hängen auch sonst zusammen ab. Jetzt lass uns Autoscooter auch zusammen fahren. Ja, Bruder. Komm, Dings, Bruder. Wir wollen Autoscooter fahren. Na, Joker will mal sehen. Autoscooter. Kommt hier hin, wir fahren zusammen alle. Wallah. Ja, schick Standort. Wir kommen. Der ist beleidigt. Warum ist der beleidigt, Bruder? Ey, ganz wichtig, ne? Wenn ihr da reingeht, macht nur zwei Minuten, ne? In die Autos. Zwei Minuten. Wie steigt man ein? Mit F? Mit F, ja. Warte. Wichtig, nicht zwei Minuten, Joker. Du kommst da sonst nicht mehr raus. Okay. Wo steht zwei Minuten? Jetzt machst du E. Und dann Minuten machst du zwei. Und danach bestätige. Ey, Hamza, wie geht das, Bruder? Was? Wie gehe ich hier rein? Einsteigen mit F, Bruder. Und danach E. Zwei Minuten. Und dann bestätige. Okay, hab ich gemacht. Bestätige? Okay, ey, uah. Zwei Minuten. Ja. Was geht ab, Bruder? Was hast du dir gedacht, Uta? Wo bist du, Uta? Wo seid ihr? Da hab ich keine Hufen gesetzt. Flucht in Panamera. Mach Berlin zu San Andreas. Jawohl, Digga. Gib ihn. Ey, scheiße. Mein Auto fährt nicht. Ey, was ist das, Alter? Ey, Mann. Ey, Mann. Acker außer Kontrolle und Autoscooter fahren. Warum geht mein Links nichts mehr? Jalla roh. Ja, wir haben hier eine Nacht verkauft. Er wird es ja, wie ist das impost? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein. Ich weiß, nein. Ich weiß, nein. Ich weiß, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Ich weiß, nein, 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 nein. Warte, ich krieg euch, wartet ab. BAM! Na Hose geschickt, Bruder. Ey, ich komm, was passiert hier? Ich komm nicht mehr rüber. Bruder, du bist gefickt. Hey, Hamza, helf mir mal, Hamza. Ja, warte, ich helf dir. Hab ich den Farid kurz Baden geschickt, ja. Nein! Ich balle euch alle weg, Bruder, was geht ab? Was geht ab, ihr Wechsel? Wer ist denn das? Warte, ich kipp... Bist du umgekippt, ja? Scheiße, jetzt sind wir wieder draußen. Okay, halos. Hat noch ein paar Chips? Boah, das war geil. Was geht ab? Nein, ich mach da Spaß. Wollen wir jetzt mal zur Bühne gehen? Ja, komm. Okay, was gibt's bei der Bühne? Komm mir hinterher, ich dachte ihr wollt dort Dings machen. Rap Battle? Ja. Okay, ey, was ist das für ein Wichser da? Das ist Ding, ist Sota. Achso, ich wollte dich grad abballern, Dicker. Pass auf, mach deinen Helm weg. Nicht, dass sie dich nicht mehr erkennen. Warum läufst du eigentlich immer mit Waffe rum? Einer hat mich einfach getötet. Bruder. Du musst immer muten, Bruder. Nicht mit dem geht es, muten nicht. War wirklich klar, dass er das da ehrlich ist? Scheiße. Ja. Bruder, hast du alle gefickt. Hast du alle gefickt? So sag ich doch kurz meine Autos. Ich bin seine zweite Versuch. Ich mach die da. Okay, kannst du dem Schätzchen schnell sagen? Ey, einer für's Waffe, ey. Hey, Bratan. Ich glaub ich euch. Ich geb dir was essen. Du hast einfach Händen gemacht. Alle Kinder in der Papier, Alter. Ich mach das. Ich mach das. Bleib dran auf jeden Fall. Dann zeig ich euch. Ja, tut dir voll leid, Alter. Ich schwör bei Gott. Ich dachte, ihr seid noch in Autoscooterregal. Der Bratan ist da. Ich mach jetzt ein bisschen Appeal mit den Jungs. Wenn der hier rein, Alter, als wir hier sind. Viel Gehörn, Alter. Entschuldigung, Bruder. Wo werd ich endlich hoch? So. So, den ersten App hier. So, ein Dummkopf, Alter. Halt deine Schnauze, du Bastard. So. Und dein Mediziner, Mann. Das tut mir so nicht. Oh, man kann's endlich loslassen. Aha, was geht's jetzt? Wie geht's jetzt? Ja, alles klar. Bro, du musst Dispatch vernünftig schicken, sonst kommen die. Ja, ja. Warte. Guck mal, ich spiele jetzt ein bisschen. Ich küss dein Herz an, Alter. Ich spiele jetzt ein bisschen. Und wenn er nicht reinkommt, dann wird er vielleicht sehen, wie ich das spiele. Und dann wird er die RP so rein. Nee, 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 nee. Ich bin der erste Profi. Aber ich bin seine zweite Persönlichkeit. Ich bin Joker bei Shizu. Ich hab gehört, Marcel hat den größten Geschwanz ever. Ich mach das. Ja, ja. Das hab ich auch gehört, Digga. Ja, das hab ich auch gehört. Du hast an deinem Körper den größten Schwanz ever, Marcel. Aber das Ding ist, der steckt in deinem Arsch. Ja, hallo. Besser. Besser. Wollah, es tut mir so leid, Digga. Das war nicht der Absicht. Das Ding bremst einfach nicht. Wollah, das hat nicht gebremst, Digga. Ja, nicht gebremst du. Eigentlich ist Marfels Ausrede Kopfschmerzen. Nee, ich hatte keine Kopfschmerzen. Ja, ich hab den Ding gefunden, grad bei den OGs, Digga. Ich hab erst mal einen Platz, mach Platz, mach Platz. Ich hoffe euch in den Familien geht's gut. Ich küsse ihr Herz. Die RP-Polizei kommt. Okay. Okay. Das war das erste, was du machst. Die RP-Polizei. Ich küsse ihr Herz. Warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Ich bin der Gestibel, der Gare, alle Gäste ist heiße, ja. Soll seine zweite Persönlichkeit einfach ein Spanier sein? Verdammt, das ist heiße, wer ist seit Jahren. Ich hab schon gesehen, aber hab ich schon gesehen. Oh mein Gott, das wird so viel selten, Digga. Bruder, pass, wollen wir eine. Ich bin Sinti. Ich habe viele Lamborghinis, ich habe viel Geld, ich habe Gold. Bruder, kann ich irgendeinen Vogel holen? Wir haben alles. Weißt du, ich mein... Ey, Noss könnte das machen. Ey, Noss, Bruder. Ey. Noss, warte, 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 warte. Habibi, du weißt doch. Bruder, ich küsse der... Ich mach mal auf Kapis. Ich mach mal auf Kapis. Könnte auch ein Report schreiben. Ah, Baleppi, er redet aufm Boden. Baleppi, er hat geredet, meldet ihn. Er redet aufm Boden. Ah, ahm, ahm. Ahm. Jo, ich hab' der Papa, Obra. Rau, 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 was die sonst laut Jesus aus, äh. Hello with a cobra. Nein, nein, was lag da? Jo, hol mal die hier, Dings. Versuch mal die, ähm... Weißt du, die, äh, Wichser hier aufm Boden zu stabilisieren. Joa, bin dabei. Was passiert? Schießerei, oder? Nee, das war, ein Vogel ist gegen den Kopf geflogen. Okay, schau, ich mach mal ein bisschen. Ja, das erklärt auch das Loch da. Bruder, du musst dich auf jeden Fall hochholen. Ja, ich, äh, geb mein Bestes, ne? Das sind alles drei Löwen, wir kämpfen. Okay, geil. Warte, nicht vorhin beim Dings? Wo waren wir? Bei der Bank? Äh, die Buckele. Nein, 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 nein. Ja, sowas ist nie los überhaupt, Alter. Bruder, wenn ich dich finde, ich schau nach. Lass mal ein bisschen Action machen. Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. Was war hier los, verdammt? Oh mein Gott. Weiß ich nicht, frag deine Kollegen. Verdammte Scheiße. Wer seid ihr alle? Verdammte Scheiße, wer seid ihr? Warte auf, hat direkt joint im Mund. Verdammte Scheiße. Das tut mir leid, Bruder, das war ich. Joker, wer bist du nochmal? Verdammte Scheiße, verdammt. Ich hab meine Tabletten nicht genommen. Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab Shizu, Mann. Ich bin schizophren, Mann. Wer seid ihr? Kenn ich euch? Der Junge hat Schizophrenie, Alter, glaub ich. Digga, das ist doch nicht Joker. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammt, mir geht's gut. Wer bist du, Mann? Verdammte Scheiße. Ich kann das sein, Bruder. Du bist auferwacht, Bruder. Plötzlich bist du ein anderer Mensch. Verdammt, Bruder. Verdammte Scheiße. Seid ihr meine Freunde? Ja, normal. Okay, okay. Alles klar. Okay. Ah, stimmt. Stimmt, Mann. Stimmt, Mann. Du kannst mir so bekannt machen, Mann. Okay, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Hast du einen Job gewechselt? Du gehst ganz gut. Es gibt was. Bist du nicht mehr beim Casino? Nee, der wurde immer. Nein, ich bin nicht mehr beim Casino. Oh, Faru. Lebt der? Jo, Faru, Digga. Hey, was ist passiert? Hab ich dir schon gesagt, dass du schon immer mein Bruder warst, Digga? Was passiert, Bruder? Erzähl mal kurz. Bruder, schau mal. Ich hab ein Kali-Auto und ich dachte, ihr seid am Auto-Scooter-Trag. Ich bin voll Gas hier. Ich seh euch. Ich drück Bremse. Wallabilla, Digga. Das Ding hat nicht gebremst, Digga. Ich bin voll in euch weit gefahren, Bruder. Es tut mir so leid, Digga. Wallabilla, es tut mir so leid, Digga. Es tut mir so leid, Digga. Es tut mir so leid, Digga. Entschuldigung. Zum Glück war ich schon im erregten Zustand. Mein drittes Bein hat alles abgebremst. Alles gut. Der dritte Standbein, weißt du. Wo ist der dritte? Der wird sich überlegen, hundertprozentig, Digga. Wallabilla, Scheiße. Der wird sich überlegen, glaub mir, Digga. Der hat immer so'n Schreck. Komm schon. Okay, meine Freunde. Ja. Wallabilla, Scheiße. Ich glaub, ich hab lange keine Tabletten genommen, aber mir geht's jetzt gut. Wallabilla, Scheiße. Wallabilla. 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 Ich hab eine Bank ausrauben, Mann. Ja. Eine Bank. Verdammte Scheiße, eine Bank. Ey, Torsten, komm, Bruder, einmal müsst ihr mir machen, Bruder. Los, verdammte Scheiße. Ey, Digga, was ist mit deiner Stimme passiert? Verdammte Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wer du bist, Mann. Ey, Bro, ich muss dir was erklären. Ich muss dir jetzt was sagen, okay? Wie bist du, Mann? Ey, was hast du mit meinem Bruder Joker gemacht? Hör zu, ich bin nicht Joker. Ich bin Poker jetzt. Ich hab zwei Persönlichkeiten, Mann. Verstehst du's? Ich muss Tabletten nehmen, Mann. Scheiße, Bruder. Verstehst du? Aber die haben mir gesagt, du bist unser Freund, alles gut. Mir geht es super jetzt. Der Bruder ist ja richtig durch, Alter. Hast du nicht deine Tabletten dabei? Nein, hast du Tabletten für mich, Mann, bitte? Ja, sicher hab ich. Ja, komm, komm, Mann, komm. Gib sie mir, Mann. Ich brauch Tabletten, Mann, komm. Bitte. Schizophrenietabletten hast du, ne? Ja, verdammt, verdammt. Ja, ganz viele. Schau mal kurz in unserem System nach. Okay. So, ich kann dir hier eine geben. Ja, gib sie mir bitte, weil ich... Bei mehr Tabletten hier? Ich bin sonst nicht bei mir. Ich bin sonst nicht bei mir. Ah, danke dir. Vielen, vielen Dank. Wow, perfekt. Das sind genau die Richtigen. Danke dir vielmals, Mann. Kein Thema. Wow, ne. Okay, Männer. Nee, 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 ich hab, ich hab, ich hab, alles gut. Er hat mir Tabletten gegeben, ich bin wieder bei mir. Wisst ihr, wenn ich Joker bin, dann will ich immer jeden töten, Mann. Mach mal deinen Rücken gerade, Bruder. Ja, wunderbar. Ja, ja, mir geht's gut, aber ich kann ihn nicht strecken. Erklär mir, wie ich mich strecke. Komm, ich knack dir den ein. Komm, 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 komm. Bruder, du, äh, STRG, Bruder, STRG. Ah, alles klar. Okay, super. Wenn du diese, wenn du diese STRG machst und einen eine Bombe gibst von hinten auf seinen Kopf. Ist ja weg. Alles gut, Bruder, ich bin jetzt wieder bei mir. Weißt du, wenn ich in diesem Zustand bin, dann verstehe ich alles. Aber wenn ich meine Tabletten nicht nehme, Bruder, dann geht die Post ab, Digga. Oder Tabletten sind nicht gut, lass die Finger von Tabletten, Mann. Oder was soll ich machen, Digga, was soll ich machen? Verdammte Scheiße. Ja, können wir machen. Okay, komm. Komm, let's go. Ich muss mal kurz hier meine Gitarre suchen. Hol mal deine Gitarre vom Kopf aus. Ich hab was singen. Habt ihr was zu trinken da? Ja, bra. Ja, ich hab, komm. Wer ist das denn? Ich muss mal mit dieser Steuerung auch klarkommen, ich weiß nicht, was was ist. Was machst du, oder? Mein, mein. Wie heißt du überhaupt? Ein paar rot. Ey, dieses Wooten, Wooten Shit, Bruder, die gefällt mir, Alter, das suche ich auch immer. Danke, Bruder. Ja, ich kann dir sagen, wenn wir Dings gehen schaffen. Aber die Lakers Hosen gefällt mir nicht mehr. Ey, was ist jetzt, wollten wir diese Dings machen, diese Rap Battle? Äh, lass das mal später machen, Bruder. Das sieht fresh aus, Alter, Bude. Lass mal einmal Bank machen, Bruder, bitte. Ich schwöre, ich wollte einmal das erleben, wie das hier ist, Bank zu machen. Ja. Ja, Mann. Komm, Mann, was geht ab, Mann? Ey, piss dich mit dem Schläger, Mann. Willst du ja die Knarre, oder was? Bruder, Bank machen, das wurde eh schon gemacht. Alles gut. Okay, was können wir machen? Was gibt es hier? Ich will irgendwas überfallen. Mit schön, mit 100 Geiseln. 100 Geiseln? Verdammte Scheiße, ich werd den größten Coop in diesem Scheiß-Stadt drehen. Aber das höchste waren 50 Geiseln. Oh, warte, er singt, er singt, er singt, hör zu. Ja, ich hab's gefunden. Ups. Let's go. Und du singst? Ja. Okay. Einen Moment. Alles klar. So, spiel mal deine Musik, bitte. Ja, mal zwei, jetzt. Dann muss man noch den Dings drauf holen. Kann man sich auch ein Lied wünschen? Ja, klar. Ich hätt gern, ähm, ich hätt gern bitte einmal High IQ von, ähm, Dings, von Snap. Ja. Ich weiß nicht mal, was du gesagt hast, gerade, nach dem. Hört echt gespielt. Ja, warum hat deine Gitarre drauf? Ach. Einer und eine Fresse, man. Hey, das war ein Gartner-Kanal. Ich kenne den Song nicht. Schau mal. Nee. Okay, dann ab, bevor ich schlafe, gebe ich den Weg. Kennst du Hey Delilah singen? Kennst du den Song? Hey Delilah singen? Ja, ja, aber das, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Hey Marcel, du gehst noch nicht, man. Okay, halt dich an mir fest, Digga. Okay, fahr ich. Halt dich an mir fest. Ja, du hast mich lang nicht mehr so angesehen, hast mir lang nichts mehr erzählt. Ja. Unsere Fotos hast du abgenommen. Oh ja. Weil dir irgendetwas steht. Verdammte Scheiße. Erzähl das, Mann. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Ich weiß es nicht, Mann. Weiß nicht mehr, was dich berührt. Ich weiß nicht mehr welche Quote. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt. Hä, wie kann ich tanzen? Und dich nur noch mehr verwehrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Oh ja. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist was Spaß. Verdammt, das packt mich emotional. Ich muss tanzen. Ich muss tanzen, Mann. Halt dich dann, bis du schlafen kannst. Yeah. Oh ja. Doch du wälzt dich hin und her. Hast du los, Mann? Oh. Gib ihn. Du schließt die Nächte von mir abgewandt. Yeah. Ja, okay. Bist du einfach neben mir. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Okay, okay, okay. Okay, okay, Bro. Ja, alles klar. Ich muss gleich weinen, Mann. Ich muss gleich weinen, Mann. Scheiße, Mann. Gleich ruf ich mir eine Ex an, Alter. Scheiße, ich weine, Mann. Wie kann ich das tanzen? Bruder, ey. Ich kann nicht aufhören zu tanzen, Mann. Das hat mich so gepackt, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich mach das vor Starbucks und du holst die Leonis die Nummers ab. Okay. Warum sei es dran, Jungs? Leicht euch doch mal zusammen, ja? Ähnlich, Alter. Was machst du mit euch? So, haben sie auch raus. Und wo hast du denn Wut hängen, Hudi? Warum wollen alle singen auf einmal und rappen, Bruder? Hast du einen Zanz oder was? Genieß das. Du musst aber auch singen. Normal, Bruder, normal. Warte, ich muss erst reinkommen. Okay, let's go. Ist alles gestimmt. Das passt alles. Okay. Ich schwöre, er ist mit Zaz gekommen in Herz. Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Hey, Leute. Was passiert, Bratans? Warum singt ihr hier? Was ist mit mir passiert? Bratans, was macht ihr hier? Wo bin ich hier? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Warum singen wir? Warum singen wir? Meine Tabletten wirken nicht mehr. Ich komm gar nicht mehr klar. Dein Blatt in, Alter. Wie ist jetzt in der Gangklampe, du Scheiße, Alter. Welche Gang bin ich? Nein. Nein. No. Gäng, gäng. Ein Blatt, was ist für den Blatt, Mann? Geht's. Es geht mir da fast zu, Bruder. Seit Schluss. Nein, kein Blatt. Gib das Handtuch, Mann. Pass auf, der Klee hat ein bisschen Wichse gemacht. Jetzt alle. Ich verweiß war ein Dorf in der Türkei. Boah, war da geil. Dorf in Türkei, okay, reichen. Okay, ey, was machen wir hier? Ey, schau mal, Jota! Wir fahren alle zur Stadt, machen eine Geisernahme und klein alle verfickten Koptern, die da vorbeifahren, Mann! Das hab ich vorgeschlagen, ich hab gesagt, schau mal, wir sind doch hier Gast, wir sollen mal was, Bruder, ich will dir hier ein bisschen was fickern, Bruder, weißt du? Ja, ich hab's nicht gehabt, ne? Macht's gut, Spaß! Ja, haut ab! Sondern wirklich auch hier die Officer und so, weißt du? Okay, dann lass uns hier einsteigen und losfahren, komm! Genau, und die Jungs, die planen jetzt, die planen jetzt ein Startfahrgeber. Wo ist der Fetzler? Ja, Moment, das geht. Okay. Bleibt mal alle hier, das wird so nicht funktionieren. Wer steht da hinten am Rab, Bruder? Weh, weh. Jungs, ihr vergisst, dass wir nur fünf Leute sein dürfen, ne? Ja, du warst fünf Leute. Rest Geisel, aber vor der Bankraub wurde eh schon gestartet, weißt du? Ich bin gern wie der Geisel, ne? Scheiße, Bruder. Bruder, hier, Jungs, Geisel, äh, Ding, Bankräuber sind hier ein bisschen komplizierter, wir gar nicht. Lass uns einfach Leute wegballern. Und was mit diesem Juwelierraub? Ist dasselbe, Bruder, alle Räuber sind die gleichen dir. Farid, Farid, komm mal, steck mal ein, wir gehen ein paar Leute wegwichsen. Okay, jalla. Weißt du was? Das bin ich auch. Okay, Bruder, wir sehen uns auch. Warte mal, was hast du dein Wort hier, Joko. Aska, steck mal einfach Wir fahren erstmal los, Jungs. Ey, warte mal, warte mal. Hat das Auto eigentlich auch Jarvis? Ey, Marcel. Ja, Bruder, ich bin gefickt. Ich hab schon 10 Ansagen bekommen wegen so. Bruder, ich wette nicht. Ey, Bruder, ey. Entspannt euch, Bratan. Ja, ich bin entspannt, Bruder. Ja, alles geht. Noch entspannter und ich schlafe wieder, Wallah. Ey, was macht der Wester dahinten? Mast, du verschissener Wichser, Mann! Fahr mal heute, bevor du ne Kugeln in deinem Scheiß Kopf drin hast! Mast, verpiss dich, du Hohensohn! Kleid ihn ab! Joker, kleid ihn ab! Gib ihm, Joker, gib ihm! Gib ihm, Joker! Joker, kleid ihn ab! Joker, kleid ihn ab! Ich hab keine Waffe mehr. Nein! Du hast keine Waffe mehr! Nein, Bruder, der ist, der, 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 der Krankenwagen hat doch gerade ihn behandelt. Ja, und? Trotzdem hat er seine Waffe, ey? Aber der, der, der kann doch nicht ziehen. Mann, Scheiße. Ach so, er ist Ding, äh, Ding. Ah, warte, der muss noch, du musst noch ein bisschen, du musst noch ein bisschen klagen auf dein Leben. Du musst schaden. Ich hätte ihn wegge, ich hätte ihn weggeballert. Richtig, du musst noch ein bisschen warten. Ja, und wann kann man wieder diese... Oha, Bruder, wie... Ja, Bruder... Joker, hast du einen Führerschein, Bruder? Ja, natürlich hab ich einen Führerschein, Bratan. Oh, okay. Bruder, bei Führerschein, in 8er Quote Tipico gewonnen, Alter. Bruder, Joker, wo hast du deinen Führerschein her, Mann? Bratan, mir macht es Spaß, so kaputt zu fallen. Oh Gott, ich seh schon die... Ohaah! Hä, habt ihr euch nicht verletzt, hä? War gut, hä? War gut, hä? Alles gut, Mann, alles gut. Ich würd' ja... Ja? Ich würd' eigentlich auch gerne fahren, Bruder, aber das Ding ist, das Ding ist, äh, das Auto ist schaltgetrieben. Und du weißt ja, wegen meiner Behinderung, meinem dritten Bein, da kommst du die ganze Zeit auf Bremse, Bruder. Ich kann das Auto leider nicht fahren. Deswegen nicht überlassen, aber bring uns nicht in Gefahr, Bruder. Okay, alles klar, guck mal, da ist ein Wichser, glaub ich. Guck mal, der hat da hinten geparkt. Ey, die kann... Du hast das Auto kaputt gemacht. Schreck mal aus, schnell, 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 schnell. Okay. Alter, haben wir eine Reparaturkette? Warte, ich kauf schnell eins. Was? Ich hab... Jungs, ach so, meine Waffe noch 6 Minuten, Alter. Komm, wir gehen gucken, was die Wichser da drüben machen. Bitte Hilfe, Mann, mein Hamster ist gestorben. Mein Hamster ist gestorben, Mann, mein Hamster ist gestorben. Du dreckiger Wichser, Mann. Schieß, schieß wie ein Mann. Jawohl, Dicker. Bader den weg, den Wichser. Bader den Wichser. Der hat's gehahnt, Alter, dass ich seine Karne klomme. Scheiße. Ey, habt den Reparaturkit. Das ist... Wow. Sieht gut aus. Ja, steck rein. Ich fahr nicht, Bruder, ich kann nicht. Das Auto bremst die ganze Zeit. Ja, ich fahr, ich fahr. Ja, steck rein. Steck rein. Ich steck rein, Mann. So, ich mach jetzt bisschen Stress, ja? Okay, mach Stress. Ihr gib mir Rücken. Ich geb dir den Rücken, Bruder, gib Fahr. Okay, 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 okay. Jawohl, wir sind richtig, Bruder, steck. Ey, aber ich brauch... Warte, warte, ich brauch... Ich muss 5 Minuten warten, sonst kann ich nicht schießen. Ach so, ach so, ja, ja, stimmt. So. Aber hier sind wir richtig. Komm, wir machen Schlägerei einfach. Sosa, fick dich um. Warte, pass auf, ich zeig dir, wie es geht. Ey, yo, Jungs, kommt mal her, hier. Hier ist Wölfe-Part, du Idiot. Jungs, kommt mal her, hier. Ja, ja, wir tun mal. Ja, geht mal. So, ihr kleinen Fotzen, was schaut ihr euch... Was schaut ihr uns an von der Straßenseite? Habt ihr ein Problem? Haben wir nicht, haben wir nicht. Hey, Joker, die haben dich ziemlich schief angeschaut, Bruder. Nein, alles gut, bitte, bitte, chill, chill. Ach so, die sollen wissen, dass die sich mit uns nicht anlegen sollen. Jo, mach ich nicht, mach ich. Habt ihr das gehört, ihr Wichser? Habt ihr das gehört, ihr Wichser? Habt ihr das gehört, ihr Wichser mit uns? Könnt ihr nicht für hier? Ob ihr das gehört habt, ihr Wichser? Habt ihr das gehört? Ja, besser, dass ihr's gehört habt, ihr Wichser. Ja, besser, dass ihr's gehört habt, ihr Wichser. Ja, habt ihr das gehört? Ihr kleinen Wichser, ihr. Nö. Ich hoffe, ihr habt's gehört. Muss ich nochmal, komm, fick ich euch. Habt ihr mich verstanden? Oh, okay. Meinst du, die haben es gehört? Hey, fahr doch mal zurück, man. Die haben's nicht gehört, man. Fahr zurück! Was ist das für ein Taxi? Hallo! Was geht ab? Dein Schutzgeld, hast du verstanden? Für dein ganzes Taxi-Stand. Okay. Und hier ist gleich ein Bankautomater. Heb doch mal ein bisschen was ab, oder? Ja, du kannst gleich abheben, wie ich. Nach meinem Release. Du kannst mal Joker ein bisschen was überweisen, Digga. Was hältst du denn? Komm mal her, du. Oder wollt ihr zwei Fick werden für uns? Komm mal her, du. Komm. Ihr wisst schon, wo wir hier sind. Wir sind hier in Dortmund. Aber Herr Joker. Ja. Ja, weil wir in Dortmund sind, dürfen wir kein Schutzgeld mehr verlangen, oder was? Wir sind hier in NRW. Weißt du, was das heißt? Wenn Manuelsen kommt, dann seid ihr. Alle. 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 Ja, hast du Angst, sagst. Ich finde die Taste nicht, womit ich dich hauen darf, aber ich würde dich so gerne hauen gerade. Ach, kommen Sie. Ich finde... Der ruhigen Sie sich doch. Welche Taste ist denn das? Gehen Sie doch einfach hier weiter. Was? Gehen Sie doch einfach hier weiter. Gehen Sie doch einfach weiter. Gehen Sie doch einfach weiter. Gehen Sie doch einfach weiter. Achso, Scheiss. Ich kann mich trotzdem nicht angreifen. Ich habe drei Minuten Pause. Ich würde dich sonst jetzt richtig ficken hier. Du hast nur Glück. Gehen Sie doch drei Minuten, okay? Lass lieber weiter auf. Dein Taxi soll... Dein Taxi soll quer hinten in die Schränke gehen. Kleiner Wichser. Ich denke ein, ich denke ein bisschen los. Komm, wir verpissen uns hier. Kleiner Wichser, verpisst euch. Ich habe ihn verstanden. Okay, okay. Okay, wir machen gute Ansagen. Wir machen gute Ansagen. Ich merke das. Ich habe wieder Ärger bekommen, ihr kleinen Wichser, Digga. Jetzt reicht jetzt. Waller, lass mich raus, ruhig. Ich gehe schlafen los. Warum hast du... Ich habe schon wieder Ärger bekommen. Von wem? Egal. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Wie Ärger? Von wem hast du Ärger bekommen? Wir klären den Ärger. Lass deine Mutter ficken. Von wem kriegst du da Ärger, hä? Bruder. Zu dem willst du nicht seine Mutter ficken, Bruder. Hey! Hey! Du Dreckiger Mann! Komm, steck aus. Hey! Hey! Brems ihn aus! Er hat nicht Arafat auch so einen BMW? Hey, brems ihn nicht aus, Bruder. Jetzt brems ihn nicht aus. Mann, steck ein! Hey! Sosa! Komm, Bruder! Steck mal ein! Jungs, warum kriege ich immer nur Ärger? Hey, Joker! Joker! Ah! Und was haben wir jetzt nochmal gewettet? Ich habe das vergessen. Ich muss eine Woche Banger Musikklamotten tragen, dafür zahlst du den Urlaub. Weil du verloren hast Real gegen Paris. Habe ich gewonnen. Jetzt zahlst du Urlaub auf deinen Nacken. Okay. Und ich muss eine Woche lang Banger Musikklamotten tragen. Und der kommt morgen an. Heute früh hat mich Farid direkt angerufen und hat mir gesagt, wo ist deine Adresse. Diese Sachen sind schon auf dem Weg. Wie viel kostet der Urlaub? Bruder, das entscheide ich und der wird 288.000 Euro kosten. Ja, das passt schon, Bruder. 288.000, Alter. Nein, Spaß. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Hey, sonst habe ich auf meinen linken Arm, habe ich das Geld. Das passt schon nicht. Ich küsse dann auch. Nein, nein, Quatsch. Ach, Bruder, jetzt werde ich einen schönen Urlaub uns raussuchen. Auf ganz locker gehen wir schon Dubai irgendwo. Wir wünschen auf jeden Fall was Schönes. Ach, Dubai. Auf ganz locker. Dubai, Hayat. Hayat. Hey, Sosa, das ist unsere neue Hood, ne? Sosa, das ist unsere neue Hood, Bruder. Das gehört uns. Schau mal, hier. Ja, was ist das? Hier fängt es an hier. Hey, warum bist du raus? Steig ein. So, schau. Hey, da ist eine fette G-Klasse hinter uns. Hier ist, ja, ja, ich weiß. Hier ist der Eingang, da ist die Kirche, Bruder, weißt du? Ja. Hier ist die Hood komplett. Okay. Das wird unsere Hood sein. Alles klar. Das ist unsere Hood. Hier kommt kein anderer rein. Das ist unsere Hood. Wenn ein anderer reinkommt, dann ballern wir den weg. Richtig. Hört mal zu. Steig mal aus. Steig mal aus jetzt. Steig mal aus. Hört mir mal zu, Digga. Steig mal aus, ich muss kurz reparieren. Okay, nein. Ich will hier was klären, jetzt. Ja, wir kannst klären, was du willst. Schau mal, du siehst doch welche Farbe wir anhaben, Joker. Richtig? Rot. Wir sind die Bloods, Digga. Die Motherfuckers hier in der Stadt. Okay, alles klar. Gib mir eine rote Jacke. Du, willst du? Ich frage dich jetzt hier mit Sosa und mit Farouk, Digga. Ja. Möchtest du unsere Familie? Okay, alles klar. Ich bin dabei, Alter. Was ist los? Ich bin bei dem Platz. Das Ding ist doch, wenn du bei dem Platz bist, dann können wir mit 25 Leuten andere 25 Leute ficken, weißt du? Richtig. Alles klar, Bratan. Genau für sowas bin ich. Genau für sowas bin ich. Sag doch gleich, was Sache ist. Aber ihr habt gesehen, ich bin ein Mann. Ich baller die alle weg. Ich baller Kopf in den Schädel. Ich weiß, ich weiß. Aber wir müssen dir noch weibeln, Digga. Dass du ein bisschen... Hör auf zu lachen, du Wichser, Digga. Du stepptest ihn immer weiter an mit deinem Scheißlachen. Ey Bruder, ich feier das. Lass ihn doch. Ja, ich weiß, dass ihr das feiert. Aber ey, ihr kleinen Wichser, ich krieg den ganzen Herker hier. Der ist mir doch scheißegal, Alter. Hauptsache, ich feier die Scheiß. So, hört mir zu. Alles gut, Digga. Digga, ich scheiß auf euch, Digga. Nein, nein, okay, ich hör zu, Bratan. Ich hör zu, ich hör's dir. Ja, okay. Wir sind die Blattruher. Das wird unser neues Anwesen hier sein. Alles klar. Und wir werden uns langsam aufbauen. Wir werden nicht irgendeinen dahergelaufenen Hurensohn einstellen. Okay. Wir müssen uns gut überlegen, wem wir in der Familie aufheben. Alter, aber wir nehmen nur stabile Jungs. Nur stabile. Und was ist mit den zwei Hobby-Bikern hier? Also auch kein Casper hier. Oder andere hier, Sprechgesangsartisten. Ey, Joker. Ja. Wir müssen mal mit Ding reden. Der soll auch kommen. Mit Paco Ramirez, PA. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Komm, wir reden mit dem. Der soll kommen. Der war dabei damals, aber der hat aufgehört leider. Weißt du, was ich mache? Hm. Weil ich der Joker bin, ich mach mir meine Haare rot. Oh, shit. Dann sollen die ganzen Wichser wissen, dass der Joker bei dem Platz ist. Richtig, richtig, richtig. Und das Gute ist, wenn du mal Stress hast, ne? Mal gucken, wie lange. Mal gucken, wie lange. Wer hat das gesagt? Ey, Hamza, was soll das, Digga? Willst du... Warum, 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 warum? Ey, yo, du ziehst du auf mich? Ja, ja, das war aus Versehen. Ja, ja, das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Okay, was geht weiter bei dem Platz? So sauerlich, der habe gleich den Kaffee. Okay, hey. Guck mal, wir machen die Familie auf dem Platz. Ich suche dafür, dass wir hier Lowrider bekommen. Eben X-Räder. Wo kann ich mich erst mal rot umziehen? Wir ziehen uns gleich um, du. Weil die hier vorne können wir uns nicht umziehen. Alles klar, komm. Ich will direkt was Rotes anziehen. Ich muss den Leuten zeigen, was die Sache ist. Ja, wollte gerne. Welche Gang hier am Start sind. Hast du Cash dabei? Ja, ich habe 2.000 dabei. Nee, das ist recht. Ich habe aber Karte. 3 Millionen. 3 Millionen? Ja. Was denkst du dir? Ey, was dachtest du denn? Scheiße, ich war Millionär hier, Mann. Jetzt bin ich broke. Ey, ist egal, ich gebe dir was ab. Wir sind Platz, wir sind eine Gang. Nein, kein Stress. Ey, Sosa. Ja? Wie sieht das aus, wenn das unsere Rote ist, Bruder? Wenn irgendwelche Leute reinkommen, dürfen wir die direkt abknallen? Ja, ja, ja. Natürlich. Natürlich, Digga. Ich glaube, ich würde den Job sogar hier ein bisschen Joker überlassen. Der mag das zu ballern, glaube ich. Auf jeden Fall. Bruderherz, wir ballern alle zusammen, oder nicht? Ja, das auch. Wir machen das alle zusammen, Bruderherz. Schöne direkte Kopfschüsse. Munition sparen, umweltfreundlich. Äh, äh, äh. Gut, Herr Geziger. Na, Greta Thunberg war stolz auf dich, vertrau mir. Ja, wo ist der Einag? Ja, wo ist der Einag? Ich weiß es dir, Wallah. Bruder, du hast doch Mock seine Mutter gegeben. Wallah, lass ihn. Du Haram-Dame, Mann. Wallah, ey. Was willst du von ihm? Der hat nirgends... Nee, nee. Der hat nirgends für Ruhe. Das ist mir scheißegal. Ja, Bruder. Ey, was ist mit ihm los, Bruder? Entspann dich, Bruder. Entspann dich. Okay. Dieser Stuhl hat meine Mutter beleidigt. Ey, habt ihr Bargeld dabei? Hat... Joker hast du Bargeld dabei? Ich hab 10.000. Ich hab 10.000. Okay, gib ihm mal 1.500, Bruder. Bruder, ich weiß nicht, wie ich da du... Bruder, mach jetzt keinen Scheiß. Bruder? Bruder, ich schwör, ich weiß, ich kann nur alles geben. Äh... Ja, dann gib ihm alles. Aber ich brauch auch Geld, Bruder. Bin ich ein Hund, dass ich nicht auch Geld von mir brauche? Warte. Nein, ich will keine Brille. Ja. Das geht nicht. Ich bin gerade gekommen. Ich weiß selber nicht, wo das abgeht. Ey, Marcel. Ey, kann ich dich nicht mit Karte bezahlen? Bruder, ich... Wie geb ich das Geld? Schau mal, ich hab Bargeld und dann will ich dir das geben. Brauchst du Geld oder was? Ja, Bruder. Ah, okay, okay. Warte, warte. Ich geb dir, ich geb dir kurz. Marcel. Ah, okay. 5.000. 5.000, ich geb dir. Ja, ja. Okay, hast du willkommen? Ja, ja, hab ich willkommen. Warte, jetzt geb ich Joker das Geld. Ja, aber... Was verstehst du denn denn? Hallo, hörst du mich? Ja, ja, wie spät, hör dich. Warte. Ich hab auch... So, ich hab dir jetzt 5.000 Euro gegeben. Okay, jetzt hab ich 7. Okay, komm mit dir. Okay. Stell dich hier hin. Ja? Und mach bei dir. Geh rein, wenn du verstehst. Ich brauch einfach Sixpack, halt. Normal, Bruder, ich trainier doch jeden Abend. Okay. Lauf bei dir. Endlich hast du angefangen zu trainieren. Ich hab dir noch mal von ihm gesagt. Ja, muss, muss. Oh, Bruder, mein Kopf ist so gestickt. Ich glaub's mir gar nicht. Glaub ich dir, Bruder, glaub ich dir. Aber war trotzdem voll witzig, ne? Ja, normal. Normal. Das ist das Wichtigste. Aber Arme, wenn wir so weitermachen, sie sind... Alle zwei Minuten vom Ding. Ja. 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 Hey, schau mal, schau mal. Äh, Marcel. Ja, Bruder. Was was? Schau mal, wie ich vor Spiegel flex. Zeig mal. Okay. Ja, perfekt. Hey, schau mal. Warte, warte, Joker, das geht so... Ey, Bruder, was hast du gemacht, Bruder? Warte, warte. Wallah, du hast alles gefickt. Bruder. Komm mal, komm mal wieder hier rein. Ich erklär's dir, ja? Ja. Komm mal wieder hier rein. So. Bruder, er sieht einfach aus wie Elfe, der grad Geschenke mit deinem. Geh hier rein. Geh hier rein. Und betätige den E-Muskel. Ja. Warte mal, ich muss kurz deine GoPro anmachen, Bruder, ja? Warte. Warte. Hm. So. Okay, äh, geh jetzt auf... Hose, Hosen 1 unten. Hosen 1. Ja, bin ich. Geh runter mit der Paltastung. Bin ich, ja. Dann, äh, mach Hose... Äh, warte. Hose... Äh, 5. Und... Mach Hose 5. Ist grau. Ja, und jetzt geh runter auf Hosen 2 und mach da auch 5. Jawohl, Digga. Okay, geil. Okay, äh... Willst du noch was machen? Ja, oben, oben. Oben, okay. Dann geh hoch auf Torso. Torso 1. Warte. Torso 1, ja. Bruder, wer hat hier ne Tastatur dabei, Digga? Das ist Maß. Hier steht Polizei an der Seite. Torso. Warte mal, warte mal. Torso 1, geh weiter, bis du was geiles findest, Digga. Aber ne, er zeigt mir nix mehr an, er zeigt nur Digga, er zeigt mir nur Polizei an der Seite. Bruder, nicht Tattoos, Torso, Bruder. Torso. Oben, ganz oben. Ah, okay, Torso. Du bist bei Tattoos, mach die Tattoos weg. Ja, ich hab verstanden, ich hab verstanden, Bruder. Ich küsst den Namen, ich hab falsch gelesen. Ja, ja, alles easy. So. Warte. Bis dir was gefällt, sag mir dann. Den Rest musst du dann bearbeiten. Okay, Torso ist... Welche Farbe hier? Torso 1 ist Outfit und Torso 2 ist die Farbe. Kannst du ändern. Ja? Okay, ich hab perfekt gemacht. Das da. Okay, dann musst du auf T-Shirt. Auf T-Shirt 1 jetzt. Auf T-Shirt 1, warte. Ja. Und warte, ich seh das noch nicht bei dir. Mach mal 15. T-Shirt 1, 15. Okay. Hast du? Okay, perfekt. Warte mal, ich muss dich kurz anschauen. Okay. Jetzt drück Enter. Sorry. Jetzt drück Enter. Schmieriger Mixer. Baba. Warte, Enter und dann auf Ja. Warte, warte, warte. Und dann... Wie auf Ja? Enter auf Ja? Einmal runter mit deinen Feiern. Okay, ja. Ja? Und dann warte, dann kommt noch was. Okay, ich seh das noch nicht. Dann muss doch Outfit speichern kommen. Warte kurz. Ja. Outfit speichern. Ja, ja. Und dann gib da irgendwas ein. So A, B, C, D. Und dann speichern. Ja? Nochmal Ja? Und dann auf. Okay. Outfit speichern. Okay, jetzt hast du gespeichert. Okay, Playboy. Stabil wurde. Jetzt können wir losgehen. Leute umlegen. Wir sind die Blatt Sticker. Was geht ab? Jungs, komm, lass noch eine Aktion starten. Und dann geht der Bratan schlafen. Weil ich bin sehr, sehr müde. Ja, aber nicht. Ach. Ey, Sosa. Ich mein's aber ernst mit diesem Blatt, oder? Ja. Wir mein's ernst. Das ist nicht nur ein Eintracht Ding. Ey, morgen. Du warst jetzt eine Familie Joker. Wir sind Familie. Kein Problem. Ich kenne mich mit Gangs gut aus. Ich weiß, wo ich dazu gehöre. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind wir zusammen. Ja, ich hab auch gehört, dass du mal bei Abou-Chaka warst. Deswegen kennst du dich gut aus, oder? Was ist das? Ja, wie kann man so einen Fiddler-Stift machen? Ey, was für Fiddler, Digga, was war das so? Okay, komm, ey. Red mal nicht so viel, Bruder, über diese Familie. Rapper, Bruder, jetzt lass uns mal spielen. Ja, komm. Ich küss dir noch. Ja, ey. Lass uns hier fahren, Digga. Willst du das? Ey, deine Karre gehört jetzt mir, du schmieriger Wichser. Hast du das verstanden, Mann? Komm doch, unsere Autos sind doch in der Hotline. Komm doch. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich, du Wichser. Das ist unser Hut. Steig ein. Steig ein, Frau. Warte, Sosa, wir können auch in unserer Hut machen, was wir wollen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Steig ein, Hörös. Steig ein, Bruder. Steig ein, Bruder. Steig ein, Hörös. Fahr los, Digga. Fahr los. Bleibus. Komm, lass uns noch ein paar Leute wegwichsen, Bruder Herz. Ey, Bruder, Wallah, wir müssen echt mal, sonst kann der Arme echt nicht schlafen. Ja, sonst kann ich nicht schlafen gehen, Bruder. Einen, einen, Bruder. Warte, ich will hier was klären. Lass uns hierbleiben. Sicher, Mann. Das Ding ist, du darfst hier keine Leute abknallen, weißt du? Ja, ja, okay. Nein, nein. Hier ist... Okay, alles klar. Dann fahr hier weg, dann fahr hier weg. Geh weg. Verpiss dich hinter. Schau, der ist doch gut, Bruder. Der Mercedes. Ja, der Mercedes macht mit uns faxen. Können wir den abknallen? Ja, eigentlich, Bruder. Das ist doch Hamza. Ach so. Will er seine eigenen Kollegen abknallen? Ja, das wusste ich doch nicht, Bruder. Ey, ich hab ein GTS, soll ich den mal holen? Ein GTS? Warte mal kurz. Warte kurz. Warte kurz. Schön beharst du da, Hübsche. Ey, wie hole ich mein Auto nochmal? Halt deine Schnauze, bevor ich dich fick. Wie hole ich mein Auto? Jungs, wisst ihr, wie ich mein Auto hole? Oh, oh. Oh mein Gott. Boah, der hat aber instant gassiert, der Typ. Ja, was geht's hier ab, Digga? Ey, die schießen doch auch alle, ja? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn schon. Ich hab ihn schon. Hey, Mann. Amigos, hört auf zu schießen. Ey. Nichts mit Waffe auf mich zielen, Amigo. Alles gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Amigo, ich stehe in den Arsch. Ey. Hey. Hey. Amigo, wir sind Zivilisten, nicht schießen. Amigo, nichts, 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 nein. Bleib locker. Amigo, bitte nicht schießen. Ey, Drat grünare. Mann, warum krati denn die ab, Alter? Ey, Jungs, Mann. Ey, Jungs, Mann. Ey, ist egal, schießen. Amigo, meine Herz, Stress, meine Herz. Aber warum so viel Kopfschimmer jetzt hier, ey? Ja, das ist Stress. Amigo, komm zur Seite. Okay, komm. Was machen wir? Ja? Ja, ja, ja. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Bist du bei dem Platz? Nein, Bruder. Du? Joka, pack mal deine Knarre weg, Bruder. Pack deine Knarre weg. Okay, 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 okay. Joka, komm mit, Joka, komm mit. Pack die weg, pack die weg. Jalla, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Warte, ich bin mit euch, ich bin mit euch. Komm mal hier, lass uns hin. Lass mal, komm mit, komm mit, komm mit. Welche? Wohin? Welches Auto? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, Bruder. Sosa, ey, hol Sosa, hol Sosa. Ihr habt einen verloren. Hol Sosa. Bruder, wo ist der denn? Was ist hier passiert? Stell dich jetzt erstmal hier hin, Bruder. Wir haben gerade miese Schießerei gehabt, Bruder. Jetzt wird mit Bullen alles voll da sein. Chill, chill hier. Ich hol mal eine Karre. Wie ihr habt miese Schießerei gehabt? Wo war ich da? Bist du einer von diesen Wichsern? Welche Wichser? Hast du meinen Freund abgeknallt? Nein, nein, nein. Du hast meinen Freund abgeknallt, ha? Hast du meinen Freund abgeknallt? Hast du meinen Freund abgeknallt? Er hat meinen Freund abgeknallt vielleicht. Nein, 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 nein. War er das nicht? Nein, 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 nein. Bist du dich? Bist du dich, achi? Ey, Joker, Joker, schieß. Ey, Joker, Joker, mach die Knarre weg, Bruder. Hey, bleib ruhig, bleib ruhig, Bruder. Okay, okay, scheiße, scheiße, scheiße. Bleib ruhig. Farut, wo warst du? Bruder, der hat mich einfach abgeknallt, der Wichser. Dieser Wichser, welcher Wichser? Komm, ich knall ihn auch ab. Der ist schon weg. Wo ist der hin, Bruder? Der hat mich... Ey, dieser Wichser mit der Brille riecht mich auf. Warum löschst du deine Brille so? Ha? Warum löschst du deine Brille so? Bruder, du legst mich auf. Bruder, bevor du... Warte, warte. Ey, Kapi, die Situation ist beendet gerade. Warte. Die was beendet? Die Situation gerade. Wir spielen gerade kein RP gerade, Bruder. Also, was spielen wir jetzt? Jetzt kriegen wir gerade Ärger. Bruder, jetzt... Bruder, jetzt... Ich habe damit nichts zu tun, Olaf... Äh, Sparta. Ich habe damit nichts zu tun, wenn ein Enzo kommt... Bruder, ich mach doch RP. Warum? Ich habe nicht geballert, aber warum haulst du mich jetzt an, Digga? Ich habe nicht geballert. Ja, aber Bruder, ich habe doch nicht geballert, Sparta. Warum haulst du mich jetzt an, Digga? Ich habe wirklich nicht geballert, Digga? Bruder, wie oft habe ich Kapi gerade gesagt, das soll aufhören und ballern. Was willst du denn, Bruder, Sparta? Warum kriege ich jetzt den Ärger? Das verstehe ich nicht. Ich versuche hier gerade eine normale Situation. Siebte Klasse, wenn der Lehrer dich anschreit. Bruder, immer kriege den Ärger. Die ganze Zeit schon, Mann. Ey, ey. Ey, sorry auf jeden Fall. Ich bannere nicht mehr rum, ja? Es tut mir leid. Ja, Bruder, das kannst du dir halt wieder nicht ausdenken, Digga. Bratan, was soll ich sagen, ja? Ja, Bruder, okay, ja. Sport, Digga. Finde ich überhaupt nicht gut. Ey, Jungs, alle, die hiermit nichts zu tun haben, geh doch mal weg, ja? Ey, ey, sag euch ehrlich, Bruder, ich muss mich doch erst mal... Bruder, ich bin doch neu hier. Verstehst du, wie ich meine? Ich bin doch... Also, Bruder, Bruder, das ist halt Schwierigkeit, erst mal diese Eingewöhnungszeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber gib mir doch ein bisschen, du weißt doch, Bruder. Bruder, noch drei, vier Leute einmal ficken und danach hört er auf. So, weißt du? Nein, 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 ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Aber der Typ mit der Brille. Ey, Bruder, lass mal diese Eingewöhnung. Bruder, Kapi, bitte, Waller, du hast mich gefickt. Bruder, bitte, ich bin... Okay, okay, Bruder, der Typ mit der Brille ist schon hart, Digga. Der regt mich schon ein bisschen auf. Ich würde ihn gerne... Aber nein, ich mach sowas nicht mehr. Versprochen, ich mach sowas nicht mehr. Ich mach nix mehr. Ey, guck mal, Jungs, ihr müsst auch so sehen. Ihr habt zwar Spaß, wenn ihr irgendwie Ballereien macht, aber ihr müsst euch mal in die Lage von... Aber zum Beispiel gerade bei der Schießerei war ich gar nicht beteiligt. Ich versteh gar nicht, warum ich überhaupt im Mittelpunkt stehe. Nein, es geht um mich. Es geht um mich, nicht um dich, Digga. Aber ja, du sagst immer, ich hab Joka gesagt, er soll nicht rumballern. Warum soll Joka nicht rumballern? Nein, nein, wegen davorhin. Ah, okay. Okay, okay, alles klar. Jetzt hast du nichts gemacht. Wallah, jetzt klar. Das siehst du, ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, das wissen die aber. Das wissen die, dass du das nicht gemacht hast. Bruder, Edis, hast du Hobbys oder so, Bruder? Was gibst du mit 31 Euro, Mann? Ey, was ist... Warum stehen wir noch hier rum, Alter? Kriegst du noch Ärger, oder? Ja, ja. Weil der Typ mit der Brille regt mich auf, Bruder, jetzt. Ey, Bruder, was willst du mit der Brille schicken, Digga? Nein, nein, nein. Jo, ey, ey. Ich bin weg hier, Bruder. Der Typ mit der Brille regt mich nicht auf. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Ey, übertreff dich. Ey, der Typ hat doch... Bruder, du bist... Mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung, Bruder. Mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung. Du red... Du... Du regst mich auf. Ich sag dir... Ja, du... Ich zeig dir mal... Schau mal, ich zeig dir, Joker, wie du das jetzt machen musst. Mach, 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 mach. Zeig. Du holst jetzt deine Waffe raus. Du holst deine Waffe raus. Ja? Du bedrohst ihn. Er hat doch sowieso schon Angst, wenn du deine Waffe rausholst. Okay. Ey, du Wichser. Hörst du mir zu, du Wichser? Ja? Ja, ja, ja. Ich hab dir zehnmal gesagt, deine Brille regt mich auf. Was ist mit dir los? Was machst du hier? Nein, lass dir die Brille ab, du schmieriger Wichser. Mann, du drin. Du kleiner Wichser, du. Du... Ey, gib... Gib mir alles, was du hast. Jawohl. Okay. Okay, alles klar. So, dann ist alles gut, Nicker. Ja, dann soll er gleich die Brille abnehmen. Ich sag ihnen das doch zehnmal. Hey, wo ist der Wichser? Wo ist der Wichser? Ey, du kleiner Wichser. Ey, wir haben doch gerade Ärger bekommen. Ich hab die... Nein, okay, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Bruder, wir machen doch nichts. Lass mal hier abkratten. Ja. Okay, Farut. Was machen wir, Bruder? Ey, Bratant. Was machen wir, Bruder? Ey, Bratant. Ich glaub, ich schieß den Typen mit der Brille in den Kopf und dann geh ich schlafen. Cheaten? Das ist eigentlich dein guter Plan. Ich sag dir ganz ehrlich. Guck mal, dieser Wichser legt mich die ganze Zeit schon auf. Spaß, Spaß. Ich mach nix. Ey, was hab ich euch angepasst? Also ey, so wie ich den Joker kenn, der wird das machen, aber... Ey, guck mal, die schlagen sich eh. Was ist los hier? Ey, die schlag ich mit, was schlag ich mit? Was ist die von meinen Eiern, Alter? Was ist die Schlägerei? Was ist die Schlägerei? Komm mal her, du kleiner Wichser. Ey, du willst mich boxen, Bratant? Was holen die von mich? Ey, Dicke, das leg mich auf, Dicke, ja. Mann, Dicke, scheiß drauf, ich baller die einfach weg, Dicke, Mann. Scheiß auf alle, Dicke, ja. Ihr kleinen Wichser, was ist los mit euch? Hör auf, Bruder, hör auf, Bruder, hör auf. Ja, Dicke, dann sollen die mich in Ruhe lassen hier, Dicke, und nicht mit... Bruder, komm mal mit, Bruder, komm mal mit. Warte, komm mal her, komm mal her. Ey, ey. Warte, komm mal du her, komm mal du her. Bam, du kleiner. Du bist locker, Bruder, chill, Bruder. Einfach so, Bruder, weil ich grad Bock hab, Dicke. Ey, ey, ey. Locker, locker. Boom, Brata, boom. Okay, was denn, was denn, Bruder, was denn, was denn? Komm mal mit, komm mal mit hier. Hier, komm mal mit. Okay, ich geh. Wohin? Okay, okay, okay. Ey, was willst du jetzt? Sag mir. Ey. Sag mir nur. Die knallfen alle ihre Arschbecken zusammen. Wer denn? Was los, Bruder? Alles gut? Komm mal mit, Bruder, ich will dir was sagen. Okay. Okay. Wo bist du? Hier, hier, hier. Okay. Wo ist der Wigshammer? Ich bin mit dir. Jungs, ihr sollt nicht alle kommen. Lass mich mal kurz alleine mit denen. Bruder, du musst ein bisschen Dings mit ballern, musst du vorsichtig sein, Bruder. Versuch so Dings, weißt du? Versuch deine Filme zu machen, Bruder. Okay, ich habe aber in die Luft geballert. In die Luft ballern ist doch okay. Ja, in die Luft ist okay, aber Bruder. Hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht. Aber guck das ein bisschen, Bruder, du musst, weißt du? Ich bedroh nur Leute und baller in die Luft. Nein, Bruder, du sollst ja nicht einfach Leute bedrohen ohne Grund. Du musst ja einen Grund dafür haben, weißt du? Ja, ich will die abziehen, das ist der Grund. Ja, abziehen, Bruder, dann musst du ins Auto steigen, die verfolgen irgendwo, Hände hoch, Kabelbinde ablegen, durchsuchen und die Sachen mitnehmen. Okay, also so einfach geht das nicht, wie ich das mache. Nein, Bruder, du musst so sehen, guck mal, du musst dich in die Lage von denen versetzen, weißt du? Okay. Wenn du jetzt schnell vor einer kommst, du dir, der schießt einfach auf dich. Dann hast du auch keinen Spaß mehr, weißt du? Ja, natürlich, okay. Mach diese Filme, Bruder, mach einfach diese Filme. Okay, aber Schlägerei geht immer klar, wa? Schlägerei geht klar, Bruder, lebe einfach deine Filme, weißt du? Okay, komm, wollen wir eine Schlägerei machen kurz einmal hier? Ja, aber nicht hier, Bruder, hier sind zu viele gerade. Hier ist Sohanspot, weißt du? Aber, aber, oh, tschuuu, weinack. Wie geht, tanaa, was ist getan? Meinst du mich? Scheiße. Wie meinst du das? Bruder, was ist denn das für eine Stimme? Hey. Was ist denn das für eine Stimme, hallo? Nein, meine. Was ist denn mit dem Wichser passiert da unten? Das ist eine ganz normale Stimme, oder? Ja. Ey, Farid. Ja, Bruder. Ich glaube, ich schau ab, Bruder, jetzt. Ich geh schlafen. Wir haben heute viele Leute umgeballert. Wir haben heute viel, viel, viel gemacht. War trotzdem witzig. Hey, ich bin morgen wieder online. Nein. 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 Ja. Okay, was ist, was ist dieser online? Ey, was ist dieser online? Ich zeig euch das dann. Alles gut, er mein Ding, Whatsapp. Wir schreiben ihn über Whatsapp. Ja, Whatsapp, Whatsapp. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Weil ich wieder aufgestanden bin. Lass mein Handy wieder an und dann bin ich wieder online. Komm mal kurz zur Seite. Alles klar, Bruder. Pass auf die Schauf, ja? Hey, passt auf euch auf. Ja, Jungs. Waw, waw. Ich hab mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich komm langsam rein. Ich komm langsam rein. Was machst du? Ich lege dich hier hin schlafen. Achso, ich lege mich schlafen. Ich krieg's den Hund. Hey, Dankeschön nochmal an alle. Ich wollte nochmal sagen, Dankeschön an alle meine Jungs im Hintergrund, die sagen, hey, das geht voll ab gerade bei dir. Hey, Dankeschön an alle. Danke wirklich von ganzem Herzen. Ich versuche auf dir zu sein, mit euch Spaß zu machen. Und eigentlich mal ein Mikro mitzubringen. So mit Studio und so. Ein bisschen was zu rappen. Ich hab auf jeden Fall auf sowas alles Bock. Bevor ich gehe, wenn ich gehe, lass uns mal den Bratan Kalash hosten. Der will auf jeden Fall weiter streamen. Er gibt dem Bratan Liebe. Was? Ja, ja, wir chillen noch ein bisschen. Okay, wir gehen gleich rein. Wir gehen gleich rein. Wir gehen gleich rein. Ich küsse deinen Augen, Bruder. So, Kalash auch ein bisschen spielen. Guckt ihm auf jeden Fall zu, Bruder. Und wir, ja man. Ich wollte mich verabschieden. Dankeschön an alle Bratans. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und schönen Abend euch noch. Hey und bleibt zu Hause. Warte kurz. Und bleibt zu Hause. Also auf jeden Fall. Ich stürme mich draußen. Geht nicht raus. Bleib lieber zu Hause. Tschüss zu Hause. Und vielleicht komme ich ab und zu, wenn ich zum Beispiel nicht herher schaffe mit meinem Handy-Spitch online. Dann könnt ihr zum Beispiel meinen Tagesablauf oder so sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Habt ihr Bock auf so? Schreibt mal ein 1, wenn ihr Bock habt. So, dass ich tagsüber mal zeige, was ich alles mache. Du kannst im Studio dein Handy hinlegen, online. Ja, guck mal, guck. Und die können von deinem Handy aus gucken. Ja, die schreiben alle ein 1. Okay, alles klar, Bruder. Dann gehe ich auch mal mit meinem Handy online. Wir sind, wenn wir im Studio bin. Dann zeige ich euch alles, was abgeht so. Geil, Bruder. Ich freue mich auf euch. Ich bin der Lift. Bis zum nächsten Mal. Brrra.